Herzlich willkommen zu unserer Live-Berichterstattung von der Elfmeinküste aus Hamburg. Mein Name ist Jan Gustafsson, ich bin hier mit Steve Berger und wir gucken den dritten Tag des Rapid & Blitz Grand Chester Events an der Côte d'Ivoire. Magnus Carlsen in Führung. Steve, willkommen in Hamburg, wie geht's dir? Ja, wunderbar, wie die letzten beiden Tage auch. Ich freue mich, dass ich jetzt hier live vor Ort bin und endlich neben dir sitzen darf. Natürlich, es ist mir eine ganz besondere Ehre und ich denke, dass wir auch heute wieder viel Spaß haben werden. Davon gehen wir mal aus. Wir gucken am besten gleich mal auf die Paarung, bevor es losgeht. Wer gegen wen und warum heute? Wahrscheinlich, weil sie noch nicht gegeneinander gespielt haben. Letzter Tag Rapid. Carlsen mit den schwarzen Stein gegen Amin. Was tippst du? Ja, Carlsen gewinnt mit schwarz. Okay, okay. Töblich auch. Topperloff gegen MWL. Ich sag 1-0. Oh, da sage ich Remi. Weiji gegen Akumura. Ah, 0-1. 0-1. Nee, nee, Remi. Remi. Mist. Ding, Kayaking. Remi. Okay, ich sag auch Remi. Ich sag auch Remi. Weiß dich so, sag auch mal Remi. Also, Song Nippon, Nischee. 1-0. Ich sag Remi. Also, habe ich 4 Remi getippt und Carlsen Sieg? Ja. Aufregender Tipp von mir. Also, wäre auf jeden Fall spannend. In der Tabelle sehen wir Carlsen 10 aus 12, da Siege in diesem Schnellschach doppelt zählen. Sprich, 2 Punkte zu vergeben sind. Also, in Wirklichkeit hat er 5 aus 6. Dann im Blitzschach gibt es nur 1 Punkt pro Sieg. Insgesamt sind also 36 Punkte zu vergeben. Denn morgen haben wir noch 9 Runden Blitzschach. Und übermorgen auch. Ich kenn mich aus. Heute 25 Minuten Partien. Dazu 10 Sekunden pro Zucht. Dieses Delay, diese hauptsächlich in Amerika verbreitete Format. Dass man keine Zeit ansparen kann, aber 10 Sekunden Zeit hat. Sein Zucht zu machen, ist kompliziert. Wollen wir gucken, ob wir schon Bilder haben von vor Ort? Auf jeden Fall. Ja, hier haben wir schon Dr. Ding, wie ich ihn nenne. Hier ist noch keiner am Start. Hier haben wir Dr. Amin, der ist doch wirklich Doktor. Hier haben wir Professor Dr. Nakamura. Mit hier Red Bull? Nee. Triebe Wasser? Was soll los? Na, das ist doch kein, ist das Wasser? Was, zwei Jahresbetrachtung mit Red Bull? Sie müssen auch die Mountain Dew oder sowas. Durchsicht, flüssig. Oh, hier. Ich dachte, das ist schon, dass hier White Walker nach Hamburg. Aber nee, da haben wir P-Störung. Also wir haben Kameras, da haben wir Jan Nepomneschi. Leider gerade die Elvis-Tolle ein bisschen verdeckt von Chess24-Lobo, was nicht ideal ist. Nee, war aber eine Krise seit gestern. Kann man noch nie sehen. So ein bisschen, wenn ich hier kicke. Naja, das hilft nicht. Okay, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, wie er frisurtechnisch unterwegs ist. Ach so, da jetzt. Sieht anders aus als gestern, ne? Ist das so ein Drachenhaarschnitt irgendwie? Also entweder die Haare sind kürzer oder er hat sie extrem gegelt und flach gekämmt. Nicht der Einzige, du auch hier, ne? Ich habe eben schon gelobt hier, sowas von schnittig. Also wir werden uns natürlich, wie immer, auf den Weltmeister konzentrieren, aber im Schnellschach kriegen wir es nochmal alles hin. Auf jeden Fall kurz auf alle Partien einen Blick zu werfen. Dann ab morgen Blitzschach, da wird es schwer, dann müssen wir uns ja schnell eine Partie ausruhen. Da haben wir im WL nochmal schnell Brille putzen hier auf den letzten Metern. Und Topperloff oder Vesco, wie wir ihn nennen. Kommen wir das. Bisschen verschwommen, aber der sei. Wir nennen Vesco. Armin hier, der Weltmeister, sagt auch, nee, warte du ruhig eine Runde auf mich. Drei, vier Minuten gebe ich dir vor. Dafür gehe ich den Blitzlichtgewiller. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Jetzt, wo die Sendung läuft, ist wieder unser Bonuscode aktiviert. Für alle diejenigen da draußen, die noch keine Chess24 Premiummitglieder sind oder die mal eine Schnupper-Videoserie sich reinziehen wollen. Nicht wörtlich, Schnupper-Videoserie, man kann nichts riechen. Gibt es den Bonuscode GCT-30. Wenn ihr hier irgendwas erwartet auf Chess24.com, dann gibt es 30% auf alle Produkte, außer Tiernahrung. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir hier neue Premiums an den Start kriegen. So. Magnus, wo bist du? Tja, das ist ein guter Fall. Metastrategik, sagt Sion, solltest du mit deinem weltmeisterlichen Öffnungsbuch nicht langsam die 2-7 knappen? Ja, ich denke, das wird bald der Fall sein. Ich habe ausgerechnet, wenn ich jedes Thailand Open, was ich spiele, 10 Punkte gewinne, da brauche ich nur noch 6 Thailand Open und zack, da bin ich. Also 2025 werden die 2-7 fallen. Da ist der Weltmeister, bei dem ist die Frage, werden heute die 2-9 fallen? Denn ich glaube, wo steht der 2-8, 97 irgendwas? Ich kann nicht rechnen, aber falls er zu gestern gesagt, glaube ich. 2-8, 96,8. Falls er diese Partie gewinnt, ist er, glaube ich, über 2-9 im Schnellschach. Immerhin. Also man muss ja mal lobend sagen, dass du ja im Verhältnis zu, wir haben ja gestern über die 2-7er gesprochen, die von den Open kommen und dann Probleme mit ihrem Repertoire haben oder sowas, da hättest du, glaube ich, weniger Probleme. Du hast zweimal Dortmund gespielt? Ja, lange her, lange her. Ja, aber einmal letzte Runde um den Sieg gekämpft, Remi hätte gereicht, ne? Ne, vorletzter Runde habe ich verloren. Letzter Runde habe ich Remi gemacht. Ah, du hast mit Weiß gegen Lico verloren, ne? Hör mir auf, hör mir auf. Ich glaube, als einziger überhaupt jemals. Ich war, schöne Grüße an Pedaleco. Aber es ist eher andersrum bei mir. Ich brauche jetzt das Open Repertoire. Und vielleicht hier so einen schönen Rosso Limo mal. Wie Karsen spielt. Das ist sein neues Werkzeug, mit dem er, glaube ich, brutal gepunktet hat. Dieses ganze Sveschnikow-Rosso Limo-Zeug. Also unglaublich viele Schwarzseger. Wir haben jetzt zweimal gegen Kajakien gesehen. Einmal in diesem Turnier, davor in Schamkir. Und hier bleibt er seiner Philosophie treu. Nach H3 spielt der E5 grundsätzlich Karsens Ansatz. Wenn man C5 und E5 spielen kann in der Öffnung, dann wäre das gemacht. Andere Züge hier sind natürlich Springer nach F6 zu spielen. Wonach der Weiße die Möglichkeit hätte, den Bauern vorzuschieben, wenn er wollte. Und Karsen will gleich das Zentrum so besetzen. Lustigerweise auch sehr ähnlich wie, ich weiß nicht, wie lange ich darüber labern sollte, aber diese Variante, die er mit Weiß gespielt hat, in einer der entscheidenden Tidebreak-Partien gegen Caruana. Was sie auch so aufgebaut hat. Ja, man mag die Strukturen, ne? Hier sehen wir schon eine gewisse Ähnlichkeit, wenn wir einen mentalen Aspekt drehen. So, wen würdest du heute gerne verfolgen hier sonst noch? Ja, Magnus, ganz klar. Aber ich, heute sind, gerade jetzt in der Runde, sind sehr, sehr viele spannende Paarungen, finde ich. Also, ich würde auf jeden Fall gerne YG gegen Nakamura, das ist definitiv für mich. Da geht es ja auch ums Verfolgerfeld. Das heißt, von der Turniersituation, der macht das auch Sinn, da mal ein bisschen reinzugucken zwischendurch. Okay, YG spielt mit Weiß, wie Nakamura sonst mit Weiß spielt. Na, sonst spielt doch Nakamura immer so. Mit Weiß, zumindest im Schnellschach. Ich versuche immer, irgendwas zu klicken. Wir sind jetzt ja auch auf diesem, diesem Neumotion Twitch hier. Und da, du hast mir den geheimen Button gezeigt, wie entkoppel ich den Chat. Und dann auf das Zahnrad. Hier ist es Zahnrad. Und dann ist es auch Pop. Ja, habe ich. Nee, es wird das wieder, das zwei Mal aufklickt. Ah, nee. Bei mir ging das. Hör mir auf. Aber ist der? Das kann sich noch schon ein bisschen, das ist ja eigentlich nicht. Und dann kannst du auch Pop aufklicken. Ja, wieso das nicht geht, weiß ich nicht. Klick mal auf das daneben, die Symbole daneben. Nee, okay. Das ist es definitiv nicht. Naja, wir werden es recherchieren. Doch, da ist es doch. Und jetzt musst du auch Pop Out. Ah, hier ist Pop Out. Genau. Bang, haben wir ihn rausgepappt. Jetzt war er wieder weg. Jetzt ist er irgendwo. Im Nimbus. Hör mir auf. Und bei uns zurück zum Schach. Hm, du hattest einmal erzählt über Verfolger hier. Spanier 3, D5, E3. Heutzutage ist ja alles, kann man alles machen. Alles Mainstream. Es geht ja meistens auch immer in irgendwas Bekanntes wieder über dann. Ja, hier gibt es viele Diskussionen nach Spanier 6, C4, E6. Eine Zeit lang B3 in Mode oder haben die Schwarzspieler eigentlich mit C5 sich ganz gut hier rausgefuchst. Und hier hat Schwarz in letzter Zeit kein großes Problem gehabt. Der ist besonders, die jetzt mit weißem Übergang erst mal Spanier 3 zu spielen. Und dann erst nach Läufer E7 zum Beispiel. Jetzt hat er auch andere Züge. D, C4, C5 oder jetzt erst B3 zu spielen. Und in letzter Zeit habe ich häufiger diese Struktur gesehen. Mit B3 schlägt, Bauer schlägt und C5. Was für meine Begriffe ja nicht verdächtig aussieht. Aber man gibt mit Schwarz ja doch schon viel Zentrumsplatz auf. Es kommt dann nach D4. Und ich glaube, Giri hat gerade eine Partie gewonnen, wo er aus der Öffnung ziemlich schnell Vorteil hatte gegen... Gegen wen mag es gewesen sein? Gegen Yu-Yang-Yi oder so? Relativ früh. Ich weiß nicht, ich kriege es nicht mehr zusammen. Aber irgendwie sowas kam. Man weiß schon gut. Also mal gucken, was der Herr Nakamura sich dabei gedacht hat. Achso, da hat es genau so geschwillt. D, C, B, C, C5. D, C, B, C. Kannst du mir einmal kurz erklären, was der Unterschied ist, wenn man... Also ich hätte ja auch in der Stellung anstatt D, C, B, C direkt C5 machen können. Wo ist dann der Unterschied zur vorigen Variante, die du gezeigt hast? Was ist die Feinheit von Erstspringer C3 von weiß? Ja, der Läufer hat sich nach E7 schon festgelegt. Also muss kein entscheidender Unterschied sein, aber hier nach C, D, E, D, in die Varianten. Ich weiß, wenn man D4 spielt, dann will auch häufig nach D6 in diesen Isolation. Okay, also hier kann man auch B3, C5 spielen. Läufer B2, C6, C, D, 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 D4. Jetzt kann man vielleicht wegnehmen, Läufer B4 Schach und dann nach D6 stellen und dann schon auf E7 steht. Dann hau das alles nicht mehr so hin. Das sind alles Feinheiten, da. Hör auf. So, ich will hier sehen, was Maxi wollen. Ja, dann mach doch mal. Wo ist er? Ah, hier. Die selbe Variante wie gestern gegen Carlsen. Dieses... Nein, der Läufer E3, Sprenger G4 und Schwarz spielt schnell H6, G5. Sie müssen verrückt aus, aber hat durchaus strategische Gründe, denn man kontrolliert die schwarzen Felder hier im Zentrum. Für was ist es schwer, jetzt erst mal zu F4 zu kommen. Also er kämpft sozusagen mit den Randbauern um das Feld E5. Carlsen hat gestern damit D2 gespielt hier, nach Läufer G7. Und heute spielt Topperloff eine bekannter Variante. Er spielt H3, Springer nach E5 und jetzt F3. Wir hatten gestern schon erzählt, aber wir wiederholen uns hier gerne. Das F3 sofort. Nicht so schlau, deswegen Springer E3, damit D2, Läufer D4 und man verliert Material. Na soweit, Springer WC6, Läufer F2, je nach meinem Kenntnisstand. Springer G6, auch ein interessanter Zug. Aber MWL spielt Springer D4, Läufer D4, Läufer nach E6, Dame nach D2, Dame nach A5. Das ist alles noch Theorie. Ich glaube, der Weiße, ich muss kurz überlegen, später mal so mit A3 und Lager auch Hade. Das muss ich machen. Wenn man sofort lange hochieren kann, oder nicht? Das wäre blöd. Vielleicht ist die Variante, an die ich denke, in Turm C8, Langerochade, Dame A5 und jetzt A3. Vielleicht ist es irgendeine Feinheit mit Dame A5 anzufangen, um A3 zu prozieren und dann entweder sich Turm C8 zu sparen oder in dieser Variante in 8 und C8, Langerochade, Dame A5, gibt es auch den Zug König B1, der nicht möglich ist in dieser Zugfolge, weil A2 gelangt. Das war möglich, wenn man mit der Dame auf C3 nehmen kann, oder? Ja, ja, also hier, Neidorf-Einheiten, da macht mir keiner was vor, das hier ist nicht genug für Schwarz. So, ist die Frage, ob Topperlauf von diesem frühen Dame A5 ein bisschen überrascht ist, nimmt auf jeden Fall Zeit, eine andere Option, die hier auch gleich noch keinen Sinn macht. Ne, stellt sogar was rein. Bist du früh sprengend, D5 zu spielen manchmal, aber hier wäre das ein böses Erwachen. Ich habe mich, das braucht aber schlechter Stellung. Kannst du nicht bringen. Kannst du nicht bringen. Apropos böse Erwachen, bist du ausgeschlafen, ne, du musstest früh raus hier. Natürlich bin ich ausgeschlafen. Okay, cool. Ich bin dann ganz ausgeschlafen noch. Lassen wir mal gucken, Wesley? Wesley weiß, ne? Wesley weiß. Ah, das kann er, sowas kann er eigentlich auch ganz gut. Ne, Pomnisch hier angefangen, E4-E5 zu spielen, ne? Der jahrelang hier auch fast nur Neidorf gespielt, aber jetzt schon am Anfang im Turnier mit E4-E5 eine gute Stellung gekriegt, ging Topperloft. Das war die Gewinnstörung, die er dann noch verbaselt hat. Ah ja. Topperloft da irgendwie Tom B8, Tom B7 oder so, was dann am Ende hat er die Schaukel. Genau. So, Läufer C4, Sprenger H6, D3 und der Pomnisch hier spielt nicht die Aufweihung mit Läufer C5, sondern Läufer E7. Auch seit Jahr und Tag ein normaler Zug, hat aber einen etwas schlechter Anruf als Läufer C5. H3, D6, jetzt A4 wahrscheinlich, aber? Ja, jetzt droht Sprenger A5, deshalb macht man Feld für den Läufer, A4. Und dann spielt A5 relativ selten. Hauptfortsetzung ist auch hier Sprenger A5, Läufer A2, C5. Und wenn wir so eine Karsen-Struktur immer im Loch auf D5. Aber will er nicht haben, nein, nee, wo? Spiel A4, A5, Turm R1, Läufer E6. Jetzt musst du mir gleich mal erklären, was die Feinheit in Dame C8 ist. Ich weiß es, ehrlich gesagt, auch nicht. Okay, ich dachte, ich übergehe das heimlich. Ich vermute, ich weiß es echt nicht. Wahrscheinlich will er auf E6 jetzt doch mal der Dame zurückschlagen. Okay, aber dann warum nicht Dame D7? Das ist doch viel natürlicher und verbindet die Türme. Wo kann die Feinheit sein? Ist Läufer B5 hier ein Motiv? Ich weiß es nicht, vielleicht stellen C3 und B3, was ist denn B7 mal? Aber in den A5-Strukturen hängt B7 eigentlich nie. Was ist das? Ich weiß es nicht. Okay. Hätte sein können wir das noch erleben müssen. So früh in der Partie. Flair, aber nur Quatsch. Also A5 ist eigentlich häufiger. Das ist ja gerade ein bisschen Mode in den Varianten, wo der Läufer auf C5 steht, oder? Da wird das doch häufiger gespielt, oder nicht? Mal so, mal so. Aber grundsätzlich ja, als Reaktion auf A4 ist A5 in den Läufer C5 heutzutage sehr gängig. Aber da hat es natürlich immer noch den Vorteil, dass es hier dem Läufer ein Fluchtloch, sagt man gleich, auf A7 schafft. Also kann ruhige Steuern, ein Vorteil von C8 gehören muss sein. Es ist Turm D8 vorbereitet mit der Idee D5. Ah, okay. Ich weiß es nicht. Oh, aber das klingt ja zumindest schon mal nach einem Argument. Ich finde auch, das klingt plausibel, das können wir erst mal. Als offizielle Begründung stehen müssen. So, ich habe das Spiel wieder als lustiges Spiel. Rate die Kamera. Hier, das sind Ding Liren und Sergei Kayakin. Ah, relativ langweilig bisher. So Theorie-Diskussion im Katalanen. Beides Experten. Kayakin hauptsächlich von schwarzer Seite. Und Ding mit Weiß, relativ konstant in der Zeit katalanisch. Soweit ist mir das alles noch halbwegs geläufig. In letzter Zeit war eher Sprenger E5 oder CD gefolgt von Sprenger E5, glaube ich, angesagt. Also Sprenger B2, ein bisschen eine Nebenvariante. Und ein Haken ist halt, dass nach Sprenger H5 der Läufer jetzt auf dieses relativ hässliche Feld E3 muss. Sonst kann man immer noch weiter zurück. Läufer E3, Läufer D6. Täuscht an, hier vielleicht bei der F5 auch mal anzukommen. Dramatia 1. Dame E7, glaube ich, gespielt. Und jetzt muss Ding uns zeigen, was er sich dabei gedacht hat. Läufer G5. Können links wie rechts. Okay. Na, was ist die Idee? Wenn ich F6 spiele, ich habe ja eben angekündigt, dass ich vielleicht eher... Dass du F5 machen willst, ne? Ist mir noch nicht so klar. Ist hier irgendwas, aber das... Ja, so G4 sieht ja nicht so gesund aus. Und H4 kann es auch nicht sein. Na, vielleicht würde er tatsächlich einfach F5 provozieren. Aber es sieht komisch aus für mich. Ja, F6 Läufer E3 zurück. Jetzt würde ich F5 machen und sagen, danke für das Tempo. Aber es wäre bestimmt einen tieferen Sinn geben. Soll ich so viel rede, ich nutze mal die Öffnungsphase, weil da kann ich mit meinem Wissen glänzen. Und sparen wir dann... Redezeit für... Siehst du, der Satz macht schon keinen Sinn. Ich rede weniger, weil ich aus dem Buch bin und mal nachdenken muss. Das ist so mein Plan. Das ist so eine Stellung, die haben wir zumindest vom Prinzip her auch schon mal im WM-Kampf auf dem Brett gehabt, oder? Ja, mit so früh F5 glaube ich nicht, aber so ähnlich haben wir diese Motive alle schon mal gesehen. In der Partie gerade Meier gegen Caruana kam Sprecher E6, Sprecher D7, dann relativ bald F5. Und auf A3 ist die ewige Frage, ob Schwarz hier A5 spielen sollte, um B4 zu verhindern oder nicht. Und in letzter Zeit haben die Schwarzspieler es normalerweise eher ohne A5 interpretiert, was so ein bisschen den Dampflügel schwächt. Und jetzt gleich was Konkretes gemacht. Hier Springer E7 könnte noch ein Zug sein. Dann kann man wahrscheinlich trotzdem B4. Caruana sagte, okay, du willst hier gleich auf Leistung spielen. Schwächen meistert ein bisschen, aber ich will dich auch schlagen. Ich möchte gerne. Schön was Scharfes. Und Jonek hier sagt, ich habe den Eindruck, Caruana spielt mit Schwarz gerne Varianten mit frühen G6 und R5. Könnt ihr das auch bestätigen? Nö. Also, kommt drauf an. Aber er ist von Haus aus kein Königs in der Spieler. Er hat halt zuletzt häufig diese Verschnickhoff-Strukturen. Und da kommt es hin und wieder vor in Rosolimo oder auch gestern gegen Kajak hinten, dass hier in Borna F5 kommt. Ja, F5 ist immer so der Zug für sein aktives Spiel. Aber das liegt halt einfach an diesen ganzen Stellungstypen, die er spielt. Da ist halt F5 immer der thematische Hebel oder was auch immer. Wobei es hier nach B4 natürlich schon sehr verpflichtend ist. F5 zu spielen. Zum einen ist die Frage, was macht man auf B, C? Oder will er jetzt reagieren und C, B spielen? Also, ich bin nicht sicher, was die Antwort ist. Von, wie heißt der, Caruana? Haben wir ja auch die Idee gesehen. Na, eh nicht schon, nicht in dieser Stellung, aber diesen Bauern einfach zu opfern. Weiß ich aber nicht, ob das hier schon so angebracht ist. Also, interessante Frage. Wie Kajak hier auf B4 reagiert. Was meinst du? F4, CB, Springer irgendwo hin? F5? F5? Da hin nochmal. F5? F5 ist ein Zug, der gefällt mir auf jeden Fall nicht. Also, der muss ja konkret gut sein. Sonst macht der F5, glaube ich, wenig Sinn. Wobei, wenn man Läufer auf A6 zum Beispiel irgendwie parken kann oder sowas und da weiß er nicht mehr kurz rauchieren kann, dann kriegt man vielleicht auch mit den zwei Läufern wieder. Aber FE ist eigentlich erstmal so ein Kandidat, den man, man macht eigentlich nicht F5, um FE zu machen, oder? Ne, nochmal nicht. Ja, so gerade im Königsinder ist er aber ein Problem, dass man nie hier nimmt. Ich habe mich nur gefragt, ob man hier vielleicht das konkret recht verdienen kann. Ja, aber ich vermute auch eher nein, Schwarz hat halt jetzt diesen langfristigen Isolani hat immer noch das Problem am Dammflügel und ich sehe nicht genug Aktivität dafür. Also, Kahn, Solorfer, A6, BC, was auch immer, Schach, Spinger, BD2 und dann hat sich es auch ausgeaktiviert. Was ist mit sowas wie, kann ich auf B4, Damm, E7 spielen? Kannst du da noch B4, F4? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, diese Strukturen sind immer gefährlich. Okay. Da haben wir C-Forms sind sehr langsam aus, dann potenziell auch Läufer B4. Ja, Läufer B4. Meine Damen haben ein bisschen wenig Felder, also wo ich zumindest wenig, wo ich gehen würde. Okay, ja, das gefällt mir nicht. Was gibt es denn noch? Herr Springer D7, leider nicht möglich, ne? Ne, genau, das ist der Unterschied zu diesen anderen Varianten, wo der Springer schon auf D7 steht, den kann man dann zum einen schnell hierhin gruppieren und zum anderen überdeckt er den C5 auch nochmal. Also ist schon ein bisschen was anderes hier, dadurch, dass der weiße Sprenger C3 zurückgestellt hat, nochmal, weil wir sehen, wir halt den Sprenger schon auf C3 in ihren Strukturen, das schwarz ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt. Na, guck mal, wie Carlsen, gedenkt, das zu lösen. Aber dann hat Carlsen ja unter der Zugfolge gespielt, oder? Weil hier Springer C3 ist ja nicht der übliche Zug, dann ist ja, dann gilt der Läufer G4 irgendwie als okay für schwarz oder sowas. Ja, aber G4 spielen die Leute selten, aber hier ist der Hauptsorholt Sprenger F6, ne? Genau, genau, also Sprenger C3, Sprenger D7 und dann E5. Und Carlsen bleibt halt seinem Auto treu. Ja, aber die Frage ist, was, also okay, Läufer E3 gewesen, wir können mal Partie weitermachen und dann mal gucken, was wir uns hier ausdenken, also auf B4 schlagen möchte man ja eigentlich nicht so gern, ne? Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Eckart Sprenger H6 gespielt, ja, ich muss spoilern. Ja. Aber ich glaube, er spielt ja schon ziemlich auf Risiko, wenn wir die Partie natürlich gewinnen und ist bereit, da auch vielleicht ein bisschen suboptimal zu spielen in Eröffnung, um praktisch einen entspannenden Stand zu kriegen. Okay, aber das muss ja auf dem Bauernhof, falls auch B6 irgendwie hinauslaufen. Ich weiß nicht, aber so nach B4, aber einfach rockieren will und dann sagen, hier, spiele ich langsam oder aber sagt, hier, komm, und die sind echt, das was zu machen. Also ich wäre nach C1 mit dem Läufer gegangen, damit mein Springer statt nach C4 kriege aber und mein Läufer nach B2 wahrscheinlich stellen kann. Und jetzt so was für Springer B2 nach Dich. Na gut, du bist erst mal stabil, ne? Ja, Läufer B2. Ja, solche Steuern sind häufig nicht so klar. Und nach B6, aber Bauer ist Bauer, ne? Vielleicht vielleicht hier einfach den Laden jetzt erst mal zusammenhalten mit Läufer B7 oder Läufer E6. Und eigentlich stelle ich schon ganz okay. Ja, ich würde... Was er weiß falsch gemacht. HB kann es nicht sein, Springer H6. Na ja, da sagt man auch, komisch wäre er gespielt, er machte zwei Züge und schon schnell gut. Er ist aber auch ein Schachfuchs. Wäre es cleverer, den Springer nach C3 zu stellen, weil ich meine, wenn du halt eh nix drohst, also mit Springer C3 und B5 oder so was zu spielen vielleicht. Um sich das Feld D5 frei zu kämpfen. Ja, aber irgendwie... Aber das fand ich auch so beeindruckend an der ersten WM-Partie, ne? Also Karlsson hat irgendwie einfache und logische Züge gemacht und hat ihn einfach völlig überspielt. So, das war faszinierend. So, auf jeden Fall, da glaube ich, was er haben wollte, egal wie die Stellungseinschätzung ist, ist unausgeglichen, ne? Schwarzer Läuferpaar hat hier potenziell Königsangriff und weiß muss Druck machen am Darmflügel. Ja, jetzt wird Schacht gespielt und da ist Karlsson nicht so schlecht drin. Hm, da sprechen Sie vier, sie trotzdem logisch aus. Läufer 6, wie du sagst, auch sehr normal. Das droht FE. Ja, stimmt, jetzt liegt schon FE in der Luft. Scheiße, die Sprenger A3-Mann, der war einfach daneben, also sieht logisch aus. Aber jetzt muss ich schon einmal hier krummen Züge wie Dame E2 machen, um das hier alles gedeckt zu halten. Das soll ich nicht mein Traum. Naja, gar nicht verstehen. Jetzt einfach kurz auch gerade und warten, wenn der König hier hinkommt, dann fange ich vielleicht wirklich an. Mit F4G5. Woher das war ja auch nicht die Ende. Die Ende vom Lied ist. Ähm, solche Störungen hier, was auch immer. Dauert es noch eine ganze Weile, bis schwarz, was droht. Auf H5 habe ich zur Not auch noch Sprenger H2. Also unklar, aber ich glaube, Karlsson wird zufrieden sein. Und gleich auch erst mal ein gutes Ergebnis aus der Öffnung und jetzt wird hier auf alle möglichen Ergebnisse gespielt. So. Und damit C1. Subtil. Es wird ein bisschen gekünstelt, was weiß ich hier mal. Ich weiß nicht, ob die Dame nach B2 will. Oder ob er sich noch nicht mit C4 festlegen will. Hier vielleicht mit B5 arbeiten. Aber es sieht, wie du sagst, ein bisschen komisch aus. Ja, Karlsson wahrscheinlich einfach kurz rufen. Ah, hat er schon gemacht. Ja, ich meine, dass das Problem ist, weil es gehen ja auch irgendwann die Abfahrt der Züge irgendwie aus. Also würde er am liebsten kurz rufen und ein bisschen rauszögern, aber ich sehe jetzt keinen vernünftigen. Vielleicht kann man noch Tum B1 machen oder sowas. Aber eigentlich hat man ja A3 B4 gemacht, weil der Turm auf der A-Linie dann schon eine Aufgabe hat. Nö, mir gefällt die schwarze Stelle jetzt auch. Jetzt passt der Sprenger auf F7 auch gut rein. Macht seinen Job, deckt den E5, steht nicht im Weg. Läuferkammer E6, wird nicht mit Sprenger G5 genervt. Sieht was gut aus bei Magnus. Das ist einfach sehr natürlich, wie schwarz seine Figuren aufgestellt hat. Leco hat sich immer beschwert. Warum spielen die Leute alle Rosso Limo gegen Karlsson? Das liegt ihm, da kennt er sich aus. Und gleich scharfe Stellung. Aber zuletzt hat er halt auch zwei Partien gewonnen gegen das als sehr sicher geltende Sprenger C3. Also, wie man es macht. Gucken wir hin. Das hier ist mir ein Rätsel, warum weiß versucht F5 zu provozieren und schwarz es nicht macht. Sondern stattdessen hier F6 spielen, jetzt Tom Fc8. Wird bestimmt Gründe geben. Ich verstehe es nicht. Dame A4, Läufer B7, Cd, Ed. So, wahrscheinlich war konkret ein, wenn man Cd spielen in der Struktur war es nicht so toll. Jetzt wegen Tom Fc8. Und Tom Fc8, Dame A7, Läufer C8. Das hier ist eigentlich die Traumstruktur von Schwarz. Wenn man E.D. spielen muss, dann immer die Schwäche hier auf C6 so ein bisschen. Komisch koordiniert. Ich meine, das Ding hat es immerhin schon geschafft, den Katalanisch Springer zu installieren. Das ist ja immer, wenn Weiß es schafft, einen Springer nach D3 zu kriegen, dann hat der im Katalan immer schon was erreicht. Also, der Ulf Andersson hat die Schwäche. Marco Baldauf. In Berlin bekannt als der Baldauf-Springer. Der Springer auf D3. Der steht bald auf C5 dann oder was? So, was ist hier los? Springer G5. Ich wollte ja weg von dieser Partie. Aber wenn es gleich spannend wird. Ich lese auch in meinem Chat, er hat geblundert. Da habe ich mir gleich aufgelegt. Warum hat er geblundert? F4 oder was? F4 und dann direkt F3 hinterher oder was? So. 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 Jetzt könnte so. Dann findet der Weiße König zumindest erst mal kein sicheres Plätzchen mehr. Schwarz hat auch nichts von seiner Stabilität aufgegeben. G3 spielen muss. G4 jetzt auf A6. Sieht gut aus für Schwarz. Lässt es immer so leichter aussehen als Rosso Limon. Jahrzehnte dachten wir alle ist nichts als Leiden in dieser Struktur mit den schwarzen Steinen. Wegen dieser Läufern, den es hin kann. Und zack. Carlsen steht vielleicht besser nach 20 Zügen. Carlsen macht einfach ein paar logische Züge und dann kann der Läufer nach E6. Der hat alles Trick. E6 kann aber da habe ich auch nichts zu tun. Oh ja. Sieht gut aus. Ich muss ja Carlsen ist mit dem Sprenger weggegangen, ist auch nicht so unklimmer. Wahrscheinlich. Kurz springen D6 gespielt. Einfach gesagt wird. Es droht R4. Es war ja vor dem weißen Zug. Also weiß hat er schon da für D2 gespielt. Genau jetzt droht R4. Und jetzt gibt es ja auch Probleme auf E4 vielleicht mal. Ja, H6. Sieht schon konkret ziemlich gut aus, habe ich den Eindruck. Blaues Hemd, weißer Kragen, das ist schon schön. Gut, hier wenn man, wenn ich, ich H6 mache, du mal springe F3, will ich den E4 wahrscheinlich nicht so gerne den H6 tauschen, dann will ich den tauschen. Nö, wenn es so für Zucht haben, was bringt man? Ja, genau. Das sind wirklich auch ungern die Schwarzfeld in Läufer tauschen, wenn ich ehrlich bin, das ist ja damit verbunden. Du bist nicht so der Tauschfreund, ne? Ich bin kein, kein Tauschfreund. Okay. So, H6 hat er gemacht, springe F3, FND, und jetzt einfach König H7. Da hat er gesagt, hier, deck mal den E4. Ja. Ja. Gutes Argument, würde ich sagen. Dann sah man damals ja eins da auch schon so ein bisschen, ja, komisch aus, ist komisch, dass keine der weißen Figuren den E4 decken kann. Die stehen sich halt im Weg, ne? Läufer auf D2, wenn er springen D2, damit kann ich nach E2. Boah, ja, das ist ja... Ja, ziemlich ist, ich weiß nicht, aber es sieht nach einer Lehrstunde aus hier für Armin. Gucken wir bei Vesco gegen Maxi Bollmann. Ich nenne... Oh, ja. Es ist gar nichts los. A3 hat er gespielt, Turm C8, und ja, jetzt wäre lange auch gerade Zuchumstern zu dieser Weih natürlich erwähnt hatte. Wo weiß er eigentlich auf A3 festgelegt hat, nicht auf König B1. Ich glaube, König B1 gilt als ein bisschen teuflischer. Deshalb macht er was anderes. Dame F2. Droht, droht Trick. Ja, droht. Tschüss, Dame. Und Tum C6 und H4. Maxime, stell das nicht. Rockiert da rein. E2, Topallov sagt sich. Ja, vielleicht ruch ich sogar noch kurz für weiß. Jetzt sagt er sich. Ne, mein ich. Geblüft. Sprenger G6 auch logisch, deckt den Bauern und denkt an Sprenger F4. Ich weiß nicht, sehe nicht so richtiger Angriff auf der H-Linie. Und wenn es da keinen gibt, sehe das alles ganz harmonisch aus bei Schwarz. Ja, zumindest schon eine ganze Menge reicht. Mit dem doppelten Turm auf der C-Linie wird es ja auch irgendwann mal... Ja, genau. Das ist zumindest das Motiv, was es jeden Zug jetzt für weiß zu beachten gilt. Ja, das gefällt mir gut für Schwarz. Mir auch. Hast du getippt? Habe ich 0-1 getippt? Nee, du hast rumgelegt. Und ich habe gesagt, Topallov gewinnt. Ja, hätte ich mal. Wei gegen Nakamura. Oh, ist auch was passiert. Ja, das waren die hängenden Bauern und Nakamura hat, ja, direkt versucht, darum zu nerven. Und damit E2, damit D7, okay, hat nicht so schnell D4 gespielt. Ich habe jetzt mal hingestellt hier, jetzt D4, Sprenger A5. Aber ich muss sagen, hier, für meine Begriffe, meine Instinkte, Tom AD8 ist ein komischer Zeug. Ich würde denken, die gehören nach C8, falls ich hier mal eröffne, dass ich den C4 gleich anhalten kann. Das Tom AD8 überrascht mich müssen. Er wollte anscheinend mit der Dame nach C8. Und dann nach A8 weiter Maschinen und dann vielleicht die Türme zurückgruppieren. Das klingt mir zu kompliziert. Und er weiß eigentlich, reicht, was er erreichen will. Schauen wir mal, D5 durchsetzt, Sprenger E5 erst mal nix weg. Wie ist es denn mit dem D5, ist der vielleicht weg, wenn ich da mal A8 mache? Ne, schau mal. CD, dann A8. Es kam Springer D5. Achso. 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 Springer D5, Springer D5. Jetzt wird, wasch jetzt vermutlich C8. Ich dachte jetzt vielleicht Dame A8, aber jetzt, naja. Lass ich meinen Königsflügel sehr alleine, ne? Ja, das gefällt mir nicht. Schon einiges in der Luft. Schon einiges in der Ausspringer C6 geht ja auch. Ja, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne. Da muss man einmal Läufer F6 einschieben vielleicht. Bei mir gefällt die schwarze Störme nicht. Sieht so aus wie so alte Kromneck-Partien, wo es immer ganz einfach aussieht. So D4, C4, D4, Figuren aktiv. Aber kann ich auch, also nach Läufer F6, kann ich auch einfach Tom C1 und Springer C6 spielen. Das macht wieder auch glücklich als Weißer, oder? Hm. Oder auch direktes Springer, auch direktes Springer C6 ist wahrscheinlich interessant, weil du nicht auf B2 zwischennehmen kannst. Deswegen Springer E7. Ah, du kannst Tom ja auch vielleicht mal. Hm. Das irgendwie gefällt mir das gut für Weiß. Okay. Ja, mir gefällt die schwarze Störme überhaupt nicht. Die wird unterstellt, dass du beim Friseur warst. Das ist gelogen. Ich habe nur nicht die Haare gewaschen zwei Tage lang. Dann glänzen sie immer so ein bisschen. Warte mal, wie er sagt, er mag deine Locken. Heute hast du das Glätteisen ausgepackt, oder? Warteleisen. Ja. Warteleisen. Okay. Wo wir noch nicht viel geguckt haben. Hier ist hier Nipponischee gegen Sow. Und da, wir sind schon bei Zug 40 so gefühlt. Hier steht 25, aber es fühlt sich später an. Was hat Bauernmeer? Ja. Das hast du so schnell durchgezählt. Ja, ich war ziemlich gut im Zählen damals. Lesen konnte ich nie, aber zählen war ziemlich gut. Ah, eigentlich andersrum. Wir können zusammen, können wir ein gutes Buch lesen. So, ich höre hier Beschwerden, dass der Ton zu leise ist. Könnt ihr das bestätigen? Ist eigentlich alles eingestellt wie immer. Hier aber auf Maximum. Würde mich überraschen. Ich kann das Mikro noch ein bisschen dichter zu uns ran ziehen. Ich bin ja gerne auch Mikro, Mikroberdiener. Aber jetzt kriegen wir genug Feedback. Ton ist okay. Dann ist dein Computer schuld. Einfach selber lauter machen. Schad nicht. Läufer zu 5, deckt den Bauern. Und wahrscheinlich will man nach E3 gehen und dann den B7 schlagen. Ja, wenn es hier keinen Trick gibt und ich sehe keinen, dann steht Weiß einfach fast auf Gewinn, oder? Vielleicht muss er ja noch wegnehmen, weil Läufer E3 kann ich nicht zulassen. Aber wie kriege ich jetzt den B6? Turm B1 ist auch noch da. Ja, Turm B1 ist im Spiel. Der Läufer auf G7 ist jetzt auch erstmal nur eine Verteidigung. Die gute Springer auf F3 macht auch noch nicht so viel. Ja, aber der Meerbauer ist Meerbauer. Ja, so kam es schlägt. Turm A6, Turm B1. Ich glaube, wenn die kommen nicht hier gleich die S verlieren, sehen wir morgen wieder mit Tolle. Hochiho meint. Neppo sieht auch unglücklich aus. Ich weiß nicht, das sieht manchmal ein bisschen genervt aus. Aber... Vielleicht hast du recht. Ich finde jetzt sieht manchmal ein bisschen so aus, als wäre er gerade aufgestanden. Ist er gleich auch eigentlich. Wo war er jetzt mal? Wesley ist so schwer zu lesen. So wie Zahlen. Ja, das scheint auf jeden Fall erstmal mehr war für Weiß zu sein. Da muss ich noch eine Husten, ich habe Geräusche gehört. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Und König auf E2. Aber Figur... Ach, Magnus hat eine Qualle mehr. Okay, das müssen wir doch hier schnell nacharbeiten. Der Bauer war weg, das haben wir festgestellt. Sprenger C4 versucht hier so einen Gegendoppelangriff zu machen. Ja, mit dem König in der Mitte gegen das Läuferpaar. Sieht das alles ungesund aus. Na okay, jetzt geht der Sprenger weg und dann... Massaker. Jetzt hängt B4. Wenn der Sprenger weggeht, kommt erst nur das Schach. Okay, die 2 sind wir weg und A5. Quale mehr, öffne die Stellung. König safe. Ist schon so. Im Aufgabeterritorium. Gut, Magnus gewinnt. MWL... Ich mag irgendwie die... Rein gefühlstechnisch gefällt mir die schwarze Stellung irgendwie. In Berlin sagt man stabil. Ist ein Album von Flair, oder? Kann sein. Ich weiß nicht genau. Stabil sagt man immer. Wobei natürlich auch... Das ist jetzt auch noch nicht Hoffnungssuche für Top Erlaub oder sowas. Es droht Turm schlägt G5 wahrscheinlich. Ja. Ja. Oder kommt dann E5? Mit der Konterattacke. Dann kann man wahrscheinlich eine Quale irgendwie geben, ne? Dann haben wir gesagt mal eine heiße Kirsche. So, jetzt gleich Turm G5 machen. E5, E5. Dann kann ich auch noch mal. Nein, nein, nein. So, König E2 muss schon kommen, aber das gefällt mir nicht. So, wenn mir gar nichts einfällt, mache ich Turm G5 oder erst noch Turm G4 und dann Turm G5 oder sowas. Oder kommt dann immer B4? Turm G3. Aber erstmal so sieht normal aus. Würde auch die Option ins Spiel bringen, dass ich Turm G5 mache, weil ich dann auch B4 einfach im Turm schlagen kann, wenn eine Dame... ...den eigenen Turm nicht denken. Was wäre hier die logische Antwort? Dame D3 vermutlich, oder? Oh, hoff. Ich weiß es nicht. Ne. Da ein B6 liegt auch in der Luft, weil das ist eine sehr rechenlastige Stellung, was eigentlich... ...Maxims natürliches Habitat ist. Also einfach Varianten rechnen, so ohne ganz konkrete Muster, ist er brutal stark. Und damit B6 sind ziemlich fies aus, oder? Kann ich irgendwas machen da? In der Haarlinie? Nicht so schnell, ne? Ich kann einfach ein Schnapp, ne? Na ja, damit B5. Wir müssen rechnen, ich hab's befürchtet. Schlägt Schach. Ich hab' da und der von B4 blöd, also hier. Und jetzt, wer ist schneller matt? Welch matt, wenn ich da mit B5 oder sowas spiele? Du hast das Rechengesicht, auch wie es ja schon. Ja, ich kann nicht anders gucken. Ja, das sehe ich nicht. Ja, das sehe ich auch. Ja, aber der König verschwindet einfach nach H3. Ja, vielleicht kann man auch. Ja, okay, vielleicht auch. Aber jetzt beim E6, oder? Ja. Achso, die Dame E6. Jetzt kommst du mich erstmal im König nach H3 treiben und dann C3 nehmen oder sowas. Achso, ja. Achso, ja. Ich weiß nicht, mach aber irgendwas. Aber wie soll ich C3 nehmen? Da bin ich nicht mattiert. Es droht zweimal wahrscheinlich, ne? Tum 8 und Tum E7. Na, da können wir kurz zeigen, hier Tum E7. Das ist hübsch. Und matt. Nichts davon kam auch nur Ansatz, aber es waren interessante Amtspiele. Er hat den A4 sofort E5 gemacht, um die Lage zu klären. A4 Springer E5. Und ja, der Springer steht erstmal stabil, wie man da muss er. Gar nicht mal so unlogisch, ne? Weiß kann ich jetzt nicht mehr auf C4 nehmen, weil dann Springer A3 schafft, also die Dame gewinnt. Und es drohen ähnliche Motive wie eben, nur das Weiß weniger Gegenspieler hat, habe ich den Eindruck. Hier fällt die weiße Stern nicht. Der Turm fehlt einfach auf H1 und man ist irgendwie nicht rechtzeitig da. Ja, das ist vor allem ganz clever, wir haben ja den weißen König schnell nach E2 getrieben. Wenn man den halt noch auf E1 stehen lässt, ist es halt fies für Weiß, ne? Oh, hier, es gibt Lob auf Twitch. Von wem? Von McBain. Er sagt, haha, ihr seid super sympathisch und witzig. War das so? Danke. Aber... Es ist natürlich viel Druck jetzt, ne? Um dann weiter so sympathisch zu bleiben. Nee, ne? Die nächsten Stunden noch? Auf jeden Fall, ja. Hm. Aber vielleicht liegt das auch einfach in der Natur der Sache. Wollte einfach irgendwas sagen. Jojo. Musst du mir jetzt die Sprache verschlagen? Ja. Ja. Wesley hat noch seinen Bauern mehr, jetzt kommt er hier auch langsam an. Ja, das... Kann man nicht vorstellen, dass ne Pomloschee genug Gegenspiel organisiert kriegt? Ne. Ne, E5 fängt auch noch. Oh, noch mehr Lob, auch im Chess24 Chat. Bruns sagt Lob auch von mir. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank, dass überhaupt Leute da sind. Hier soll ich... Also Jan, du bist echt eine coole Socke. Unter anderem auch. Er hat einen Namen. Ja. Diese Berger-Objektifizierung. Ich sage mal Wörter, weil ich nicht weiß, was sie heißen, aber ich hoffe, dass ich schlauer klinge. Auf jeden Fall. Also mich hat sogar extrem beeindruckt. Hm. Ich glaube, Magnus ist heute unbeeindruckt. Ja. Tropsklutsch-Situation, wie du sagen würdest. Ja. Ja. Und ich lese auch Kajakina was eingestellt. Ist das die Kajakin-Partie? Ach so. Ja. Was hat er eingestellt? Was hat er eingestellt? So, uns gefiel die Stellung ja schon noch nicht. Und häufig ist in einer schlechten Stellung ein Einsteller so natürlich wie das Lächeln eines Babys. Hast du gesagt? Kaffee, Mann, dein Kaffee riechen. So wurde aber eingestellt. Die Stellung ist aber blöd, ne? Zu viel Angreifer. Ah, das... Jetzt noch F5. Ja, hier tanzen die weißen Figuren. Hier ist das Ding, glaube ich, auch schwer zu stoppen. Also selbst für jemanden mit Kajakins Verteidigungshärte ist aber viel zu viele Figuren im Angriff. F5, Dame C2 noch, wenn es sein muss. FG Dame C2, Springer H4. Ja. Geht von, kann ich H4 spielen? Vielleicht kann ich auch schnell wieder das Opfern. Ein Schwarz kann überhaupt nichts ziehen, ne? Also Tum C7 oder sowas, damit er den Springer nach F8 stellen kann. Aber das... Wenn man langweilig wäre, kann ich ja auch ein Läufer F7 mal überlegen. So für Tormier 8 und FG. Ne, ist einfach strategisch hier völlig schief gelaufen. Und... Wahrscheinlich ist Quatsch, aber ich verstehe auch nicht. Warum hier nicht einfach mal F5 gespielt? Könnten wir versuchen, der Sache nochmal auf den Grund zu gehen, aber... Und nach Turm schlägt E8, statt Dame schlägt C... Statt Dame E8, wird Turm C6 gekommen. Ah, das ist der Einsteller wahrscheinlich, dass er hier mit der Dame wieder nehmen musste, wonach er fürchterlich steht. Und das hat er übersehen. Das war's ja. Vielen Dank an EasyRider27. Okay. Und Doppelangriff. Na, auch hier die weißen Figuren sind ja alle schon so mega aktiv gewesen. Das... Es lag in der Luft. Also läuft bald Ding. Zum Glück habe ich 1,0 getippt auch, glaube ich. Ja, okay. Er hat jetzt auf G6 genommen, da haben wir jetzt zwei gespielt, noch wie du gesagt hast. Ich habe sicherheitshalber alle, die gerade in Züge gesagt. Aber er ignoriert doch einfach, dass er die ganze Zeit angegriffen ist, ne? Ja, wahrscheinlich vielleicht zurecht, ne? Ich habe Dame G6 und droht Schachmatt. Und du kannst wenig dagegen machen, ne? Wenn du nicht die Dame geben willst. Drei attacking units, keine Verteidigungsunit, Feierabend. Ja, da hat er sich auch schon geschlagen gegeben. Und das ist ein bisschen wie man immer diesen Angriffs Schachbücher anliest, ne? Wenn man 17 Figuren mehr im Angriff hat, als Schwarz Verteidiger hat, dann hat man gute Chancen und so. Ja. Und Kajakien hat auch genug gesehen, noch damals C2 schon. Ja. Überraschend glatter Sieg. Glatter Sieg für Ding. Habe ich, glaube ich, getippt. Achso. Wir haben hoffentlich wieder jemand, der mitgeschrieben hat. Ich hatte vier Remis getippt. Ich glaube, es läuft nicht gut für mich. Ich hatte ziemlich viele entschiedene Partien, glaube ich. Hier werden wir, glaube ich, beide, wie Carlsen auch, den vollen Punkt holen. Aber bleiben wir hier, dass sie ganz spannend aus. Sieht schon gut aus für Schwarz, rein optisch erst mal. Ich glaube auch, so steht weiß auch noch und technisch. Also König D1 Dame F1 ist matt. Achso. F2, Tom F3. Sieht auch mattig aus. Ist auch schon aufgegeben, ne? Ja, ist auch Feierabend und alles andere gewinnen, die Damen, oder? Hier habe ich noch kein matt gesehen, aber das ist eins. Ja. Eins reicht. König E1, Sprenger F3 macht es auch nicht besser. Ja, war. Magst du mir nochmal zeigen, wie das gekommen ist jetzt? Also es kam Springer E5. Turm D1, okay. Jetzt hat er einfach auf E2 genommen und dann hat er auf C3 geklappt. Ja, und dann, also Turm C3 einmal und dann damit B5. Wieder das Angreifer denken, ne? Ziemlich easier. Die Türme, gerade der Turm verteidigt nicht so richtig. Ja, da lief es falsch für Topalov. Ich vermute im Nachhinein, dass den König nicht früh zu evakuieren. Doch zu riskant war dieses Dame F2, H4. Blinger und König der in der Mitte hängen. Und... Da hat er dann stark, stark gespielt. Ja, das sind seine Stimme, die Gegner totrechnen kannst du. Dann ist es echt. Gegen so einen Karsel sieht es manchmal blöd aus, aber normal ist es schwer zu stoppen. Hm. So, bleiben wir da. Ja. Wobei die Schirnk lässt mich nicht so an. Achso, die... Weißhauter gewinnt. So in der Theorie. Und Weiyi hat irgendwie mit dem Läufer auf D5 nochmal, also die Läufer auf dem Brett genommen. Das hätte ich gar nicht gemacht. Irgendwie als weißer. Ich kann nicht planen. Hm. Das habe ich auch nicht gemacht. So gefühlt, weil der ein bisschen abgestellte Stimme vielleicht. Achso. Hahaha. Okay. Ja. Okay. Das könnte auch die Erklärung für Dame C8 tatsächlich sein. Okay. Okay. So schlägt er noch 6 Uhr. Jetzt hat Schwarzweg. Wenigstens Felder für seine Figuren. Kann sehen, dass er mal ein bisschen schlechter steht, aber ohne diesen eingeklemmten Läufer, der nicht so eingeklemmt war. Das Ganze vielleicht nicht so schlimm. F4, ich habe auch immer gemischte Gefühle. Schwächt den König und so weiter und so fort. Ja. Erst den Weißfelder tauschen, dann F4 spielen. Das fühlt sich nicht richtig an. Hm. Trotzdem, wie spielt Schwarz? Kann hier schon ganz primitiv auf Bauanfang gehen? Das ist so primitiv. Wahrscheinlich geht es nicht wegen oder der Bauanfang geht nicht wegen Läufer B6. Achso. Ich hätte jetzt. Achso. Ja, okay. Das ist natürlich noch. Dass er auch Dame F2 würde den Bauanfang verhindern. Aber statt auf C5 nehmen kann Läufer A3 ab am Ende. Aber das, was du gezeigt hast, ist glaube ich noch ein bisschen überzeugender. Läufer D4 einfach Tempo mitnehmen. Ja. Da kann man noch einen normalen Zug. Schößen Tom F8, Dame H5 greift er meinen F7 an. Hm. Tja. Heschi mal nicht ungedeckt gelassen. Hikaru. Hikaru. Ah, der Gute. Ich habe nur irgendwo gelesen, dass irgendeiner abgewandert ist. Ich mache es die Show hier immer spoilerfrei. Ja, okay. Das ist... Nicht zu viel sagen zur Trachten-Situation. Alles klar. Hikaru, sieht er besorgt aus oder nicht so besorgt? Da haben W7 gespielt. Da kann man die Stellung auf dem Brett hier in der Großaufnahme noch nicht so gut erkennen. Er sieht konzentriert aus. Besorgt dir der jetzt nicht unbedingt aus. Stimmt, das ist eher so Rechengesicht. Bei beiden. So, geht der weiße Bauer jetzt weiter nach vorne oder was macht man hier mit Weiß? D6 würde mein D7 drohen. Ich schalte wieder auf die Brettkamera. Mein Stuhl quietscht heute. Entschuldigung dafür. So, D6 ist bestimmt konkret nicht gut. Kann ich jetzt auch E5 nehmen? Und Springer C4 machen? Aber E5 fängt auch gar nicht, ne? Ah, aber es macht schon auch ein bisschen Stress irgendwie. Mach mir ein bisschen Angst, aber andererseits, Springer E3 haste keine Angst vor, ne? Achso, ja, dann mal Springer E3. Droht auch immer ein Mat auf G2. Ja, ja. Das macht mir dann noch mehr Angst. Soll ich vielleicht hier, ne? Ja. Das war meine Befürchtung. Oh, jetzt muss ich einen guten Zug haben. Okay. Jetzt freue ich dich einen guten Zug. G6 will man natürlich so strategisch nicht so gerne, weil es die schwarzen Felder noch mal weiter schwächt. Aber vielleicht geht es hier eher um Tempi. Ich habe aber auch nicht gesehen, muss ich stehen noch da mit G5. Wie es weiter geht. Und wenn es nicht weiter geht, dann kann es auch schnell andersrum jemanden machen. Ja. Kann ich profilaktisch spielen, anstatt dass ich auf E5 direkt nehme, sowas wie Turm E6 zu machen vielleicht? Und ich so ein bisschen zu D7 zu. Also wenn du jetzt D7 machst, dann kann ich einfach auf E5 nehmen und dann hängt der D7. Oder bin ich da irgendwie Grundrein mal spielen? Mit Dame S7 bin ich Grundrein mal, oder? Das wäre hübsch. Das wäre hübsch. Das wäre wirklich hübsch. Da wir hier erst G6 spielen. Das wäre nicht so hübsch. Naja, jetzt müssen wir das durchziehen. Dame H7 ein. So. Was kann ich denn hier machen? Ich kann den D7 nicht decken. Und mir bringt Dame F7 jetzt kein Motiv mehr. Ja, das ist blöd. Es sei denn, ich habe hier noch irgendwas cleveres. So wie Dame. Kann ich Dame H6. Dame H6. Drum D7 Läufer A3. Immer auf den Opa. Ja, und dann E6 daher schießen. Das sieht gefährlich aus. Schon gefährlich aus, ne? Der Matte aus, ehrlich gesagt. Ja. Schon schön auch, ja. Einfach wieder nehmen. E4. Ich war nicht sicher. Wir sind natürlich wieder viel zu weit, aber nur um ein paar Ideen zu zeigen. Hier überlebt Schwarz, glaube ich. Damit D7 noch. Ja. Ja. Aber das kann auch noch nicht. Ja. Ich meine, das kann man optimieren. Das sehe nicht, wie ehrlich gesagt. Okay. Tauschen und E6 geht nicht, was immer da mit D4 schafft. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm. Ja. Kurze Zwischenmeldung. Karlsson hat gewonnen. Keine gigantische Überraschung. Das denke ich auch. Ja. Magamora Turm E6 gemacht. Siehst du? Genau das, was wir jetzt hier gerade diskutiert haben, quasi hat er jetzt. Also könnte kommen, wenn weiße D7 spielt. Ja. Aber es funktioniert ja anscheinend nicht. So wie Nakamura über Kaspar auch gesagt hat. Er braucht häufig ein bisschen länger als mein Trainer Chris Littlejohn. Aber am Ende kommt er zum selben Ergebnis. Also Nakamura braucht halt ein bisschen, um die Züge, die wir zu sagen, zu finden. Aber dann am Ende. Ist er doch da. Spaß. Spaß. Rigos Chess auf Twitch fragt, das Jan reads das Chat. Ist das Englisch oder in Englisch-Deutsch schon so das Jan oder meinst du? Liest das Jan T-Chat? Liest das Jan T-Chat. Egal was damit gemeint ist, die Antwort ist ja. Auf jeden Fall. So, paar Zwischenergebnisse. Weisley Sow hat gewonnen, wie verkündet, oder wie erwartet gegen Nepomneschi. Sprengt ihr sieben hier am Ende. Druck normale mit den Schachs. Das hast du mich auch angesagt. Läuft bei dir. Dingeren hat Schneider gewonnen. Mal behaupten. MWL hat gewonnen mit Schwarz gegen Topalov. Und Kasen hat gewonnen gegen Amin. Wir gucken uns das gleich noch näher an. In unserer beliebten Zusammenfassungsrunde. Aber erstmal haben wir noch eine Partie am Laufen. Ah, Tom FV1 hat er erstmal gemacht. Okay. Und jetzt G6. Die Stellungseinschätzung steht und fällt so ein bisschen mit den Bauern auf D6, oder? Wenn er stark ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn ich ehrlich bin, kann ich mir nicht vorstellen, was hier besser steht. Ich mir auch nicht. Ich habe nicht wieder das Angreifer-Ding. Ich habe nicht so wie Angreifer. Der Sprenger ist ganz hübsch, kann aber zum richtigen Zeitpunkt geschlagen werden. Der Bauer neigt zur Schwäche. Der steht zwar am Rand, ist aber schnell wieder. Schnell wieder am Start. Das ist heute okay sein für die Kau. Der Sprenger auf E5 kann man auch nie irgendwas Aktives machen, weil der B2 hängt. Dame H3. Jetzt haben wir einen Bauern weg. Ach, der hängt sogar direkt. Die Dame streicht zwar C8, aber unterstützt auch nicht. Und Sprenger G4. Ach so, ich habe wieder Mathe übersehen. Ich wollte ihn wegnehmen. Okay, das ist die Idee von Dame H3. Auf D6 hat er nicht. Doch, ist Partie. So steht es. Schrenger G4. Muss ich wieder alles zurücknehmen, was ich gesagt habe. Sehen wir Kopfschütteln mal Hicaro? Aber das ist doch feiert. Daher. Wir sehen auch Kopfschütteln. Ich habe es auch übersehen. Hicaro. Also sind wir eigentlich wieder Sympathik oder? Mit einem kurzen optimistischen Micken. Vielleicht kann man die Lieder davon überzeugen. Ja, ja. Okay. Auch hier wieder. Ich habe es schneller übersehen als Hicaro, ne? Und Woyer sieht es auch optimistisch aus. Nach Kamoran nickt sich noch mal Mut zu. Ich glaube, es ist zu spät. Tome 8 sind ziemlich kräftige Drohungen. Ja, Lefe 7 ist irgendwie der einzige Zug, der überhaupt geht, oder? Ja, das stimmt. Aber das kann nicht. Ja, das muss. Bestimmt, Erwin macht Dame H6. Lefe 7 mal gespielt. Und Juanito, wie er unsere spanischen Freundin, dann Woyer, spielt Dame H6. Mach, das kann ich einfach. Kann ich einfach. Oh, ich will was zeigen. Ja, okay. Schach. 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 Und noch mal Schach. Ist das schön. Ja, auch beim 3 Schach hätte es jetzt gewonnen. Ja. Das ist sehr schön. Aber das ist genau. Jetzt kann man H6. Beziehungsweise Nakamura wollte ihm nicht Laufelfacht. Damit geht sie natürlich nebenlösig. Dann sind wir weg. Und hier gibt es Probleme. Das ist einfach Schicht. Es droht matt. Hier das gleiche Problem. Zack, zack. Zack. Ja. Probieren wir mal so. Probieren wir mal so. Die Dame willst du, du willst die Dame, ach du willst Dame F7 machen? Ja. Nicht gerne. Aber ich hatte so viel Schachs, das habe ich nicht gesehen. Ah, komm nicht auf 2. Aber Dame F7 geht nicht, wegen Dame schlägt der Fach ein Springer H6. Ah, dann haben wir doch wieder das. Und das matt. Zack. Also wenn du mich nicht mit Schachs, mit dem Turm auf der D-Linie irgendwie kriegst, dann ist es vorbei. Ich glaube nicht. Dafür war A8 gespielt. Was auch sonst. Schach bin hier auf 2. Schach bin hier auf 2. Schach bin hier auf 3. Köche 1. Sprenz 4. Soll ich eher vermeiden. Aber auch hier. Hübsches matt. Ist das matt? Ja. Also. Jetzt geht halt nur da mal H1 Schach, ne? Aber das ist es ja nicht. Ja. Das kann nicht genug Schachs sein, oder? König E2. In welchen Springer dazwischenbattern ist immer vorbei. Und ausgeschafft. Das ist was ich schon mal. Turm D1 Schach. Haben wir einen Schach übersehen? Ah, Dame der 7 Dame E8. SC der Nakamura. Okay. Erstmal den. Den hätte ich auch gemacht. Aber dann kommt Turm D2. Ändert das was? Ist das eine verrückte Turmsituation? Ich glaube nicht. Also. König E3 Springer C4 Matt hat man schon. Hm. König E1 ist so viel Erholung. Verrückte Welt. Na ja. Mit allen Tricks. So. Wo? Okay. Werden wir gleich checken. Aber weiß hat bestimmt irgendwo ein Gewinn ausgelassen. Das sah matt aus. König E1 Turm D1. Und ja. Wenn er schlägt. Noch mal zur Erklärung kommt. Dame D7 Schach. Dame schlägt E8. Als kleinste Lösung. Und wenn jemand besser steht. Dann schwarz auf einmal. Weil die hier alle ein bisschen abseits stehen. Deshalb musste er weiß ich nicht. Das ist ein Dauerstock. Seien die Kampel schlägt D1. Wahrscheinlich keine Lust auf Remi. Aber ich sehe mal die ganze Zeit so gut stand. Und damit D7 Läufer D4. Ah. Wieder ein Trick. Dame E8. Geht nicht wegen Sprecher 6. Aber jetzt nach Dame D4. Ist der Tum nicht mehr gegabelt? Ist er wirklich nicht mehr? König E2? Da müssen wir Zug für Zug arbeiten. Ich muss immer im nächsten Zug keine Gabel zulassen. Aber ich dachte König E2 wäre clever. Weil ich jetzt irgendwie nach H3 laufe. Da bin ich safe. Wo gebe ich jetzt Schach? König E1-2 gemacht. König E2. Ähnliche Problematik. Achso. Ja. Ich dachte du machst du Dame G1, Dame G2. Aber ich habe ja wieder Springer F2 und das gleiche Problem. Dass du dann hast. Gefühlt hat Schwarz ja mindestens Dauerschach. Man muss es auch noch beweisen. Ich glaube, ich gebe E1-2. 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 Ich bin schon schon. Ich sehe auch nichts heute. Achso, ich kann doch König G2 machen. König H3. Auf Dame C1. Ach, meine Dame hängt auch am Ende. Ah ne. Doch. Mist. Das war ein Wechselwart der Gefühle. Ja, das war wirklich gerade ein Wechselwart der Gefühle. So, jetzt brauche ich nur noch Matt. Ja Mist, meine Dame hängt auch. Ne, das geht natürlich nicht. Okay, König F2. Ich kann nicht über F3 laufen. Ich muss über G1. Aber ich komme ja nie nach G2. Nein, G2 ist vermied. Da hat C2 Schach. Jetzt ist es mal noch hier. Zug für Erholung gleich. Oder was? König F1. Da hat C1 wir unsere Startstellung. Verrückt. Okay, macht König E2 oder sowas? Das sah aus wie König E2. 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 Achso. Ich glaube, es ist Zug für Erholung. Also nicht technisch dauer Schach. Aber Remy. Na, kannst ja nix dazwischen ziehen. Ich glaube, man kann auch schon so leicht flirten. Da eben rüber. Gut, so. Okay, machen wir Schluss vor heute. Ich kann mich täuschen. Und hier, wir haben noch erwähnt, ne? F4. Ohne F4. Können wir uns einfach damals schlicht zu einspielen. Ja. Das stimmt. Und im positiven Sinn hat er uns überhaupt nicht geholfen dazu. Nix. Ja, der anstatt F4 wahrscheinlich direkt rum R4 1 machen soll mal. Hm. Ja, ich weiß nicht, der Läufer schlicht E5 in der irgendwelchen Varianten. Ja. Und Nakamura grinst, ist da glaube ich von der Schippe gesprungen. Jetzt wo alle Partien vorbei sind, gucken wir kurz auf die Ergebnisse. Und dann gucken wir, wie und ob Weiji hier gewinnen konnte. Guck mal, du hast fast alle Remis getippt. Ich hatte ziemlich viele Entschiedene für Team. Ja. Ich glaube, das lief gut für mich, oder? Gefühlt. Ja, Remis. Hm. Also, Karsen gewinnt weiter. Liegt damit natürlich auch weit in Führung. Jetzt 12 aus 14. Dank Nakamura's Remis. Nakamura zweiter Platz 9 aus 14. Nach seinem etwas glücklichen Remis hier gegen Weiji. Oder er kämpft, wie man es hin will. Dingley Ring gewinnt mit Weiß gegen Kajakin. Wesley Soe gewinnt mit Weiß gegen den Pomnachy. Topperler verliert mit Weiß gegen MWL. So, wir müssen einmal rausfinden, oder? Ich muss einmal rausfinden. Ja. Wie Weiji hier gewinnen konnte. Und dann kommen wir zu unserer liebten Rubrik. Jan macht die Engine an und redet von sich in der dritten Person. Danke. E7. Dame H6. F6. Jetzt ja gern nochmal selber rausgefunden. Okay. Jetzt gucken wir auch nach F5 einfach. Ja. Übersehen. Aber F5 finde ich. Geh dann auch nicht so leicht von der Hand hier. Deck das feld C1 für am Ende. Ach so. Im Prinzip die selbe Idee wie F2 zurück. Nur egal. Okay. Das ist teuflisch. Außerdem könnte ich mir vorstellen, das ist einfach Springer. Ach so. Ich will nur hier vergleichsmäßig einmal gucken. Ja, deckt vor allem noch dieses Feld. Auch teuflisch. Deck ziemlich viele Felder. Okay. Wahrscheinlich. Gut, aber da hat er vielleicht auch einfach nicht kommen sehen. Also ich meine. Turm. Der 1. Der 2. Der 1. Der 1. Oder ich war näher. Ich glaube, ich hätte so weit gerechnet und ich妙 da dachte, ok. Jetzt gibt's Feierabend. Der 1. Ja. Schönes Comeback von Nakamura. Ich lese Läufer A3 was zu finden ja. Läufer A3 will man eigentlich spielen, es gewinnt vielleicht die Quale aber hier denkt man, dass match nach der MAKH66. Jetzt kann ich schon verstehen. Es geht nicht darum, dass er irgendwas nicht gefunden hat. Dachte halt, dass er gewinnt und hat dann nichts anderes gesehen, also was er nicht gefunden hat. ist die verteidigungs ressource turm der anschlag schon gespielt wenn man das sieht dann erklärt sich f5 leicht brot was und gewinnt damit im prinzip das tempo was man brauchen diese felder zu decken ist aber sowas wie ganz ganz nur mein interesse halber 6 58 also turm e7 wäre auch der gleiche da hast du das gleiche prinzip ich habe gesagt um die sieben kandidaten werber steht wahrscheinlich ich glaube damit sieht man das wäre nicht so toll den läufer e7 ist aber so trotzdem hat an die das könig g7 ist ich dachte muss nach acht und habe ich glaube sechs mal okay ja das war ziemlich ja das so laufer h6 auch nicht schlecht weil ich dafür gedeckt ist das war auch meine befürchtung aber ja ich glaube hier fehlen einfach viele wege nach oben ich glaube sieben ist einfach überhaupt okay heiße kirche was wir zusammen carlson gewinnt überraschend glatt und schnell mit schwarz gegen kostenlose trainingsstunde der welt sauer sein amine jetzt krieg ich ja nicht wollten wir zu machen somit aminosäure bereichen formel wird sauer sein aber ich habe es nicht gelandet jetzt also hier sprechen geht von verstand echt mit weiß nach zehn zügen schon schlecht also damit sehr eins hast du gleich gesagt hier ein bisschen gekünstelt kommt gesagt damit zwei normale stellung oder sprecher c4 ich glaube so was haben angeguckt laufer e6 dame e2 wo wir dachten wir carson zufrieden sein aber stellung ja es unklar hat haben sie eins war zu subtil danach war es echt schon spiel auf ein tor wenn du jetzt auch hier ist dann kriegst du halt diesen angriff hier super schnell reingedrückt computer wie sogar sb vom spiel sagen aber auch g5 aus menschensicht das sieht toll nicht gut aus und spreche geht von das kann aber auch nicht gut gehen und spannend hier sagt starker zog und jetzt stehen die weißfiguren alle jetzt hat es halt echt ein riesenproblem es droht einfach f4 mit figuren gewinnen und es droht einfach h6 nebst er wegen könig h7 und bauerwerk tatsächlich schon aus ich sehe jetzt habe ich richtig gelesen erst mal die beliebte frage das auf twitter die lor schon sagen wie das indische großmeister mit über 27 sagt okay gegen kann man verlieren aber müsst ihr euch jede partie selber umbringen ich glaube caruana gestern war in der englischen show auch sowas ähnliches gesagt es würde helfen werden sie aufhören alle suizid zu begehen gegen kreisen aber leichter gesagt hat es getan also gut in form ist ja natürlich anzupassen so bestimmt schon ich glaube kann es auch selber gesagt dass wenn er so ein run hat dann fangen die leute auch an schlechter gegen sie haben angst und so weiter und so fort trotzdem kann er nix für also kann schon was für vor allen dingen kannst du dann auch halt also ich meine es macht er halt nicht aber du kannst du so kleine semi blöds aufstarten also so weißt du so dass du die leute glauben dir dann viel mehr bei einem schach ist es immer und lecker wieder sagen warum spielte alle diese struktur wenn jetzt nicht analysiert hat zu gefährlich gegen karlsson ich denke von von überrascht hier ich denke er hatte sich vorbereitet auf dieses springer 6 spannende 7 sehr zuletzt die mode variante war und nachher von war so ein bisschen aus dem buch aber gegen karlsson c5 e5 immer erste chance was sagt die engine damit die zwei kreativ ich würde den ganzen tag und so wie e5 machen wenn der beste zu den der gegner am brett finden muss damit die zwei ist ja ich glaube dass damit jetzt mal der beste zu uns gesagt so was gab es noch maxim hat relativ glatt und hübsch gewonnen hier sein neidorf theorie diskussion eine theorie war das topverlauf hier trotz allem hätte rein rochieren sollen wobei der computer dem gefällt es auch was topverlauf gemacht hat damals 2 und c6 h4 aber jetzt ändert er schon ein bisschen seine meinung hier kurz hoch hat es halt auch recht frechner also ich würde ich glaube topatum h5 gegen das ging das problem langsam los das kann sein als verlehrer zeit und deshalb kam hatte auf der h linie zu holen ja und der könig kommt nicht mehr aus der mitte also hier kannst du ja noch kurz auf ihren oder sowas irgendwas damit drei und ausgleich und ja also recht von h5 hat sich verzettelt jetzt war schwarz einfach schneller und da verzeiht ein maxim hat auch nicht g4 ist das verstehen ton der 1 ton b6 kann nicht aber ich glaube auch die partie folge ist eine gewinnstürme für schwarz also klar sich für mwl bei dem es ja bisher nicht so lief und ich glaube jetzt kriegt der bleibes antrieb was war bei wesley los genau schon damit die partie gar nicht verfolgt sondern nur die öffnung kurz gesehen so vieles manövriere und schwarz nicht zu d5 kommt weil der e5 zu weich ist dann steht er immer ein b4 oder d4 und so schön war ja ja ich habe überspielt der westlichen und schon sagt der bauer weg kommt danach haben wir das bisschen gesehen hier dachten aber schon immer da zeigt sich dann noch so ein bisschen die mangelnde praxiserfahrung von dem komische wahrscheinlich diesen stellungstypen da werte mir einiges voraus dann das spielt ist auch mit beiden farben so welche strukturen zumindest werden es eingangs gesagt eine komische relativ neuer e4 vom spieler sind in diesem turnier ja zum ersten mal seit längerer zeit regelmäßig und ja hier ziemlich unter die räder gekommen eigentlich auch ein großer neidorf verfechter und auch einer von den leuten eher ein enges repertoire habe ich immer grünfeld neidorf oder pärz gegen anisch gieriger und zumal grün für nach na gut hier nun einfach springen f6 und springer war also sagt 9 plus 9 reicht das am anfang hier rigor stress im twitter kann ich so deutsch und wir sollten netz sein ich glaube dass man absicht wir schon definitiv 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 nach der mr kreis und dankeschön ich bin sehr proud auf meine internationale skills ich glaube er ist deutsch fuchs ich mag mich täuschen den leeren soweit ich weiß spricht überhaupt kein deutsch was los bei dir und nix kommt zurück nix los mit dem bein kaputt ja das war fratzengeweide der einsteller hier oder das übersehen von kayaking glaube ich man hier nicht mit dem turm schlagen kann aber die struktur hatten wir erwähnt vielmehr schon hier aber kayaking muss man auch erstmal so überspielen wobei wird häufiger überspielt auch meistens fuhl der sich dann noch raus ermittet aber nicht mit dingen ich glaube das ist auch das was ihm richtig spaß macht wenn er so richtig schlecht steht dass er sich dann endlich verteidigen kann ich suche uns hier einmal die neue live pm ist vorhin hier oben muss jetzt machen das geschlossen ist gespeichert gespeichert welche runde kurs ist es 8 und waren jetzt weiter nach der berechnung nach meiner berechnung können noch ein bisschen probleme gleich wieder schnelle runde in 20 minuten wir machen ja einmal kamera check was machen wir die ganze zeit vielleicht eine kurze pause vielleicht mal ein bisschen werbung ja keine 20 minuten ist zwar dauerwerbe sondern hier aber nicht so lange lange werbung also gestern die vorher bei großteilen jetzt häufiger eine rabattaktion so auch diesmal gct minus 30 30 prozent rabatt auf alles sprich solltet ihr euch für eine jahresprämie mit wirtschaften schießen weil ihr von meinen unglaublich lehrreichen videoserien lernen wollt könnt ihr jetzt statt normalerweise 99 euro 70 euro zahlen 69 ich weiß nicht genau wie viel mir das reißig prozent ist lohnt sich auf jeden fall jetzt zuschlagen es gibt hier viel action nächste zeit norway chess kommentare nur für premium auf englisch mit peters fiedler und mir ich bin sehr heiß darauf peters fiedler hat gesagt ich darf fett jokes machen live und er hat zu viel zugenommen und ich soll ihn ein bisschen beleidigen deshalb das lasse ich mir nicht zweimal sagen auch sonst ist er gut im schach und erklärte sagt man so ich würde sagen wir machen eine ganz kurze pause ich habe hier ein von diesen wunderschönen clips rein und dann sind wir in wenigen minuten wieder da um 20 30 geht es weiter mit runde nummer 7 alle sind schon vorher wieder da und erzählen hier ohne nach erzählen hier schwankt aus deinem leben das ist eine gute idee für das zugucken und bis gleich so ja 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 Vielen Dank. 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 So. Vielen Dank. Oh, jetzt habe ich hier den Chess24-Chat. Ich weiß schon, dass was los ist. Häufig so, wenn man älter wird, dann sinniert man über die verpassten Chancen. Wenn du da lebst, wenn du da lebst, denkst du ja, ich kann auch morgen fahren, heute nochmal hier eine Folge Game of Thrones gucken und dann zack, auf einmal ist es weit weg und man hat es verpasst. Ich guck mal ein bisschen, ich guckt, ich guckt, ich guckt, ich guckt, ich guckt, ich guckt in meinen 20er, ich war in vielen Ländern, aber habe häufig mir nicht viel angeguckt. Und dann fährt man so zu sein, ich guckt, ich guckt, ich guckt, ich guckt, ich bin in Vietnam, ich bin in Vietnam, ich bin in Vietnam, ich habe ja alles möglich angeguckt, aber grundsätzlich. Ja, aber von Gibraltar mal nach Afrika, einfach mal einen Trepport mieten. Naja, die Zeit ist vorbei. Ja, jetzt kommt man auch nicht mehr vorbei, ne? Also spontan so. Ja, spontan, so nach mir das Trip nach Gibraltar selten, aber man weiß nicht, die haben ja auch ein großes Schachtturne. Das stimmt, ja. ETA-Strategic fragt, gibt es hier noch andere, deren Feeder-Rating 700 Punkte unter den Chess24-Rating ne, bei mir nicht, sind dicht beieinander, ich habe so 3,170 auf Chess24, viele, woher gefühlt Spielstärke auch so in dem Bereich, aber ernsthaft, ja, Chess24-Ratings sind natürlich deutlich höher als viele Ratings, was glaube ich auch daran liegt, auch häufiger diskutiert, dass man einen Punkt kriegt für jede Partie, die man gewinnt, also eher auf Chess24-Rating, eine Partie gegen 1200 Gewinne, kriege einen Punkt dazu. Und gut, Feeder-Rating, ein bisschen so ähnlich, kriegt man auch 0,8, aber es passiert halt relativ selten, deshalb kann man auf Chess24, ja, ich zahle ein bisschen auf Punkt, ich weiß nicht, ob das mal anpassen müssen, eines Tages, wobei, solange es höher ist, als mein Feeder-Rating. Ja, es ist erfahrungsgemäß sind es immer so 4,500 Punkte eigentlich, ne? Ich weiß es nicht genau. Ja, ich pendle auch immer zwischen, je nachdem, wann ich spiele zwischen 2,7 und 2,59. Oh, das ist auch eine Blitzspielstärke. Und hier... Rigos Chess versucht sich immer noch an seinem Denglisch. The real question is, do you drink is something else than a coffee? Mein Coffee ist alle, ich könnte mir hier ein Water nochmal einfüllen. Oder, jetzt wo du sagst, ich glaube, ich hole mir noch einen Coffee. Und... Lässt mich hier... Lässt mich hier verhungern. Lässt mich hier verhungern. Ja, ich glaube, ich verhunger nicht so schnell, wenn ich ehrlich bin. Es gibt viele Sachen, die ich mir Sorgen mache in meinem Leben, aber verhungern gehört nicht dazu. Soll ich dir eine Mandel oder so mitmachen? Nein. Okay, aber ich finde, einer der Spieler müsste immer in den Pausen auch am Brett sitzen bleiben. Wenigstens. Ein paar Krimassen machen. Vielleicht Nakamura, Nepo. Dass ich allerdings ein bisschen was zu gucken habe. Das ist noch nicht gut durchdacht. Okay, ich... Ich kann ja schon mal... Ich habe schon mal eine Prognose abgegeben, aber ich habe mir vorgehalten, sie zu ändern. Hast du mitgeschrieben? Ja. So, dann kann ich ja... Ich kann ja auch mal eine kleine Prognose abgeben. Also Nakamura gegen Wesleys. So, jetzt habe ich ein bisschen Zeit dafür. Ich sag Remi. Dann haben wir Carlsen gegen Ding. Sag ich auch Remi. Dann... Die haben bestimmt getippt, dass Carlsen gewinnt. Aber dann braucht er auch... Irgendwann muss er mal ein kleines Päuschen einlegen. MWL gegen Nepomneshi. MWL gegen Nepomneshi. Nepomneshi ist weichgekocht, da gewinnt MWL. Topalov gegen Amin, da gewinnt Topalov. Und Kayakin gegen YI, sag ich Remi. So hat sich wieder keiner so richtig gemerkt wahrscheinlich. Aber ich werde einfach immer bei jedem Ergebnis behaupten, dass ich das getippt habe. Jan ist ja eh nicht dabei. Und... Ja, ist auf jeden Fall schön, dass ich auch mal den Chess24 Chat jetzt mitlesen kann. Ich habe das zu Hause irgendwie nicht so richtig... Nicht so richtig hingekriegt. Hier im Studio ist es schön groß und übersichtlich. Ja... Vielleicht gibt es ja irgendwelche Fragen an mich oder so. Dann kann ich gerne... Gerne was beantworten. Mir fällt jetzt spontan nichts ein, worüber ich sprechen könnte tatsächlich. Aber ich höre schon. Schnellen Schrittes kommt da... Schnellen Schrittes kommt da und ist nochmal umgedreht. Das ist ziemlich fies. So, Tabella hat er wahrscheinlich auch schon vorgelesen. Carlsen führt deutlich... Und vor allen Dingen... Momentan sind es anderthalb Punkte quasi. Aber sobald es ins Blitzen geht, wären es dann drei Punkte Vorsprung. Das heißt, er muss das Schnellschach jetzt noch... Wenn er das Schnellschach mit den drei Punkten Vorsprung übersteht oder das noch ausbaut, dann sind es tatsächlich drei Punkte. Dafür spielen sie... Dann spielen sie das Blitzen quasi doppelrundig, ne? Achso, ich schon. Oder? Ähm... Ist euch übrigens aufgefallen hier. Wir haben Feedback gekriegt. Wir sollen ein bisschen mehr Haut zeigen im Programm. Dass ich hier extra ein Loch eingebaut habe. Zack. Das hast du mir nicht gesagt. Achso, ich dachte, das wäre Haut hier. Achso. Ich werde versuchen, meine Elo-Punkte, die ich in einem laufenden Liga-Betrieb eingestellt habe. Ich habe, glaube ich, 22 Elos die Saison eingestellt. Oh, das fehlt. Ich bin mit zweieinhalb aus drei gestartet und habe am Ende vier aus neun gemacht. Ich habe gegen den Schnitt, der deutlich unter meiner Zahl ist. Das war ein bisschen blöd, weil ich irgendwie so drei Partien hatte, die ich genauso gut hätte gewinnen können. Und dann, also ich war immer auf Messerschneidung und ich habe halt dreimal die Null kassiert. Und dann, ja, und alle anderen Partien, die dann am Ende die restlichen Saisonpartien sind im Remis ausgegangen. Da war ich dann auch immer eher derjenige, der gedrückt hat. Aber manchmal soll es halt einfach nicht sein. Hör mal auf, hör mal auf. Bei mir war auch schwache Bundesliga-Saison. Wobei ich, ich biete ja nur meinen Verluststeuer-Remi an. Und sie nehmen an, weil ich so viel Elo habe. Das ist so mein, ziemlich clever. Mein Trick, aber es fühlt sich trotzdem schäbig an. Und ne. Bundesliga war sehr schwach. Ich habe es dann in Thailand Open wieder reingeholt. Aber ich komme nicht vom Fleck. Mein großes Ziel, die 2,650. Es sind immer noch 10 Punkte weg. Und jetzt muss ich wieder ein Jahr mich fit halten. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich nicht mehr übers Herz bringe, ne? Remis anbieten. Nicht? Nein. Das musst du machen. Dann kriegt man immer einen halben Punkt mehr, als wenn man verliert. Aber ich will ja immer gewinnen. Ach so, okay. Ne, das Problem hatte ich nicht. Giri auch, glaube ich, mal gesagt über Magnus Carlsen, dass er Magnus Carlsen noch nie die drei Worte hat sagen können. Die drei Worte. Ja, als er da drin geboten hat, in der letzten Runde beim Wendkampf hat er es gesagt, ne? Ah, Fleur ist auch so ein Giri-Ding. Hier, die beiden Jungs quatschen ein bisschen. So, bei dir so. Ja, noch ein Grad aufgestanden, oder was? Ne, ne, ich war morgens früh wach, bin joggen gegangen. Ja. Alter, Lachs ist das so sehr. Ja, vor allem erst bewegen sie sich ins Heidelbrot und dann werden sie auf einmal, ne? Ja, ja, das war so ein bisschen. So, wie wenn dein Internet zu Hause nicht funktioniert, dein Netflix buffert und dann zack, 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 muss ich ganz schnell die Bewegung, ne? Und trotzdem hier, sehr entspannte Atmosphäre dazwischen Topalov und Bassemamin, der afrikanische Nummer 1. Während Ding Liren ganz alleine da sitzt. Carlson wieder feit und breit nicht zu sehen. Maxim muss auch noch warten. Auf Nepo. Vielleicht quatschen Carlson und Nepo da hinten, macht ein paar Späßchen. Sehr Homies. Da kommt auch Mr. Wei-Yi. Sagt, ich rücke zurecht. Und bereitet sich mental vor auf seinen Anfang antritt. Ich habe diesmal viele entschiedene Partien getippt. Ah, ich auch. Ne, hab ich nicht. Warte mal. Ich glaube, ich sehr viel weißsäge getippt. Nakamura So habe ich Remis gesagt. Carlson Ding habe ich auch Remis gesagt. MWL gegen Nepomnichi gewinnt. Ich habe gesagt, Nepomnichi ist weichgekocht. Topalov habe ich auch gesagt gewinnt gegen Amin. Und Kayakin Wai-Yi Remis habe ich gesagt. Also nur zwei entschiedene. Ding Liren wird verlieren. Richtig der MC. Metastrategic fragt. Findet ihr ihr Gegner beim Banter durch Zufall oder sucht ihr sie gezielt aus? Ich gucke schon immer, aber versuche so jeden dran zu kriegen. Ich diskriminiere nicht nach Rating. Deswegen bevorzuge ich immer die, gegen die ich schon mal, gegen die ich noch nie gespielt habe. Sodass jeder einmal drankommt. Aber ansonsten klicke ich mal hier mal da was. Kein Großsystem daher. Es gibt immer viele Diskussionen. Es ist nicht besser, wenn eine Queue zu haben und so weiter und so fort. Aber ich habe eigentlich gerne die Freiheit zu entscheiden. Und jeden mal dran zu kriegen. So Pokémon-mäßig. In der Reihenfolge der Challenges, sie abspielt oder sowas. Ich mag das gerne so Pokémon-mäßig. Jeden Eimer zu fangen. Können auch einen Randomizer nehmen oder sowas. Niemals. Niemals. Oh. 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 Das natürlich hier. Nakamura hat gerade die Grundstellung gelöst. Ein spannendes Duell. Viel US-amerikanisches Prestige auch da immer im Spiel. Sind auch beiden nicht die besten Freunde, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, die haben ja auch Späßle gemacht. Ja, aber es gab ja schon in der Vergangenheit auch gerade harsche Aussagen von Nakamura gegenüber Wesley Snow, oder? Ja. War das so? Über Corona hat er immer ein paar Sachen gesagt. Wesley hat auf jeden Fall auch gesagt, dass Wesley mal gesagt, dass Wesley schlecht vorbereitet ist, oder was auch immer. Wo man da natürlich... Ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Das war so ein Königsänder. Da ist Wesley ziemlich auseinandergesprungen. Ah, ja. Stink-A-P-Cup. 2015er Wandersworte. Schon leer bezahlt. Und hier. E4, E5. Nakamura spielt E4. Ah, Nakamura kann alles. Der kann alles. Der kann alles. Ah ja, Karl ist noch nicht da. Ich sag, Karl wird mit erstens C4 eröffnen. Ja, das ist ein letzter sein Lieblingssohn, ne? Oh, er hat vielleicht beide bauen nach vorne gezogen. C4 und C4 gespielt. Ja, das ist nicht. Das fährt. Clever, aber nicht blöd. Okay. Mit welch mal dann angefangen? D4. Mit D4. Ah, ja. Wir sehen hier. Das sogenannte Halb-Tarasch. Genau. Und das ist die Zugfolge, in der ich glaube ich auch spiele mit Schwarz, weil hier kannst du nicht diese Turm W1-Variante spielen. Was wir gestern diskutiert hatten, war irgendwie sowas. Hm. Und hier hat der Turm W1 gespielt. Nicht 3 skupiert, muss man sagen. Aber das geht in dieser Zugfolge nicht. Und jetzt nach C, D, Sprenger, D5, E4. Schlägt, schlägt. Bestimmt der Sprenger schon auf F3 und hier kann Schwarz das normale Läufer B4 spielen. So kommt es auch. Läufer B4, Läufer D2. Und da mit D2 würde ich prognostizieren. Kurze auch Hade. Und ja. Ein letzter Teil eine sehr tief analysierte Steuerung, wo ich glaube gerade ein Kramneck, bevor er zurückgetreten ist, auf so ziemlich alles einen Gangbahnweg gefunden hat. Krasnenspiel Läufer D3, nicht der Hauptsache hier. Läufer C4 oder Turm C1. Ist ein bisschen populärer. Läufer D3. Ah, den Nachteil des Sprenger C6, was auch kam. Diesen Born sofort angreift. Jetzt muss man nochmal weg mit dem Läufer. Läufer C2. Wurde aber auch schon gespielt. Auf hohem Niveau. So Reuterschek. Also ich glaube ich damit versuche gegen Kremnik. Defund fliegt in der Luft. Und wir werden sehen, wie gut Dingley hin. Ja, der ist, ich glaube der ist da, dass der ziemlich fit ist da. Der hat auch eine schöne Partie gewonnen beim Kandidatenturnier gegen Mohamed Jaros. Ja, mit Weiß aber oder? Mit Weiß aber oder? Mit Weiß aber oder? Mit Weiß aber oder? Achso, hast recht. Du hast recht. Es war genau das Prinzip der Stellung. Er hat eigentlich alles gemacht, worum es in dieser Stellung geht irgendwie. Also er hat halt die Damenflügel Majorität und sein Plan ist irgendwie Figuren runterzunehmen. Damit weiß kein aktives Spiel kriegt und genau so hat alles funktioniert und dann stand da halt irgendwann auf Gewinn. Hat dann nochmal ein bisschen gut gerechnet und dann mal Feierabend. Gehbei sagt, Engine aus und hat völlig recht. Da war ich ja vorhin unsere Analyse noch an. Jetzt sie weg. Engine, das habe ich eben noch einmal nicht gelesen, sagte B6011 hier in der Stellung. Mal schauen. Was Ding macht. Aber er war ja schon ein bisschen überrascht von dem Lauf-AD3 oder 42. Was da los Ding? Carlsen, auch hier, macht Demonstrationen, steht eine Runde auf. Läufe zu zweit, zack, hier 25 Minuten. Ich mache keinen Spaziergang, du bist aus dem Buch. Ich bin schon zu spät gekommen, da kann ich auch mal aufstehen. Genau. Und wenn du zuckst, hier bin ich wie ein Adler wieder da und nehme weg, was auch immer da stand. Ach, da mal A5. Ja, ins Endspiel hier. Dann haben wir noch mal keine Daumen mehr. Ganz so doof sieht das ja auch nicht aus, ne? Wobei das wahrscheinlich jetzt... Hm. Paradox0203 fragt. Guten Abend. Gibt es einen philippinischen Profi-Spieler? Ich vermute, Wesley Sow zählt da nicht mit. Er ursprünglich von den Philippinen kommt, aber seit Jahr und Tag die USA repräsentierend erlebt. Aber es gibt viele gute philippinische, sagen wir mal philippinische? Philippino-Spieler. Auch diverse Großmeister. Und ich bin sicher, dass ein, zwei von denen auch Profis sind. Oder drei, vier. Ich weiß allerdings nicht genau. Aber ich habe schon häufig Ärger gekriegt. Oder Ärger gehabt mit Philippinos im Thailand Open. Sehr trickreiche Spieler. Normalerweise taktisch brutal stark. Aber so, ja, wäre ich ziemlich sicher. So, was macht man hier mit weiß? Macht man König E2 und auch B6 läuft ja D3? Ja, okay. So, jetzt weiß ich nochmal aus. Ja. Ich bin nicht ganz sicher. Na D2, na E2 kurz auch gerade wahrscheinlich nicht. Ich würde auch König D2 andenken. Ja, okay. Klar. Ich wollte dann erstmal in König ziehen und dann macht es keinen Sinn, weil dann immer Springer C4 auch noch in der Luft liegt. Ja, genau. Ja, die Frage ist, es gibt solche Endspiele ab und zu. Sagen wir, schlägt, schlägt Ton C8. So, ein Grünfeld hin und wieder, ob weiß hier was rausholen kann. Oder ob das einfach nix ist. Also, wenn jemand besser steht und weiß, da war so viel. Kann es eigentlich nicht sein. Das Ding ist ja an solchen Stellung auch ziemlich trocken. Also, ja. Ah, König E2. E2. Okay, die Stellung ist auch ein bisschen trocken. Wo gehen wir hin? Ähm, da nicht, da nicht. Ja. Ah, Spaß. Also, das wäre ein ganz trocken. Äh, Kajak in Gegenway. Wo ich 1-0 getippt habe. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Da habe ich ja ziemlich, da habe ich Remy getippt. Da war ich mir ziemlich sicher tatsächlich. Okay, okay. Aber ich dachte, es wird ein Russe. Ist es aber nicht geworden. Man muss ja mal den Russisch Faktor mit einberechnen. Das stimmt. Ähm, was ist denn das? Das sieht doch ganz interessant aus von der Struktur her, finde ich. Äh, Topalov gegen Amin. Das sieht aus nach langer Theorie-Diskussion hier in dieser, wer heißt das? Breyer-Variante, ne? B8. Sieht ein bisschen komisch aus auf den ersten Blick. Aber der Plan ist, die Figuren zu harmonisieren. Und seit Jahr am Tag eine der Varianten Spanier. Auch ein ehemaliger Favorit von Magnus Kors. Lass endlich mal eine Variante, wo Amin seinen Läufer vernünftig nach B7 stellen kann, ne? Die hat jetzt mal erzählt man nicht gefallen. Und hier gehörte er ja hin nach B7. Ja, macht das eigentlich in jeder Span-Stellung. Meistens mehr kritisch, wenn er auf D3 steht. Aber hier, da soll es so sein. Weil das ist so, sein Setup ging alles. Und das hier ist alles. Lang bekannte Theorie. Auch dieses H6 Zeug noch. Ein Springer C5. Hier gab es eine Weile die Idee auf C5 zu schlagen, die in Mode war. Ich weiß nicht, ob sofort oder noch da mit D2 H5. Ich glaube erst da mit D2 H5. Aber Topperloff ist oldschool. Er gibt den Läufer nicht her. Sondern... Okay, das habe ich... Was waren jetzt die Feinheiten der weißen Züge? Tom A3. Und dann nimmt man auf B5 und dann nimmt man auf A8. Ey, ich weiß das nicht. Ich weiß nicht. Na, aber irgendwas. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Topperloff das hier, weil das ist eine Variante in den 90ern, 2000ern sehr, sehr angesagt schon war. Im Detail alles studiert hat. Und noch seiner Vorbereitung folgt. Auf jeden Fall spricht die Uhr auch ein bisschen dafür. Jetzt sehr schnell sprengen. G5 hier. Was soll das? Ich glaube, er ist ein E7-Spiel zum Beispiel. Was soll das? Es gab mal eine Schiroff-Partie. Es gab mal eine Partie wie Schiroff-Baramize, wo dann, wo es ziemlich schnell auf H5 geknallt hat. Ja, aber hier knallt es... H4... H4 ist wahrscheinlich die Idee. Und dann Springer schlägt H5. Oh Gott. Einfach rein da. Nö, macht Sinn. F6 schweig nicht gerne. Schwächt natürlich alles hier. Das ist die Frage, ob Springer E6 oder Zürich. Oder Läufer C5 vielleicht auch ein Kandidat. Ich weiß ja nicht. Oh, oh, oh. Ich meine, dann musst du zumindest... Achso, ja. Ich wollte FG spielen. Ja, du wolltest FG spielen. Das habe ich mir gedacht. So, und jetzt nehme ich auf B6 und auf H5 oder sowas. Na, keiner nix. Oder nehme ich erst noch auf G5, weil da machst du H4 wahrscheinlich, ne? Eventuell. Ja, dieser Läufer auf 8, ne? Das ist das Thema mit Verteidigern und Angreifern. Darf ich noch mal ganz kurz? Ne. Mach mal kurz. Ist das vielleicht eine Idee in der Stimmung? Ne, das war genau so. Läufer B6, Dame B6. Und jetzt vielleicht einfach HG und wenn du H5 machst, Springer F5. Auch gefährlich. Ich weiß nicht. Nach HG habe ich das Gefühl, dass ich irgendwas machen kann. Ja, sollte sein, dass ich die Miniatriere bin. Aber dann ist Springer H5 einfach brutaler, ja. Springer H5 machte mir Angst. Ich glaube das hier. Der Turm kann noch schnell sich ranpirschen. Sieht nicht gut aus. Aber gefällt mir nicht gut. Und ja, F6 war nicht die Lösung. Okay, das ist natürlich, das nimmt Springer Stecker H5 wahrscheinlich ein bisschen aus der Stellung. Ja. Wird weiß jetzt versuchen F4 zu spielen? Ich weiß nicht. Ich habe schon gesehen, dass er hier mit Tor 1 F4 auf einmal ankam. Alternative könnte sein, jetzt sich erstmal auf die A-Linie zu stürzen, jetzt vor die Dame hier ein bisschen weg ist, um A7 anzutauschen. Oder wieder erstmal H4, damit man dann mit der schwarzen H4 spielt vielleicht auch noch. Ja. Wobei H4 auch natürlich sehr verpflichtend ist, weil wenn ich im nächsten zu Dame G4 kommt, ist der H4 einfach weg. Oder? Das ist sehr, sehr schwach. Ich wollte hier einmal das Thema und die Partie wechseln. Oh ja, hat diese schon sehr spannend aus. Das stimmt. Fängt langweilig an. Ich glaube, wieder dieselbe Variante mit der Nepomni Schee, eben schon Schiffbruch erlitt. Und auch das hier gefällt mir schon nicht für schwarz. Also ne, muss noch ein bisschen hier, italienisch muss noch ein bisschen. Ich dachte auch immer, dass dieser Läufer nicht dahin gehört. Hier ist aber schlecht, weil er ist auch einmal da gelandet, gegen Leco. Die ganze Partie gelitten, weil er selbst nach G4 Läufer G6 ist einmal so weggesperrt. Ja. Und wir haben ja in, was wir gestern diskutiert hatten, schweift vielleicht zu sehr ab. Aber, was soll's? Was? Hier gesagt, das weiß Läufer D2 spielt, was sehr bescheuert aussieht. Und dann nach Läufer G4 sagt, okay, jetzt hast du die Läufer G4 festgelegt. Dann spielt C3. Ich glaube, ich hab eine rochrade Tour mehr als vergessen, ne? Aber um die D2 zu sagen. Das ist ja dieser Läufer, selbst nach Tempoverlust. Sieht zwar schön aus, leiste aber nicht viel, wird mit H3 meistens vertrieben oder hier in der Partie mit Springer E3. Jetzt nach Läufer H5, Läufer G6 stellt er echt ab vom Schuss. Na, vor allem das Problem ist ja einfach, ich mein, weiß hat eine super Kontrolle über D5. Auch das schwarze war kein Gegenspieler. Ach, ist der Springer nach H5 direkt gegangen. Ich hätte ihn irgendwie erstmal auf E3 stehen lassen damit. Oh, da kommt dann Läufer G5 wahrscheinlich. Na gut, aber das ist halt auch einfach, ne? Ne, hier sieht man wieder, dass er noch nicht so die E4E von Instinkt Hose an hat. Also, das hier würdest du bei erfahreneren E4E5-Spielern, glaube ich, nicht sehen, sondern schon. Der Läufer hat da nichts zu suchen. Und, ne, Pommelischee, wahrscheinlich hat er ja ein paar Systeme schon genau angekommen, oder in italienisch. Okay, ich bin hier Läufer E7 und Figuren in der 10. So, was noch weiß ich nicht, wenn ich G2 ein H4 oder was? Ja, zum Beispiel D4 liegt auch in der Luft. Ja, stimmt, ja. Simple Chess. D7 hat er gemacht, auch ein Zeichen. Der kam ja mal von da, ne? Ja, gut, er ist voller hier. Ja, auch dahin. Aber D4. Verändert Spreiz. Sieht fürchterlich aus. So, wir haben eine Frage. Du bist ja auch Schachttrainer von Intangible, 173 Jahre. Wahrscheinlich echt schon, alter Mann. Ich bin ziemlich neu im Schachtspielen, aber verliere ich jedes Mal irgendwie. Egal ob Spieler oder Computer. Gibt es einige Tipps, wo ich mich verössern könnte? Was wären deine Tipps? Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil meine Tätigkeit als Schachttrainer, ich habe keine Anfänger, sondern ich bin im Leistungsschachtbereich unterwegs. Ach so, ich dachte, dein Schachttrainer hilft deinen Schülern nicht, sich zu verbessern. Genau. Ne, aber ich trainiere prinzipiell, also ich trainiere keine Anfänger, weil das ist, für mich ist das so, wenn ich ein Training gebe und ich muss da irgendwie zwei Stunden rechnen, dann ist das, dann macht mir das extrem viel Spaß. Aber für mich ist es viel anstrengender, wenn ich, ja, wenn ich irgendwie mehr pädagogische Arbeit leisten muss, als dass ich Schachttraining gebe quasi. Ich habe gar nicht mehr verstanden. Ich hatte meine Grundschulstache AG und das war für mich mega anstrengend, obwohl das irgendwie nur eine Stunde ging oder so. Aber wenn du zwei Stunden mit irgendwelchen 12-Jährigen 2000 dann rechnen musst wie ein Weltmeister, dann macht mir das halt viel mehr Spaß und ist für mich tatsächlich auch weniger anstrengend, als wenn ich irgendwie da so ein paar 7, 8, 9-Jährige habe. Also du hast eigentlich Kinder bis jetzt 12. Intangible hier ist ja ein sehr alter Mann schon. Ich weiß nicht, es gibt keine festen Weisheiten, wenn nicht Schach interessiert, so viel spielen wie möglich, Taktikaufgaben lösen wird einem immer empfohlen, lesen, was dann interessiert, kann alles sein. Also auch Bücher über Schachgeschichte vielleicht hier, das Schaffen der Weltmeister und dann hoffen, dass das Gehirn es irgendwie zusammensetzt. Es gibt nicht so, glaube ich, die automatische Methode, weil man nie weiß, wie unser Kopf arbeitet bei diesem Schachmustererkennung. Aber je mehr Muster du ihm vorsetzt, desto mehr werde sich was merken. Aber grundsätzlich, es gibt keine Tricks. Man muss die Zeit investieren und wenn man schon Spaß macht, dann wäre man besser. Ja, Muster, 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 Muster. Und natürlich all meine Videoserien gucken und meine Eröffnungsempfehlungen sehr ernst nehmen. Also als Anfänger vielleicht nicht so wichtig. Wobei ich muss sagen, ich werde ja häufig reduziert, auch nicht völlig zu Unrecht darauf, dass ich nur eröffnen kann. Aber bei mir war es auch tatsächlich mein erstes Schachbuch, war Kasparov Schachhäufe. Ich habe nicht ein Taktikbuch gelesen oder sowas, sondern ich habe viel gelernt auch davon, einfach so zu studieren, wie die Partieanfänge waren. Und das ist so ein bisschen so ein Hobby-Ding. Ich glaube, wenn einem etwas interessiert am Schach oder wenn einem etwas Spaß macht, dann sich damit beschäftigen, viel spielen, die anderen Kinder oder die anderen 173-Jährigen schlagen wollen, sind eine gute Möglichkeit. Und für Taktikaufgaben kann ich natürlich empfehlen, den Chess24-Taktik-Trainer. Unbegrenzt Aufgaben für Premiummitglieder. An dieser Stelle nochmal ein Hinweis. Immer noch ein bisschen lang machen hier. GCT-30. Wenn du einen Schnupp am Monat machen willst, kostet sieben Euro. Na, das kannst du ja leisten. So, wen haben wir hier noch? Ist das spannend? Ich finde nicht. Okay, dann gucken wir uns nicht weiter an. Wir haben auch, glaube ich, den... Aber ich habe, glaube ich, blöd wie ich bin, auf Sieg für Nakamura getippt. Eigentlich sollte man mal den Tipp machen. Ist sehr solide, sehr gut ausgearbeitet. Schwarz-Eröffnung, nimmt nicht viel Risiko. Mein Ergebnis-Tipp hatte auch tatsächlich mit deiner Aussage von gestern. Gestern hast du es, glaube ich, gesagt. Genau das, was du jetzt gerade noch mal gesagt hast. Und deswegen habe ich gedacht, okay, somit schwarz-solide genug, dass das Rami ist. Ganz egal, so. Genau. Okay. Was macht hier... Ja, Karlsson versucht halt in diesem Spiel, wie erwartet haben sie alle Türme heruntergetauscht, hier ein bisschen... Wasser aus diesem Stein zu drücken? Sagt man so? Auf jeden Fall sagt man so. Genauso. Ich sagte ständig. Ist das nicht so ein Batman Begins Ding, wo er trainiert irgendwie? Wasser aussteigen? Ich weiß nicht. Aber gängige, gängiger Ausdruck. Aber das Ding steht hier sehr solide. Ja. Und soll der Favorit sein, das zu halten. Du hast gleich Remi getippt, ne, du Fuchs? Ich habe 1,0 getippt. Ich habe auch getippt, dass du 1,0 getippt hast. Aber ich habe gesagt, irgendwo muss Karlsson auch noch mal kleine, kleine Federn lassen. Ja, natürlich. So. Dann gehen wir wieder hier zu Maxim, würde ich sagen. Ja. Wenn ich ihn empfinde, ich bin... Ach so, du meinst, da wäre ja so... Hm. Hm. Jetzt sind schon wieder spannender aus. Ja, ja. So, ein B4, Läufer R4. Der Sprecher 6, H3, das war vielleicht ein bisschen lahm. Und jetzt D5, und zack, schon mal wieder neu gemischt. E5 wollte er nicht. Ich spreche den E4. Können wir nochmal ganz kurz... Ach so, sorry. Wir sind wieder hingekommen, also... Ja, wenn ich schon hier nach Ihnen so die CD. Der Sprecher nach B4. Ich bin sicher, dieses Läufer R4, H3 sieht ein bisschen. Dann kann man nicht, vielleicht ist... In diesen Strukturen ist es manchmal auch nicht so schlecht, wenn man den F3 Springer erstmal beseitigt, dann hat die Dame ein bisschen mehr Platz. Also wenn ich mit dem Springer F3 Springer auf D4 nehme, oder ist das völlig absurd? Das ist vollkommen pizzach. Na, erlaubt Sprecher 5, ne? Also ich freue mich das nicht zulassen. Ich weiß nicht, mir gefällt... CD4, gut, ich habe den Eindruck, das... F4 ein bisschen weicher, aber ich glaube ich nicht mehr rauskriegen. So, jetzt hat es mal ein Baum mehr, aber... Der Bauer fällt und die schwarze Figuren haben wir auch einmal. Ja, Tom A6 gefällt gut. Und eine schöne Felder. Also hat er sich gut rausgekämpft hier nach der misslungenen Öffnung der Neko. Na, das sieht jetzt... Jetzt hätte ich... Bauern können ja nicht wieder zurück, ne? Ich meine, jetzt hat weißen Isolani, der wahrscheinlich gar nicht so schlimm ist, aber der Bauer auf G4 ist... Ich meine, F5 hat ein Neko gleich noch gemacht. Mit dem Turm auf... Mit dem Turm auf der sechsten Reihe macht das halt super Sinn. Natürlich trotzdem eine harte Maßnahme mit dem Springer auf E5. Aber ja, ich denke auch, der Trend hier ist auf jeden Fall auf seiner Seite. Alle Figuren haben potenziell gute Felder. Auch die Klamek kann hier am Königsfügel rumnerven. F4 liegt in der Luft. Da ist er wieder im Geschäft. Da ist er wieder im Geschäft. Da ist er wieder... im Geschäft. Ja. So, ein C5, F4. Sperrt den Läufer weg. Dafür wäre der König jetzt nicht so schnell matt. Und weiß kann hier mit Dame F3. Steht er schon noch ziemlich stabil, wie ihr in Berlin sagt. Stabil. B... So, F5 macht was? Schwarz B6? Ich glaube, der F3 kam noch nicht. Wird das F3 nicht zulassen oder was? Ich... A5 nimmt, macht keinen Sinn, ne? Kommt B6 oder was? B6 oder was? Sieht auch nicht richtig, das fühlt sich überhaupt nicht richtig an. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. B6, C6 oder so geht das schon? A7, B8. Sieht ein bisschen nach Abwägen aus. Ja, vielleicht auch das. Drum A7, Dame B8 hast du gesagt? Ja, ich muss euch gesagt. Die bauen wir ja nicht. Nee, kannst du auch nicht glauben, wenn ich ehrlich bin. Ja, das Türmchen. Ja, das Türmchen. Ich hab auch keine taktischen Maßnahmen, zumindest keine, die irgendwie so machen. Ja, und Läufer D5 will man nicht einstreuen, ne? Dann würde die Variante ja... Ja, den würde man nicht geben, den Läufer auf B3. Das ist ja eigentlich irgendwie der größte, weil die Springer auf E5 und der Läufer auf B3 sind die weißen Trümpfe so ein bisschen, ne? Das sieht aus. Einsteiger ist gut, nur der Läufer auf H2 ist nicht so toll. Aber schwarzer seine Figuren hat auch alle Kolding jetzt. B6. Ich weiß nicht, ich würde da am F3 spielen und auf das Beste hoffen. Das sieht natürlich aus. Achso, jetzt kann ich auch gar nicht so gut wie B6 machen, ne? Weiß nicht. Der Springer G6. Ich würde eigentlich nicht so gerne HG machen, oder? Ich dachte, du hast hier Stunden lang vor der Sendung HG gemacht. Ja, wäre ja auch der Spassvögel. Ich weiß nicht. Letztlich werde ich den Springer loswerden und du mit dem hier verbleibst. Ich glaube, ich kriege gar nichts auf der H-Linie, ne? Ich dachte halt immer, die Idee war, Tom G6 zu spielen. Aber wenn der Bauer auf H4 steht, dann... Also solange der Bauer noch auf H5 stand, hätte man wahrscheinlich mit Kusshand Tom G6 gemacht. Aber jetzt ist die Spannung aufgelöst und ich kriege meine Damen nicht irgendwie auf die H-Linie oder irgendeine andere Schwerfigur insofern. Ja, die H-Linie geht auch im Alter immer weiter zurück, ne? So ist es. So, okay, es kam Tom C1. Okay, wie viel H wird es genommen? Tom C1 läuft ja auch ziemlich schnell gespielt. Ja, da hat er ja doch erst mal Angst gekriegt, ne? Ja, ich mag die schwarze Stellung. Gefällt mir. Metastrategisch gesagt. Jan hat jetzt mit einem Schachklopil in Hamburg natürlich leichter als die meisten anderen. Ja, das stimmt natürlich. Stimmt wirklich. Also in einer Metropolregion zu wohnen, hat man natürlich mehr Competition, mehr Trainingsangebote. Trotzdem bin ich natürlich ein einsamer Wolf, der sich das alles mühsamst auf der Couch schlägen beim Filmen gucken. Selber harter arbeiten muss. Hauptsache das Hauptgeheimnis, bei mir ist aber, als er auch so ein Feigerspieler ist, ich hasse es zu verlieren. Auch gegen die anderen Kinder. Und dann, wenn man was gegen das Verlieren tun will, guckt man sich auch so Schachkram an. Dann muss man was machen dann, ja. Naja. Ja, ja. Ja, viele Jahre hier ein Mensch ärgerlich nicht studiert, aber nichts genützt. Turm E2. Vielleicht weiß man auch gut, vielleicht waren wir hier zwischendurch zu optimistisch. Ich bin auch nicht sicher mit diesem F4-Kram. Du bist noch auf schwarzer Seite? Ja, ich bin noch auf schwarzer Seite. Ich mach jetzt gleich B5. Dann fehlt dich von der anderen Seite. Ja, das klingt schmutzig. Ja. Sagen, vielleicht geh ich dir mal auf zur Feierliste. Dann nehme ich mir. Dann nehme ich mir und so. Was nehme ich hier? Springer B6 geht wahrscheinlich. Du hast wahrscheinlich einen taktischen Trick vorbereitet. Ne, ich habe ehrlich gesagt keinen Trick vorbereitet. Dann bin ich dabei. Kannst du Springer F7 machen jetzt? Du hast einen Gegentrick vorbereitet. Für dich selber, ne? Ja, ja. So bin ich. Sieht erstmal ein bisschen unangenehm aus, oder? Ja, sieht nachher aus. Das müssen wir die Gegentricks vorbereiten hier. Jetzt muss man sowas wie Springer C2 machen. Das haben wir jetzt kommuniziert. Aber gar nicht so unlogisch, finde ich. Im Chat hat ja gesagt, man spielt besser, oder ich spiele besser, als ich die Angst zu verlieren verloren habe. Ich glaube, es sind auch ein bisschen zwei unterschiedliche Dinge. Zu hassen zu verlieren ist nicht dasselbe wie Angst zu haben vor dem Verlieren. Ich glaube, Karsen hat keine Angst vor dem Verlieren, aber ich bin ziemlich sicher. Oder ich weiß, dass es auch was zu verlieren ist. Ich glaube, das ist noch ein bisschen unterschiedlich. Aber ich habe beides. Ich lese, schwierige Stand für Dinge. Ja. Jetzt nach F6 potenziell hier vielleicht so Strukturgeschichten. Wenn wir auf F&E spielen, oder was? Nur grundsätzlich. Ich glaube nicht, dass F5 kommt. Das würde ich machen. Das würde ich machen. Das würde ich machen. Dann D5. Der Sprenger D4. Der Sprenger D6. Sieht ziemlich safe aus. Okay. Provozieren. Aber es ist ja jetzt mehrere Möglichkeiten. Das ist interessant. Auch E5 kommt vielleicht in Frage. Ich sage, es wird keinen davon machen. Da wird nicht rushen in dieser Stelle. Sondern da wird sich... Schwarz kann das Ganze ja nicht verhindern. Irgendwie so richtig. Das war so. Genau hier so. Raummäßig, ne? Ja. Es spielt sich einfach unangenehmer für Schwarz auf jeden Fall. Hase Resch. Okay. Das ist... Die Kajakin-Vaillee... Das ist... Das ist extrem langweilig, oder? Ja. Da hat Koma ist uns sicher. Na ja, so typisches. Angenommenes Damen-Gambit auf Minimalbasis. Aber nicht viel los. Kajakin distanziert sich auch schon da optisch von der Partie. Das ist ein bisschen auf, als wäre weggegangen und hätte einen Pappaufsteller von sich hingesetzt. Das kann sein vielleicht. Ah ne, hätte sich auch nicht. Na ja. Schau ja, der Pappaufsteller. In Russland ja auch sehr prominent vielleicht auch so einfach so. Statt Bodyguards Pappaufsteller einfach um die Leute zu präsentieren. Ja. Oh, guck mal auf H5 hat es geknallt bei Topperloch. Das macht doch mal Sinn, da rein zu hoppen. Ein Rechtsanrichter. Ah, reingott. Hat er Rinn gehauen. Ja, das ist doch ein bisschen Berliner Einschlag jetzt nach den 15 Jahren, ne? Rinn gehauen, früher nicht gehört zu sagen. Rinn gehauen, ja. Hat er hier geopfert, oder? Ja, hat er geopfert. So. Wo er hier opfert, sagt man hier mal hin, ne? Oh, das kann man schon sagen, ne? Klingt so ein bisschen Kölsch für mich. Ja, ja, opfert. Ja, opfert. Ja, so wie du sagst, klingt das auf jeden Fall. Ja, opfert. Da hat er ja opfert. Na Nico. Pass mal auf. Ich kann echt keine Akzente. So, was wir jetzt los. Dame H7, H5 war mein Plan, aber dann... Achso, da habe ich ein bisschen wenig Damenfelder. Mein Plan war Dame F5. Sofort Dame F5? Ja. Droht Springer E6 vielleicht ein bisschen dachte ich. Und weil ich hier wieder so mache? Dann wollte ich C5 von A6 nehmen. Dann gehe ich erst weg. Nee, komm, so nicht. Okay, Tom A7 vielleicht. Nerven. Du bist so ein bisschen gebunden auf jeden Fall, ne? Ich weiß ja, wie es ist mit Familie. Na, ich sehe schon den taktischen Trick gleich kommen. Ich nicht. Ich auch nicht. Aber ich dachte, du haust einen raus jetzt. Kannst du leicht einen rauszuhauen, ne? Mach mal so. Könnte ich G8. Könnte ich G8, kannst du nicht sagen. Okay, das droht gar nichts, oder? Mach ja auf hin. Oder hast du da genau drauf spektakuliert? Nee, gefällt es alles nicht. Wenn ich Sprenger 6 spielen kann, ist er es nicht schön. Und ist auch Topi-Territorium, ne? Ja. Ist ja so ein Angriffsopfer Fuchs. Hat er damals 5 gemacht, ne? Guck mal. Hat er gesehen? Hat er? Ein Knopf im Ohr und hört uns zu. Ja, da gab es früher schon Unterstellungen. Wohl wieder bei der Diskussion wären. Wer wären? Ein Motiv in der Stellung hier könnte auch mal zwischendurch sein. Springer H7 Schachläufer G5. Darf man auch nicht aus 8 lassen, zumindest aus schwarzer Sicht. Okay. Also, es geht immer noch F6, aber in manchen Stellung könnte das vielleicht mal lästig werden. Das ist aber super unangenehm. Nee, der Armin bezahlt sei weiter Lehrgeld. Und auch, ich glaube, sein Spanisch. Also, das hier ist ein Hauptvariante. Aber jeder Variante ist D6 und laufe nach B7. Da haben sie sich schon ausgeguckt. Es ist kein Zufall, dass sie jede Partie Spanisch spielen gegen ihn. Ja. So, Magnus, wie wir es gesagt hatten, hat erstmal ganz in Ruhe die Stellung verstärkt. Der hat hier nicht gleich die Wochen vorgestellt. So kennen wir ihn. Ja, hier vielleicht den H7 gerochen. Hat ihn gerochen? Kann ich mir vorstellen. Okay, wenn das jetzt einfach... Wenn das dann geht. Wenn das dann geht. Wenn das dann geht. Vielleicht geht es auch nicht. Vielleicht kann ich mich freikaufen mit H4, H5, aber das war ja nicht so Sinn. Kann ich auch springen als die 6 Springer stecken. Oder fünfmal hast du irgendwie auch noch König G7 Doppelproblem. Und der spielt Springer C7. Das ist ein Schachfuchs. Die Drohung ist stärker als ihre Ausführung manchmal, ne? Ja, ich glaube jetzt droht er hier die Drohung auszuführen. Also wenn man jetzt sowas die Läufe F7 macht, kann man trotzdem das H7 nehmen, warum ich G6 E6 hat, ne? Also. Ja, aber jetzt hängt jetzt auch der Sportfreund. Aha. Ich weiß nicht, ist das so schlimm für Schwarz? Das ist vor allem extrem reduziert. Also die Bauern haben sie extrem viele Bauern getauscht. Die Spannung hat sich wieder aufgelöst. Muss gefühlt eigentlich eher was Positives für Schwarz sein, wenn es nicht konkret extrem schlecht für ihn ist. Dann lasse der den Verteidiger. Ja, wenn konkrete Handlungen entlasten ja den Verteidiger oft. Ach, das ist sogar Partiesstellung. So, Panther Chess sagt, geht mal zur MWL bitte. Und Panther Chess. Hat recht. Ist ein Schachspieler Panther. Heidewitzka. Wie ist das gekommen? So, wo waren wir? Hier so. Da haben wir F3 alle gemacht. B6, Tom CC1, Läufer weg. Tom E2, Sprenger E7. Geht gleich auf den Bauern. Tom E4, Tom D4, Läufer F4. So. Geht ihr hier jetzt so Taktik? So G5 vielleicht was? Wenn nicht, dann soll der V1 gut stehen. Wenn doch, soll der nicht gut stehen. Steht weiß gut. Also ich meine, wenn ich Sprenger G6 macht, zum Beispiel, ist das auch eine Option? Das ist die Frage. Weil das wäre erstmal der natürlichste Zug, finde ich, wenn er Sprenger E7 gemacht hat. Der muss ja irgendwo hingestrebt haben. Ja, aber es gewinnt ja wenigst kein Material. Dann bin ich schon mal beruhigt. Und wenn ich jetzt wieder nehme? Okay, das hatte ich nicht antizipiert. Du bist ja schon noch so ein bisschen unangenehm da gebunden. Du kannst vielleicht mit Läufer E5, also D4 tauschen mit Läufer E5. Aber... Achso, da hängt der Läufer auf B3 am Ende, ne? Na, Tom C4, aber er ist auch nur so mittelhübsch. Tom C4 ist nur so mittelhübsch. Das kann ich so bestätigen. Aber es... Es lebt noch. So, Sprenger G6 hat hier keinen Trick. Es fühlt sich ein bisschen so an, aber der Läufer auch wie 8. Irgendwie... Das ist so viel Figuren, ne? Ich hab sehr viele Figuren. So, was hat unser Chat? Hat MW etwas eingestellt? Ich hab nicht gesagt, die Uhrzeitangaben hier sind äußerst ungenau. Ne, es ist jetzt genau 21 Uhr 2. Ähm... Aber ja, es kann passieren mit diesen Delay-Uhren. Ich glaube, da ist unser System nicht so drauf trainiert. Aber ich glaube, die grobe Tendenz stimmt. Wobei, gerade wenn wir hier analysieren, auf unserem Brett, wenn ich jetzt zum Beispiel... So... Zack, dann läuft die Uhr hier los. Dabei hat er gar nicht gezogen. Deshalb, wenn wir in der Analyse sind, ändert sich die Zeit häufig ein bisschen. Aber ich wieder reinklick. So, zack. Dann haben wir wieder. Okay, Sprenger G6 gespielt. Weißt du, ich mein? Ich... ich hab's verstanden. Pantachess sagt, ja, nee, aber steht in der Läuferer 4 nun laut. Kommt nicht mehr so gut. Dann brauchen wir hier einen Trick. Wo ist der Trick? Maximal Trick ist eh nicht kein Maxim. Er schlägt auf G6. Der Grund ist hier wahrscheinlich. Läufer an? Ja. Aber hier, ich muss dich loben. Du bist an Feier heute, ne? Einen Zug nach dem anderen Prognostizisten. Das ist beeindruckt. Ah, jetzt verstehe ich. Oh, es ist von der Trick. Ich habe den Trick abgelesen. Aber macht aber Sinn. Jetzt haben wir Zeit für Tom C7. Auf jeden Fall im Grunde. Ah. Ah. Also stets. Und Metastrategic sagt Tom C7. So was wie Springer D3 oder so geht nicht. Dann halt bestimmt ein Trick. Noch mal viel angreifen. Ja, da stehst du auch hier in... Ja, jetzt bin ich wieder in dem Problem drin. Ja. Na ja, okay, das geht nicht. Na, vor allem her, ja. Ja, ja. Das ist viel zu matt. Und das ist forciert, oder? Ja, Tom C7 kam. Ich sag halt. Das lässt sich ein Maxim Vashila-Graf nicht entgehen. Und was kann ich machen? H6 oder so? Das droht der Erläufer E5 trotzdem, ne? Ja. Das hätte ich mich gerade gefragt. Ich glaube hier... Ja, H6 nicht, oder? Oder? Nein, aber... Zwei zurück, ne? Du kannst vielleicht das Schatz geben. Macht das irgendeinen Sinn? Läufer G8 schlaft und dann die Dame wieder nehmen oder so? Das macht es ja eigentlich ein Läufer nicht mehr. Oh, man hat jetzt einen Abzugschlauch zum Beispiel. Das könnte auch unangenehm sein. Das sollte unangenehm sein. Ja. Ja. Ja, ich vermute, Tom C7 hat Nepomnichi übersehen. Wie ich auch. Wie ich auch. Äh, wie Nepomnichi auch. Ja. Ja. Wie auch. Drehen wir aus dem Kreis. Ja. Da ist er noch im Chat abgelehnt. Ah, clever. Das ist ein Trick von mir. MBL sollte gewinnen. Ich lese ja auch den Twitch Chat. Wo ich glaube, da ist hauptsächlich noch Rigors Chess hier mit seinem Denglisch. Der... Die Driving Force. Und... In Trade Channel Chess 24 Chess. Sagt Frank Odila was Pionic Baller. Nachschrei ein G6 war auch auf der G5 gut. Ja, das ist so auf Trickbasis, was ich nicht gesehen hatte. Aber auch hübsch. Aber was Angel gemacht hat, sieht ja sehr, sehr verständlich aus. Ja, schön übersichtlich auch, ne? Ja, und jetzt haben wir natürlich da... Wenn die Läufer irgendwie auf der Diagonale A2 G8 und D4 H, also A1 H8 stehen, dann sind das natürlich auch zwei extreme Stangen, die da einfach... Schön. Ja, hier war da. Ja, schön auf dem Brett. Voll zur Geltung kommen. Solltest du irgendwas Versautes sagen? Ne, ne, ich dachte, es geht in eine andere Richtung, zwei extreme Stangen ist gut. Sagt man das nicht, wenn man zwei starke Läufer hat, dass das Stangen sind? Ich kenne das so. Ich weiß nicht. Irgendjemand hat das immer gesagt. Ist das nicht Carsten? Ist das nicht so ein Carsten Müller-Ausdruck? Die Stangen? Ah, okay. Ich weiß es nicht. Ich kenne das von David Ortmann. Okay. Der guckt bestimmt auch gerade zu. Hallo. Grüße. Grüßle. So, ich habe gelesen, Amin hat die Verteilung nicht gefunden, dem entnehme ich. Weil jetzt kann ich ja was gemeines machen. Und da habe ich zum Glück hier Dr. Taktikberger. Dr. Taktikberger. Oh Gott. Vielleicht mal Schach, ne? Schach auf doof hätte ich jetzt auch erst mal gesagt. Und jetzt könnte man ja eigentlich die letzte Figur ins Spiel bringen. Den Haarbauern. Ne. Ich wollte eher sowas wie Läufer G4 machen. Alle Freunde zur Party einladen. Ja, bei mir waren zwei Leute. Einer mehr als erwartet. Oder Läufer H5 sogar. Wenn es auf F7 nicht mehr vernünftig zu verteidigen ist. Aber F7 ist noch. Ich weiß es doch aber nicht. Der Toppie studiert das hier. In aller Ruhe. Und hat Läuferhafen gemacht. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Okay, dann gucken wir. Ich weiß es beide sagen. Aber es ist nicht so spannend. Ich weiß es so. Nennt mich nicht umsonst. Karlauer. Der Wortspielmeister. Ist der Titel, den er sich selbst gegeben hat. Der Fips Asmus in Norddeutschland. Ich weiß es nicht. So, da mal 6 Sprecher 6 lese ich. Aber. Tommy 6. Ja. Wahrscheinlich trotzdem noch schlechter im Moment. Zack. 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 Weiß sind viele Figuren. Ja, die schwarze Koordination ist irgendwie noch ziemlich beschissen. Ja, ist nichts Tolles. Wäre Läufer G4 besser gewesen? Also wenn hier gerade. Ich weiß es nicht. Ich meine es droht einfach. Ah, hier. Ich habe einen neuen Trick. Ich gehe auch hier einfach zurück. Ah, ja. So, so. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Aber. Genau. Das habe ich auch gemacht. Köche 7 mal gespielt. So. Auf Wecklaufbasis. Aber jetzt einfach Sprecher 7 mal. Zack. Boah. Das. Sprecher 8. Und ich habe da gerade ein Kopfschirchen gesehen. So ganz leises. Oder vielleicht auch kann man da schauen. Aber sie ist ein leises Kopfschirchen gesehen. Das ist nicht schlecht. Wortlos. Sprecher 8. Dame G8. Ach, Dame G8. G8 noch. Na dann ist. Schleswig Wachski bis Delemanski. Ich weiß nicht. Ist immer noch wer. Englisch. Was haben wir. Was was. Nach Springer D7. Jetzt wieder. Ja. Remi. Hier ist sowas. Hm. Das ist nicht schlecht. Ja. Schlecht. Dann bin ich aber alle einfach. Und dann. Ich habe nicht gesehen, dass Läufer G5 die Dame gewinnt. Aber nach D7 hat man. immer noch. All diese Figuren. Ja. Aber hier geht er immer. Wir sehen es noch nicht. Topperlauf macht Sprenger F7. Ja Sprenger F7 finde ich auch noch logisch. Aber andererseits nach Sprenger F8. Was ist hier? Ja vielleicht ist da mehr 5 Akkupe. Aber ein bisschen kleinlich. Kann man. Kann man. Kann man. Also nochmal da mit G8. Was gibt es denn hier noch für Möglichkeiten. Hier vielleicht noch irgendwelche Tracks. Ich sehe es nicht. Damit hängt. Ja ja. Das hat. Okay. So was wie Sprenger H6 oder sowas. Irgendwas liegt. Ich sehe es noch nicht. Ich bin sicher, dass da. Sprenger F8 ist los. Schon wieder schön gesehen. Kann man auch nicht vorstellen. Also ich meine was. Wenn ich hier sowas wie Tom F8 einfach mache. Ah ja. So wie kam es. Ah ja. Guck mal, wie weit ich gerechnet habe. Lustiger. So wie kam es. Ah ja. Ah ja. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Das haben wir dann immer noch gut. Weil das hier noch droht und hier irgendwie. Die Läufer G5 ist auch in der Stellung. Wir haben auch schon 17 Bauern für die Figur. Also ich glaube, das bricht da vor allem wie alles weg. 17. Ja jetzt kommt die Läufer G5 Springer D6. Das muss doch irgendwie richtig katastrophal sein. Achso, du kannst Leufer G6 noch. Ah ja. Okay, dann nehme ich gleich auf D6 weg. Oh, ich könnte auch. Guck mal. Du kannst. Springer D6. Wahnsinn. Jetzt einfach. Und der Läufer kann ich einfach ziehen oder. Kann aber. Dann hängt der Springer. Vielleicht springt der 6 doch nicht so schlau. vielleicht machen das ff5 freizuschauen oder dass der springer nicht mehr hängt aber ich sehe nur die hälfte aber die züge stimmen vielleicht manchmal so wie kam es bei der sieben und das ist die falsche partie überlegt aber macht die stelle ich glaube das ist es ist schon beendet im werk gewonnen ja okay weil ich sagen die stellung ist ja auch das die bergermove gemacht dieses laufer g8 also wieder alles antizipiert und hier ist halt draufs gelutscht na gut ich meine wenn ich bergermove machen dann kann das ja nur gut laufen ich habe trotzdem das gefühl dass es hätte besser gehen müssen für weiß also soweit das ist natürlich du hast eine millionen bauern aber irgendwie spielt schwarze zumindest wieder mit ein bisschen muss man auch aufpassen als weißer über die uhr und wenn ihr es rauskommt drei bauern sind jetzt auch nicht die welt so und hier es kam wieder so reihe ist echt hier bergertag sprengt die sechstum hat sechs und zwar gesagt 37 läufer schlicht sie von voll die lösung genial aber es war genial aber hier weg nehmen oder hat einfach und dann a6 ich hatte irgendeine andere variante wo ich sowas überlegt hatte wo man das war mit dame geachten da habe ich überlegt ob man so was irgendwie machen könnte weil du hier hat einfach was hast du denn eigentlich für die dame du hast eine figur keine eine fühlt sich noch mehr an war läufer g4 eigentlich gerade immer da hätte läufer g4 gerade alles gewonnen das ist der trick jetzt okay und dann nimmt man irgendwann ab 6 weg nachdem er gesammelt hat noch mehr als eine figur ja ein könig ja ja wie sieht es jetzt aus wie sieht es jetzt aus die zählen beschäftigt sage ich direkt ach so du meinst du das wie sieht es jetzt aus also weil ich jetzt g4 oder bindet auch so ein bisschen und wobei oder kann ich hier na gut man verhängt ja trotzdem einfach genau so gut aber jetzt ach so läufer b7 ist immer nicht so richtig gut weil dann immer tun zum b5 kommen also schwarz ist schon so ein bisschen gebunden hier auf jeden fall das ist immer noch unbequem ein läufer f7 gemacht das war meine idee tatsächlich im nächsten also ich das kann noch nie schlechter sein für schwarzes händler das war auch nicht nicht einfach mir aber ja man kann sich halt einfach kann ja gut wenn schwarz sie noch ein frei bauen bilden könnte schach oder schach der hat sich darum ja so gibt es jetzt zug wiederholung oder so was was jetzt nicht hier könnte ich dir immer verbinden also kann es auch noch ein paar hier mit weißen läufer c4 könig e7 könig d5 läufer f7 und schwarz gewinnt und schwarz gewinnt ist auch übertrieben das ist vielleicht sogar vielleicht doch sicher zurück ja ja das stimmt oder läuft er acht mit der idee b5 zu spielen ne sollte gleich krimieren ja wenn die man das ist das informieren wir euch das wäre mein tipp oh mann 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 meine tipps laufen ja heute kommt rein wenn die wüssten was wir in die kasse geschmissen haben im toto spiel oder wie nennt sich das panther chess fragt hat mc jetzt eine neue freundin zusammen habt ihr das gehört ne mit der alten schon länger nicht mehr so viel weiß ich mit der neuen weiß ich nicht genau ich habe einen instagram post gesehen und annisch giri hat in unserem interview gesagt dass magnus neue freundin hat aber ich weiß es nicht aus erster hand sondern nur aus giri hand also die gerüchte gibt es und es gab so einen mysteriösen carson instagram post der aber nicht so deutlich war ich glaube eine neue freundin aber ich bin nicht völlig sicher weil die alte war ihm so alt ich glaube das war schon zwei jahre her oder so also ich muss auch gestehen er ruft mir nicht jetzt machen wenn das los ist also vielleicht war dazwischen war ich weiß es alles nicht aber es gibt was ist davor gefallen was war los dass er sich nicht mehr bei dir melden sagt nur weil sich dann bescheiden weil ein liebesleben da kommen wie 6 er spielt es noch ambitioniert kampf so er ist eine kampf sau vielleicht war eine neue freunde das könnte sein oder ding mal ab ein mann von von dings kaliber hast du ja nicht umgehauen okay dass die damen gambit sagt gleich mit namen denn ich glaube dass die alte die du da nennst jayway habe ich mag mich täuschen nicht mal mit 22 2 war ja noch gar nicht ich glaube wie gesagt das ist eine verflossene aber vielleicht liegt da nicht richtig ich kann man diesen ganzen skaterischen namen werke das merken karl sind lassen lassen kajak ihn weil ich hier ja kinsen haben gedraht das war meine grundteile 60 auf dem weg zu 100 prozent vorhersagen glaube ich ja weiß ich nicht ich denke mal bei jeder section aber dann vergesse ich immer als er mit schwarzer russischen angaben das haben wir schon so lange sachen spiel somit weiß der action machen okay so hat schwarz gespielt so halte spiel aber wie das war ja ok macht sinn macht das sinn ach so weiß ist es schwarzes am zogen ja ja eben das extrem unangenehm aus für schwarze figuren einfach keinen halt weiß nämlich einfällt und verbauen hier mein freund und mannschaftskamerad renne stern sagt immer die haben keinen grip haben kein grip ja und ohne grip bist du nix so sagte mehr als leger besser renne so redet um den grip bist du nix doch doch und wenn du das dann sagt dann sage ich renne ist erstmal ein snickers ja gut das ist doch jetzt und dann sagt tom auf die siebte am leiden tun ja ich glaube es wäre wieder böse enden für topi auch konzentriert wie die engine sagt ausgeglichen recht oder nicht die leiste da oder ist das heißt dass man ja wie ausgemacht diese mal hast du meine mitte jetzt so die spieler auch ich bin auch mit ach so das war dieses endspiel was wir für mich spannend gefunden haben ja wir kommen weil wir davon ja erstmal will ich jetzt hier voll wesko sehen zugleich spielding auf gewinn ich muss ja noch in der top studieren b4 jetzt können wir zumindest probieren als schwarzer das sind macht es die andere frage aber ich glaube ich kann das brett nicht sehen weil ich top oder anstatt ein bisschen creepy aber spannend finde ich muss ich erstmal auf einmal zurück start dann würde uns wirklich na gut wieder brett an der chest vermisst aronians hemden das heißt hier alle so monoton ja alle sehr gut gekleidierung oder und ding spielt es auch gewinn dr ding hier spielt könig e6 rennen wir schnell zum könig den laden da zusammenzuhalten da wird nichts anbrennen ja auch das war mein tipp ich weiß nicht mehr was ich glaube nakamura wesley habe ich auch remy getippt wesley tipps immer remy ja genau mit schwarz zu solid wir gewonnen gegen komisch habe ich gesagt er ist angeschlagen faszinierend ich kann gleich alle ergebnisse richtig haben dafür muss jetzt nur noch top erlauf gewinnen tippitoppi hast du mal über eine schachtyp karriere nachhört es gab ja mal wettanbieter die auch schacht werden angeboten haben oder gibt es vielleicht sogar immer noch ich weiß das gar nicht und zu ne ich habe es geschehen ich bin selten am start weil ich höre und so glaube bei den großen turnieren kandidaten turnier und weltmeisterschaft gibt es auf jeden fall immer ort und ich glaube genau und zum beispiel war ja also karlsen karlsen karuana war ja ziemlich lukrativ weil also auf karten zu tippen natürlich nicht aber karuana hat eine ziemlich fiese quote in der fünfer quote finden für einen unentschieden also hast du getippt und dann verkauft nach elf partien nee aric hat aric hat getippt aber ich wollte eigentlich auch noch eine teamwette machen aber dann war der wettkampf schon angefangen und sie haben nämlich schon zwei drei partien remy gespielt und dabei war aric war in baltwissi glaube ich als der wm kampf angefangen hat und als er zurück war machte das dann noch wenig sind weil die quote natürlich runtergefallen ist wenn du so ausreißer quoten hast also ich hatte zum beispiel damals war fußball wm und dann war irgendwie spanien holland und und hat irgendwie eine 5er quote oder sowas und da kann man halt auch was draufschmeißen die können ja fast auf spanien gesetzen natürlich auf holland gesetzt in hollande 5 oder ich kann mich mal keine wm mit holland erinnern ja wir haben solche in spanien dann geht es mich hoch geworden 52 was jetzt hier los ist die rolle matt so völlig verstanden wo kommt dann auf einmal der schwarze turm her aber es hat rot aber dazu tom b4 gefällt auch nicht so richtig das sieht so langsam aus war nicht auf die alli gekommen ja ich meine turm b4 ist halt gierig der gierige ansatz ja den aber herr ist roter kann es kam erst um die acht es kam erst um die acht und macht g3 ein tricks schöne ressource ja auf jeden fall natürlich die frage hier konnte man hier schlagen auch ich stelle das mal so 24 was haben wir jetzt haben wir extrem viele bauern wenn der kündig einfach nach f1 ne dachte ich oder muss es läuft gesteckt zwei cleverer irgendwie die acht dame ist angekommt läuft ja dass wir den gestörter so ist was ich nicht gleich schlagen muss ja wollte er nicht aber wir haben noch immer noch ein paar baum und bricht so 3 also wie kam es stattdessen f3 laufer f3 fleißer das jahr gewonnen und jetzt haben wir ähnliche version monos aber wieder mit aber wie soll ich sehr glatt gewonnen soll sowieso ok machen wir zurück wieso muss man den springer stehen lassen darf der nicht ziehen oder aus vorhin weg ja okay so fuchs ja sagt in unserem twitch channel dieser chanel ist auch nur sehr jung ja wir sind wir sind neu hier ich heiße jan wir reden über schach normalerweise in der vergangenheit eher auf englisch aber deutsch auch wenn man es nicht immer hört ist unsere modersprache und macht auch spaß machen ja deutsch macht spaß das turnier über das wir sprechen ist der erste teil der grand chess tour an der elf mal küste das erste superturnier in afrika mit einem amtierenden schachweltmeister soweit ich weiß und mark muskart sind diese amtierende schachweltmeister liegt auch in führung auch wenn er in dieser runde nicht überall remy gegen die nummer drei der welt im klassischen schach dingley renn hinausgekommen ist hier sehen wir seinen konkurrenten hikaru nakamura der us amerikaner bekommt es mit seinem landsmann wesley so zu tun und nakamura braucht einen sieg um dran zu bleiben aber wird ihm das gelingen das springer entspielen sieht nah am remy aus aber der weiße hat den vorteil schwarz ein doppelbraun auf der angebilden kann sieht schon mal gefährlich aus na also zumindest mit potenzial ich bringe auf die drei steht ziemlich gut so dass du ziemlich gerade auch so nicht der die struktur hier lehnt auch den schwarzen könig kann nirgends was angreifen muss aber da ist in der fünf decken weiß der zeit hier mit seinem eigenen könig anzukommen vielleicht kann er eines tages so kommen wir öffnen nach der kenne ich ja drei gespielt habe ich jetzt hier oder auch ab oder auch abc vier könnte motiv sein sagt wir so drinnen naja gut es geht noch ja dass er das schwäche mit pc und dann im springer immerhin springen gegen spiel pc pc und dann noch im kühner p5 kriegst du irgendwas angegriffen von mir aber du brauchst extrem lange um den h5 zu holen auf jeden fall ja ja aber du hast schon das schon recht das tauschen sich auf jeden fall immer ein paar bauern wenn weiß irgendwie durchbrechen möchte das sein und weiß macht direkt c4 und das b4 schafft so dann versichert du dich zumindest ist der springer nie auf den anderen flügel rüberkommt oder was passiert so macht dann machst du den laden dich genau das ist halt die frage ist ist laden zu eine option ja oder nein also ich halte ein springer zumindest du musst ja quasi auf b7 bleiben aber a5 so schönes feld das stelle weißen könig daran wegzulaufen und ich habe das feld d5 nicht und ich kann mit meinem springer alleine kann ich kann ich mein springer nach e5 umgruppieren vielleicht nach c4 muss ich auch so spielen ist ein bisschen komisch aus deswegen wollte ich erst mein könig nach a3 stellen kannst du bringen wenn ich erst mein könig nach a3 stellen kann ich den könig auf a4 nehmen du kriegst die tür nicht zu muss du wissen dein lieblingsfilm plötzlich prinzessin nein ich hatte das gesagt oder das sport oder wie auch immer der sport kriegst die tür nicht so ich gucke ich gucke meist auf englisch also die letzten 17 mal hätte ich dir hätte ich gesagt wir einem schraubenschlüssel ausweichen kann noch ein ball ausweich hättest du sind die sofort gewusst aber hättest du holen legende er finden wir doch mal lustiger also wie lenz armstrong kommt und die motivierende rede hält dass man die was aufgeben soll dann ist immer besser in der zeit falls ihr es noch nicht gesehen habt dodgeball voll auf die nüsse deutsche untertitel mit den welt stars ben stiller und winz wohn ein film und die ganze familie ist und david hasselhoff und lenz armstrong und lenz armstrong und jason bateman den rothaarigen kennt man auch ich habe vergessen wie er heißt der rothaarige der pirat heißt es immer aufgefallen dass die idioten in den filmen was die heißen ist tatsächlich so ist mir nicht aufgefallen hat von jetzt darauf achten ja aber wahrscheinlich haben wir dann auch bei meiner geburt gedacht guck mal das ist ein idiot das ist die wenn einer stehe ist dann der so und jetzt um die sieben schach einfach weil so schön ist hat er gemacht hat er gemacht also hier berger topperloff sehe ich eine verbindung da sind wir kommen das hat so ganz clever gemacht hier glaube ich er für den könig auf die seite rüber weil er mit dem könig auf der anderen seite sowieso nichts machen kann dann hat den springer nach der 6 gefragt oh wir erzählen im test von die vor schatten auswitze das guten schatten auswitze ich mir fällt jetzt gerade keiner ein ich bin so aufgeregt ich weiß nicht du wusstest nachdem schatten aus auf den jungfern inseln mussten sie unbedingt die insel das ist jetzt kompliziert gefühlt gute gewinn chancen ja der fortschritt da läuft der könig hin und dann so ziel muss es sein irgendwie den h6 anzugreifen also nicht so leicht j fragt wie heißt die app in der man gegen karlson spielen kann es gibt die app play magnus da kann man nicht wirklich gegen karlson spielen aber gegen einen computer der spielt wie karlson in verschiedenen alter stunden und hat auch so ja okay ist einfach nur eine figur getauscht worden alles gedeckt h6 ginge eventuell so aber es ging einfach so und das gewinnt man ja okay was ist wenn man jetzt genau zum h2 das war auch meine überlegung jetzt droht e2 aber gewicht das hier doch ich bin nicht sicher vielleicht gewählt das nicht ich kann auch noch zwei schafft machen ja aber den nehme ich weg also recht ok hier war sie nicht kommen könig wahrscheinlich gewonnen für sie nicht so gewonnen und hier ist geht schlag auf schlag den bauern toppi es ist wo ist denn die stellung da hat er nicht gemacht oh gott hier weg genommen verliert ich habe jetzt c6 gespielt können wir so eine geht jetzt irgendwie eins e2 für die 2.6 alles eingestellt und ja es geht auf dass da ich habe zu früh hochgerissen was ich glaube du hast ihn gefinxen du hast hier gefeiert kam also bildschacht man das wird sie nicht gerne hören Warum nimmt er nicht den Ball weg? Das war zu einfach. Völliges Rätsel. Auslätzer. Das Alter. Ja, die Aussetzer passieren öfter mal. Ich meine, dieses Endspiel, was er da verloren hat in Shamki, wo er es einmal ganz einfach Remis halten kann und dann kriegt er schon die schlechte Konstellation mit Springer gegen Turm, aber auch die Stellung ist ja Remis, wobei das natürlich immer so ein bisschen... Ja, das war nicht so ein Remis, aber davor konnte er einmal ganz einfach Remis machen, wo er einfach dieselbe Stellung kriegt mit dem Zug mehr und dann gibt es gar nicht die Diskussion mit Turm gegen Springer. Naja, das war ein großer Comeback-Sieg, nachdem er, ich glaube, die ganze Partie auf der Liste stand. Und damit ist die Runde auch schon wieder beendet. Wir gehen einmal zu unserer lustigen Kategorie, die Ergebnisse des Tages. Nakamura Remisiert gegen Wesley Sow. Carlson Remisiert gegen Ding. Beides von Dr. Ergebnisberger getippt. MWL gewinnt gegen Nepomnaschi. Hada. 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 Topperloff. Gewinnt gegen... Verliert gegen... Nein! Siehst du, ich habe nochmal falsch. Hm. Ja. So sieht es hier in echt aus. Alles grün. Hast du keinen mitgekriegt, oder? Ich freue mich bei den Ergebnissen uns auch sehen. Ähm. Topperloff verliert gegen Armin nach einem Aussetzer. Kurz vor Schluss. Und Kayakin gegen Remis. Gegen Wey. Gegen Wey. Gegen Remis Wey. In der nächsten Runde schon mal eine kurze Sneak-Preview. In der nächsten und letzten Runde dieses Tages. Du hättest jetzt eigentlich, ohne dass du die Paarung anklickst, sagen können, wer gegen wen spielt, weil du weißt... Lass mich konzentrieren, er hat bisher ging an gespielt. Wey. Nicht gegen Carlsen, glaube ich. Carlsen musste schwarz kriegen. Ja, ja. Armin gewinnt er und weg. Er ging er wird. Nepomneshi. Nakamura. Wesley Sogink. Kayakin, glaube ich. Und dann bleiben ja nur noch Ding und Topperloff über Ding. So, lass mal gucken, ob das stimmt. Ähm. Oh ja. Ah. Kein Surprise. Ah, c'est vrai. Also, das hier ist die letzte Runde im Schnellschach. Danach gibt es morgen und übermorgen Blitzschach. Sind wir natürlich auch am Start. Andere Zeit. 16 Uhr. Geht das los? Ja. Und dann so alle halbe Stunde eine Partie. Also sind wir so 16 Uhr bis 20 Uhr 30. Nehmt euch nichts vor. Geht nicht ins Kino. Verbringt keine Zeit mit der Familie. Wir müssen hier blitzen gucken. Auf jeden Fall. R-Tabelle. Carlsen natürlich immer nach vorne. 13 aus 16. Nakamura bleibt ihm auf den Hacken. 10 aus 16. MWL jetzt langsam wieder da, wo er hingehört. Nämlich ein Plus. Aber alle, ne? Dahinter sind sie... Ach, sind alle im Plus. Okay. Ich vermute hier, dann muss er ein paar Minus auch, ne? Überraschend extrem weit hinten, finde ich. Sind das zweieinhalb aus acht quasi, ne? Also nicht so viel. Solche Berechnungen überlasse ich ja den Matheberger. Ich hab einfach die Hälfte von fünf gelungen. Ja, ungefähr 200. Den Matheberger. Das hat mich auch noch niemand genannt. Bist du verwandt mit Sonnebohrenberger? Ja, und mit Schlau auch. Das ist das schöne. Namenswitzen hätte man selber ja noch nie gehört. Ja. So, wollen wir noch tippen? Ich versuch ja. Ach so. Ach so. Ich versuch ja. So White Walker-mäßig. Guck mal hier. Wie Sie sehen. Warte mal, ich krieg das mit dem Spiegelverkehr überhaupt nicht hin. Fass mir nicht an! Schlüssellustig. Ja, lass tippen, komm. Soll ich anfangen? Nee, lass erst mal zusammenfassen machen, dann tippen. Ja. Stimmt. Ja, noch nichts zusammengefasst. Hey, überhaupt nichts zusammengefasst. Angefasst, aber noch nichts zusammengefasst. Ja. Zusammen angefasst, aber sonst nichts. So, das hier war. Nee, komm. Ja, das war halt nicht. Also. Ich mein, dass das so da überhaupt noch. Ja, gut. Gut, dass die Karie überhaupt noch was rausgeht. Ja, auf jeden Fall. Na ja, so vielleicht ein bisschen zu viel verarbeiten. Also, hier kann ich E4 spielen zum Beispiel. Was ist da aber los? Ja, jetzt haben wir immerhin den schlechteren Läufer hier, weil er an den F5 gekettet ist. Aber grundsätzlich. Hat Wesley den Laden hier zusammengehalten? Ja. Rimi. Kasum mit Weiß gegen Ding. Kriegte aus der immer soliden Semitarerschärfung ein leicht Vorteil des Endspiel. Konnte das aber nicht zum vollen Punkt verdichten. Ding ziemlich locker alles zusammengehalten, glaube ich. Aber schön, dass ich sage, er macht das mal 100 Züge voll mit den Bauern, was macht und dann E5 weg. Oh, da hast du recht. Vielleicht hier sollte man ein bisschen was erstellen können. Hier echt erstmal ein bisschen H4, G4, G5 mäßig. Das sieht noch einen vernünftigen Plan aus. Ich mache die Engine an. Ich mache Fragen, was du gesagt. Ja, 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 ja. H4 sage ich doch. Zack. H4 073. Der Berger. Und feiert diese Runde. Aber am Ende hat es nicht sein sollen. Für... Le Champion du Monde. C'est vrai. Chaises vont quatre. Maintenant en français. So, jetzt hast du aber den Pulver verschossen, oder? Ah, c'est comme ça. MWR hat gewonnen. Ach, das hier wäre interessant mit Kompi mal zu gucken. AD, CD, Sprenger B4. Hätte ich überhaupt nicht, weiß ich deutlich besser. Aber jetzt angefangen Quatsch zu machen. Und ich habe natürlich recht. Laufher 4, gefällt es dem Computer auch noch. Sprenger 6. Und hier Sprenger 3, H4 wieder spielen. Schöner Zucht. Deckt den Bauern und bleibt auf dem Gas. H3 D5. das scheint noch c1 fest gewesen ok wenn die aflösung der partie gespielt hat ja gefällt dem computer auch noch alles weiß ich hätte mir das gefühl dass schwarz wieder gut im geschäft ist kommt jetzt nicht so aufgerichtet wobei jetzt so langsam sagt er schon bisschen gespielt jetzt meine läufer hier ist ja nicht mehr so fern gb 6 scheinen fehler zu sein das ist einfach klar c6 zu machen oder sowas normal aus dem baum zu lecken und c6 deckt natürlich mehr mehr struktur mäßig du hast recht mehr grip für die figuren kein grip hast du nix ohne grip hast du nix das so gibt sich der grip nee ich habe auch und dann ja ja okay das hatte halt hier ein kleines taktisches das war der einsteller war bis hierhin war bei schwarz noch alles in ordnung tatsächlich 50 warum diese c7 geschichten vom teller zu nehmen und nach schlägt schlägt wer hätte er von weitem übersehen oder auch von abend ja sieben und jetzt sind halt irgendwie jetzt ist die ganze taktik für weiß hier unterwegs na jetzt droht läuft brutals läuft wenn ich das richtig das richtig in erinnerung ist habe ich jetzt schlecht und so kann es ja auch h6 laufer e5 f3 und jetzt hier das bergermann über und c8 war für geacht damit der läufer nicht mal gegriffen ist jetzt immer wieder die macht des läuferpaars irgendwas werden sie sich jetzt nicken hier die stangen in dem fall tatsächlich die doppelstange so dass der turn around der runde war hier top erlaufen hat immer eine schöne wir wollen das schön aus angriffspartie gespielt und rechner sich so begeistert aber rechner fehlt jetzt alles nicht aber aber ja im schnellstach auf jeden fall läuft einfach nicht bestimmt nicht dazu dass mich in ruhe brett war schön damals sechs war kommt wieder so wieso aber auch versucht wahrscheinlich falsche reihenfolge an läufer c5 und dann kann läufer c8 ja so gerne mal versuchen doch als er anzufangen aber das heute nicht hin oder so rum den schuh draußen ja okay ja genau ich habe kein tom war sie mal einfach ja siehst du und was gewinnt ach so das hatten wir haben das war ja diese folge war ja damit da beopfern 25 feierabend und läuft hier auf einmal keine fälle so was im chat los max thaler fragt trainiert jan magmus war für unterhaltung zuständig vielleicht ich weiß nicht ob es ein kompliment ist oder eine beleidigung jetzt mehr unterhaltungsqualitäten zusprechen oder schachqualitäten absprechen für mich sehr schnell angegriffen also ganz klar aber ganz klar ich war im match teil des sekundanten teams und ein ein paar trainingslager vorher aber ich bin jetzt oder kein ständiges mitglied des trainerstabs würde man sagen also nur was wichtig für das match packt das gustavson signal aus aber sonst nicht ja wieder das bettsignal nur mit einer taube statt so was wollte ich erzählen hier topperloff hat hier schöne angriffspartie dies das stand dann vollkommen auf gewinn aber man soll den punkt nicht vor dem abend holen und hier und jetzt nur für drei ist nur plus acht schreibt den bauern wessel dann stand aber schon mal das und er macht es nicht enden davon was auch noch offenbar die wünschung ist nach laufe drei wobei jetzt muss man schon angefangen anfangen genau zu spüren weiß ja und das ist eine gute stellung für das training ja ich habe geblufft kann man die stellung einfach wenn ich will ich kann das video anklicken anstelle wo wir sind jetzt kannst du das sehen minute und könnte ich einfach dahin gehen im video und mir die stellung selber abbasteln wir sind zwei stunden 52 minuten und 42 sekunden ja ich lasse mich aber noch eine minute oder das genau also läuft schlicht e3 hätte noch kremisiert ich glaube hier war doch wir jetzt auch ein bisschen auch tilt schon ich weiß nicht manchmal macht die hand einfach sollte sachen spieler seiner klasse und ich glaube er hat auch c5 schacht gespielt um den dann ist so weiter spielen zu können damit der könig nicht mit dem turm angreifen ja dann vielleicht hat er dachte er gedacht er hat hier auf c5 geschlagen ich weiß nicht was da passiert ist einfach aussetzer 6 macht das ganze noch mal schlimmer ja jahre 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 jah geschenke kriegt aber er wird sich nicht beschweren und hat sie gekämpft in den ganzen partier als zwei punkte so comeback mäßig gegen nakamura und topper auf kohle ist damit punktemäßigkeit schlechter bei 5 aus 16 geteilt mit allen jungs gesehen hat wer sie nicht beschwert der jahr war gar nicht so spannend und paul anna fragt hier sollte um 22 uhr weitergehen oder ja um 22 uhr soll nächste runde sein sprich in lass mich rechnen jetzt mal 21 49 60 minus 49 was machst du so jetzt machst du noch mal werbung hast du selber machen ja auf jeden fall ich glaube du hast noch gar keine werbung gemacht aber ab und zu muss ich solange live es gibt es auf chess24.com der seite wo es tausende von videoserien gibt viele in englischer sprache meine meistens auch in deutschland sprach für diejenigen die deutschsprache bevorzugen partner oder auch einen rabattcode gct minus 30 halte 30 prozent auf alle produkte meine empfehlung vielleicht auch nicht vollkommen unvoreingenommen ist natürlich die jahresmitgliedschaft die euch ein jahr nicht nur die chance gibt videoserien zu gucken sondern zum beispiel auch bei jedem bantablitz die großmeister und nicht nur die großmeister auch die weltmeister der markt was kassen ist neuerdings hier auf chess24 sehr präsent wird auch nach diesem turnier weiter bantablitz machen also wenn ihr gegen magma spielen wollt kann die als prämien mitglied auf chess24 herausfordern dazu wenn der weltmeister nicht da ist gibt es auch so die minions so die die mix dieser welt die es sehr regelmäßig machen also ich glaube es lohnen sie dazu gibt es taktik trainer und bessere features und schnellere engines dies als jenes hauptsächlich sind wir natürlich zum hinterbissen dazu haben wir auch einige premium ohne schuss zum beispiel nächsten monat im juni kommentiere ich mit peters fiedler sein zeichen super großmeister der auch viele wir sehen am stadt das ich glaube sehr spannend für die norway chess mit fast der gesamten top ten wo sie nach wenn der partie remier ausgeht dann ins schnell stechen gehen oder vielleicht schon geben das heißt ja wenn ihr zuschlagen wollt oder sich angucken wollte eine wiedersehle mal während das turnier läuft hier gct 30 le code bonus jetzt geht's los soll ich du willst ihr päuschen machen ja ich habe gerade schon meinen werbetext geredet da mal ja auch noch ein herz willkommen auf der dauerwerbesendung twitch es geht in neun minuten weiter mit der letzten runde des tages bei der grand chest tour rapid blitz mit den paarungen gegen markus carlson amin gegen waschila graf der kompensche nakamura wesley so kayakin und ding lee renn gegen topperloff der weltmeister liegt relativ bequem in führung aber nach der schnellschach haben die götter das blitzschach gesetzt wir haben morgen neun partien blitzschach dann am tag danach ebenfalls neun partien blitzschach steve berger und ich werde hier am start sein und alles so gut wir können also nicht so gut aber mit großer motivation kommentieren ist ein spannendes formal auf jeden fall ich würde nicht gegen markus tippen und wir sind in sehr wenigen minuten wieder da mit der neunten und letzten runde des tages vielen dank fürs zugucken und bis gleich macht ein paar taktikaufgaben hier ich habe gehört taktiktraining ist eine super idee in der zwischenzeit brgx fragt prämie unterstützer wohl auch die live berichterstattung prämie unterstützt alles ohne premium sind wir hier nicht am start sind leuchten die lichter nicht weil jess 24 sich damit weitestgehend finanziert also die prämie mitglieder sorgen dafür dass wir hier unsere shows machen können und wir sind denen natürlich sehr dankbar vielen dank ich sehe hier im chat viele premiums dafür dass ihr uns hier am laufen halten so ich bin gleich wieder da bis dahin tipps machen wir noch vor und wir sind dann auf jeden fall Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier mit Sprenger C3, Überläufer B5 oder D4 Sagt er jetzt C3. Bist du darauf auch vorbereitet, Mr. Magnus? Was sagst du dazu? Die Wahl zwischen Springer 6 und D5. Das sind die beiden Hauptzüge. Nebenweiter wäre so E6, D4, D5. Mal gucken, was er macht. Manchmal ist er auch lustig drauf. Und dann spiel er gerne E5. Vielleicht spiel er auch jetzt E5. Ihre Dutheit. Oh, Dame Affen. Weyye ist 19 oder so. Dame Affen hat er gemacht. Das ist ein Spaßvogel. Das gilt als gewagt, sagen wir mal. Die Idee ist, D4, C schlicht D, C schlicht D zu verhindern. Aber es stellt die Dame natürlich relativ früh nach A5. Aber es stellt eine gute Gegenfrage auf C3. Weyye fragt, bist du darauf vorbereitet? Und Karls macht Dame A5 und sagt, nimm dies. Ich will Schach spielen, Sportfreund, sagt er. Auch wenn ich da mit der Dame mal investieren muss. So ein bisschen Troll, der Magnus. Ich habe es hier nach C3, wenn ich da mal A5 schon 1,5 Mal gesehen habe. Das ist hier auch eher Quatsch. Aber es ist beeindruckend. Welche Risiken er eingeht, um schnell aus der Theorie zu kommen. Hier, einer meiner Lieblingstricks. Der Springer F3, D6. Ich fahre meistens mit C3, aber gleich die Idee. G3 Springer 6, C3. Soll ich dir ein bisschen rein spielen? Wieso darf man den Bauern auf E4 nicht schlagen? Wichtig ist hier nach C3 Kopf zu schüllen. Achso, ja. Und dann, wenn sie den Bauern schlagen. Ha, zack. Weg ist der Springer. Ja, aber hat er gesehen. Spreze 6, D3, G6. Ich glaube, Arminen spielt gerne diese langsamen königsländischen Angriff Schemata. Ich wollte Maxime jetzt recht sein. Ich mag ja den schwarzen Springer in diesen Strukturen immer lieber auf E7. Aber das war wahrscheinlich gar nicht realisierbar, ne? Na gut, das sehe ich schon früh auf. Ne, ne, das ist ja der Springer F6. Ist er auf F6. Hörst du das, was da draußen ist? Wir sind hier eigentlich in einem sehr ruhigen, verlassenen Hinterhof. Auf der Straße weggeschrien. Und gegackert auch. Auf Freilagabend, Hamburg, da drehen die durch, die Leute. Da drehen die durch, ja. Weißt du, wer die haben, wir sind die ganze Woche, wir haben mit keinem an Bord geredet. Ja, auf Freilagabend, zack. Ja, das ist für mich ein paar Mexikaner herumgeschrieben. Aus Berlin kann ich das gar nicht. Diese Stille. Ich kenne das immer, weil ich im Fitnessstudio, ich bin ja Pumper, wie man sieht. Hier mal anquatschen, eine Unkleidekabine. Ja, hier mal bestimmt ein Berliner, oder? In Hamburg redet man. Was sagen die Leute dann so? Machen wir ein bisschen Platz, ich will auch mal vor dem Spiegel stehen, weil du da die ganze Zeit so irgendwelche Posen vor dem Spiegel machst, oder? Wie krieg ich so ein One-Pack wie du? Das ist doch ein sehr definierter Muskel. So, Weyye hat Sprenger A3 gespielt, sieht auch logisch aus hier, um Sprenger C4 die Dame gleich umzuscheuchen. Kann man gesagt, ihr sagst, okay, dann gehe ich halt und sage, dein Sprenger steht nicht so doll auf C4. Oh ja, Freestyle. Was machen wir jetzt auf D4, D5, oder was? Und dann machst du D5. Ja, wieso? Ich weiß nicht, ob du das Gutes hast. Ja, was ja immer. So, aber ich bin auch nicht. Ja, das sieht okay aus, irgendwie. Panta chess macht mir mal ein Leibliches Wohlsaug, sagt der Sieg gar keine Kaffeetassen mehr. Habe ich, habe ich. Zwei sogar. Ja, die alles leer. Ach so. Aber ich habe zwei. Beine dreckig, eine leer. So, wo ist die Nakamura-Camp? Vom Minenspiel hier, zweimal Handwerksspieler. Ne Pomnichi gegen Nakamura. Beide sehr ausdrucksstark. Was ist das hier? Verstecken auch nicht viel die Jungs, ne? Die haben nichts zu verstecken. Englisch-Theorie-Diskussion hier nach D3. Ist auch eher ungewöhnlich, hier Ne Pomnichi so zu spielen, oder? Weiß ich nicht. Ne, C4-Spieler und so. Okay, hauptsache E4, aber ab und zu auch C4. Läufer E6, B4, das ist also noch bekannt. A5, B5, Sprenger D4. Wollen wir jetzt Sprenger D2, oder was? Sprenger D2 ist der Hauptsucht, genau. Hier an einem mal Lieblingstricks. Sprenger D5 sieht logisch aus. Aber nach Läufer D5, Läufer D5, E3. Da haben wir eine Tschüss-Figur-Situation, überraschenderweise. Sprenger E6, E4. Das gibt es im Drachen auch. Ne. C4-5, E4. Hast du nett gesagt? Ihre Dutheit fragt, wo bekommt man Chess24 T-Shirts zu kaufen? Und ich weiß nicht, ich glaube, wir haben seit neuestem einen Shop und da wird es, glaube ich, diverse T-Shirt-Motive am Start geben. Oder gibt es schon in letzter Zeit hier? Ich habe einen Radio Young Hoodie zum Beispiel hier rumhängen, der ja wunderschön ist. Hör auf mit den Bauern, die Bomben, das macht mich nervös. Und wahrscheinlich gibt es auf die T-Shirts dann auch 30% Rabatt. Das weiß ich nicht. Stand auf alles, ne? Außer Tiernahrung. Außer Tiernahrung. Ist das eigentlich eingeführt von der ersten Sendung, weil ich mir gefragt habe, ob er auch auf Tiernahrung oder? Ja, 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 kommt das. Zeigt doch ein bisschen, wie alt ich bin, ne? Das ist bestimmt schon 20 Jahre her, diese Zahlung. 20% auf alles, außer Tiernahrung. Aber war lustig. Und da, Oli, poste ein Link, chess420.com.de, stop, merchandise. Ist das nicht ein Berliner Rapper, der Urchandise heißt oder so? Keine Ahnung. Wer gesagt hat, was ich von den Berliner Rappern halte. Alles Opfer. Apropos Opfer. Hat er hier was geopfert? Verrückte Stellung. Wer war, welche Partie ist das? Oh, Tobi Ding. Tobi Ding. Wie kam es dazu? Ach so, dass diese Variante. Das hat Ding schon mal gespielt. Dieses E6, Läufer A3. Ah, das ist die Diri-Variante. Ja, ich glaube, Ding hat es zuerst gespielt und Diri hat es dann nachgeahmt gegen Yon. Ja. Sieben bisschen von einer aus der Planung, die Dame nach A5 zu locken und dann zu sagen, haha, das ist die Dame A5. Kasemann macht das freiwillig. Aber normalerweise muss man Leute dazu zwingen, das auf Kohle herauszuziehen. Und hier, nach Läufer B2, ist die Argumentation jetzt, dass sie ein bisschen deplatziert ist. Und Ding kann ja links wie rechts, Läufer A3. Und jetzt nach Sprenger E7, sagt er, jetzt kann sie immer Sprenger 6 spielen. Dann muss ich auch noch H4 kommen. H6, dann P1. Sehr am Freestylen, aber alles mit Methode. Okay, das ist doch Sprenger B5 vielleicht. Ja, und er deckt den Läufer einfach auch in den Sprenger. Ein Sprenger E4 ist ja noch logischer. Kurzer auch Pfade, Sprenger E4, tauscht die Läufer. Schech und E5. Es ging auch heiter weiter, Sprenger nach D6, Dame nach C7. Sprenger nach B5 wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ich glaube, den Läufer möchte man nicht abtauschen. Und kaum sage ich, es nimmt er ihn weg, ne? Hat er? Ja, hat er. Den Läufer möchte man wahrscheinlich abtauschen. Ja, Tumce 8. Zeigt sie wieder als Läufer. Bester sind als Sprenger. Ding, wie viele Sprengerzüge macht er hier, um den loszuhören? Okay, gleich so viele, ne? Drei. Aber war das jetzt so sonderlich beeindruckend, was Weiß hier gemacht hat? Ich glaube nicht. Nö, ich glaube auch nicht. Da muss ja jetzt schon die Keule kommen. F4. Nein, das ist Spaß. Du kriegst die Tür nicht so. Ich weiß nicht, ob ich so E3, Sprenger E2 mit dieser Blickrichtung spiele. Ja, okay, das macht Sinn. Weil auf F3 macht das Sprenger ja wenigstens auf H3 auch nicht. Also muss er eigentlich nach C3. Ja, ich schwächte mir das in das Feld hier. Das macht mir ein ganz bisschen Sorgen. Da muss ich hier schon irgendwas reinlaufen. Na gucken. Sieht ein bisschen so aus, als er sogar noch was reingelaufen ist. Auf jeden Fall. Ja, das riecht nur so. Ja, scheint Toppy hier den ersten Angriff von Ding überstanden zu haben. Ich lese, der Computer sagt schon 0,59 für Wei Yi. Na gut, nach Dama A5. Dama A5 ist auch kein Zug, mit dem man auf 0,0 spielt. Das ist eher so, okay. Ich stehe ein bisschen schlecht, aber dafür haben wir Freestyle. Andererseits, der Springer steht jetzt schon auf E5. Schwarze zwei Tempig verloren. Also harte Maßnahmen von Carlson. Finde ich auch. Was macht man jetzt? Läufer B5? Das sieht logisch aus. Und dann muss Carlson wahrscheinlich das machen, was man eigentlich nicht so gerne in diesen Stellungen macht. Eigentlich will man den Springer auf F6 haben am liebsten. Und ich bin der Meinung, dass das weiß immer schon ein bisschen, was er erreicht wird, wenn der Springer nach E7 geht, weil er da nicht seine maximale Aktivität entfalten kann. Okay, okay. Aber natürlich auch noch Spieber irgendwie für Schwarz. Was ist das denn für eine Stellung, der Nepomichi gegen Nagamura? Sieht schon irgendwie komisch aus. Klick da mal auf, dass sie das sieht ganz merkwürdig aus. Oder ist das alles noch? Einen hauen und stechen hier. So, wo waren wir hier? Soweit ist das alles noch halbwegs gängig, glaube ich. Nein, ich weiß nicht, ob Theorie, aber dieses Springer von 3.2. Komm, das ist bekannt, war A3 positionell auch erstrebenswert, aber er stürzt sich gleich. Auf den Bauern. Jetzt hält es taktisch. Schlägt, schlägt, schlägt. Aber das stand ein Springer auf B6. Schlägt ein von denen. Ja, ehrlich, vor allem. Taubt sich erst mal. Ja, Tom C3 hat er gespielt. Tom C6 oder das? Lauf der B2. Viele Möglichkeiten. Ich habe sie noch nicht alle entdeckt. Für B2, Tom C2 könnte vielleicht zwischen doof sein. Ja, ich weiß ja, ob es mir irgendwie weitergeht. Aber was war denn mit dem anderen Vorschlag, Tom C6? Ja, was? Ich weiß nicht, ob es ein Gewinnsinne ist. Ja, ich weiß nicht, Tom E6 oder was? Was war der Plan? Ja. Mein Bauer ist ein Bauer. Schwarz noch ums Remi. Der Läufer D5, das wird schon mal angehen. G5, ja. Nö, das macht nichts. Der Läufer D7. Achso, ja. Mal gucken, ob es irgendwie so kommt. Da ist die tolle. Sie ist wieder da. Sie ist wieder da. Er merkt, es läuft ohne nicht. Ja. Die ganze Pause auf dem Badezimmer angeklebt. Oder vielleicht saß er nur auf der anderen Seite. Die letzten Partien immer. Das stimmt. Und wir haben die tolle fand ich gesehen. Das ist schon eine tolle. Tolle. Ja, das ist schön. So, was ist denn hier? Bauernzähltechnisch. Momentan hat man ja auch nichts. Das ist so eine gleiche Bauernsituation. Ja, genau. Das heißt, man nimmt wahrscheinlich eher auf C6, oder? Ja, das ist ein bisschen safer. Wir machen jetzt irgendwie sowas. Das ist meine Vermutung. Und sollte. Und dann sollte hier tatsächlich gar nicht so schlimm sein. Alles. Soll das alles okay sein. So, was bei Jilos? Denk nach. Maske machen. Läufer 4K machen. Läufer 4K machen. Läufer 5K machen. Läufer 5K machen. Dann kann man auf einem wieder auf der D3 spielen und sagen, interessiert mich alles nicht. Ich entwickle mich erstmal. Läufer 2. was mir an die fünf ganz gut gefällt dass man den schwarzen reagieren zwängen und dann kann man vielleicht sogar dc spielen und dann auch ihren ich soll lieber sagt ich glaube twitch an die moderatoren noch nicht so recht auf dem schirm ist ja in der tag an der herausforderung auf mehrere zu achten und auch noch klug zu kommentieren haseresch grundsätzlich gerade am anfang so viel los hier mit fünf partien dass wir natürlich nicht nur den chat vorlesen können aber wir sind trotzdem froh dass er da sind und wir haben bei den chats offen mein auge drauf gerade wenn am ende so ein bisschen die luft raus ist so ein kajak in end spielen nur noch dann kann man auch mal hier bisschen mehr quatschen wobei das ja auch das schön am schnitt schaffen dass man eigentlich immer etwas schlaues über schacht gesagt habe ich ach so ja ich dachte dass die lappe b5 clever wäre weil man dann irgendwie demnächst mal auf c5 geschlagen kann nach springer g7 zum beispiel dann halt auch hier ja das ist der nachteil ist ja auch nicht so sowohl als auch hier kommen wir zum beispiel drei und dann noch für vier also je nachdem da geht das sowieso noch c2 der läufer weiß sollte besser stehen aber auch dass keine riesen hörschung nach damal auf und gucken haben wir bei den 01 getippt auf der e3 gespielt aber mir was ein bisschen unklar ich habe ja bei 401 aber ich meine da kann man ja nicht ahnen dass er damals aber gut mit gehangen mit gefangen so ist es halt na das heißt ja wie in guten wie in schlechten zeiten hast du es heißt oder für e3 kann auch so falsch nicht sein oder vielleicht schlagen schlagen das ist interessant aber sprang als 6 und dann irgendwas aktives damit die vier können auch mal ich sehe ich noch nicht so recht vielleicht will auch einfach cdc oder läuft ja ist doch konkret jetzt relativ konkret also ich meine auf die vier nehmen macht glaube ich wenig sind dann nicht mit der dame wieder drohläufer b5 das ist so das doof jetzt mal dafür befinden ich nicht schon die ganzen tempel verloren wir sagen hier eure entwicklungsvorsprung sozusagen sagt also was der plan springer steckt sechs haben ja auch ich wollte so okay und dann jetzt irgendwas dynamisches das ganze material weg hier nur gefragt werden würdest rekonstruieren sie bitte den bisherigen partieverlauf das stimmt okay wir müssen hier unterbrechen wichtige fragen haben es wird gefragt guckt steve gzs zeit gute zeit schlechte zeit ich habe geguckt das letzte mal müsste so ungefähr zehn jahre her sein oder 15 jahre her sein haben ja auch vielleicht 20 so andreas elsholz als heiko ja okay das ist ja das ist ja schon 50 jahre her das war noch bevor ich geht es ja letztendlich geguckt habe aber als katja epstein dann irgendwann ausgestiegen ist da gab es nämlich keinen grund mehr zu gucken ich weiß wer könnte er schön ist die alexandra melde oder so ich glaube ja ist schon gerne noch am start ja schon gerne bis 30 jahren ja genau eine inträge nach der anderen raus die anderen sind die anderen sind irgendwann ist auch gut dass ich guck's nicht mehr aber genau der ist noch am start so ein karl spielt c4 kannst du dir man gerne machte ich glaube ein zeichen das bisschen schief gelaufen ist jetzt nach b3 jahre so eine ähnliche stellung wie solchen abspielen aber zu kriegt nur so ein paar tempel weniger und schon springen auf e5 wer war sein planer machen wir kurz die praktikstellung nicht mehr ich möchte ja wieder am a5 wenn man muss ja man muss diese struktur jetzt muss ein bisschen leiden hier kleine brötchen bocken wird schlechter aber noch sie hatte ja wäre so ein englisch manöver schüttel jetzt was echt eine stellung die man so eigentlich spielen kann aber du hast ungefähr irgendwie vier tempi weniger oder sowas in einer karls-partie und zwei auf den vollen springer steht auf e5 und genau anstatt auf b1 hier springer auf die von einmal hier gegenspiel monsieur maxim ich verstehe seine gestehen nie muss ich gestehen beiden farben hat man hier gegenspiel den läufer umpieren da macht er jetzt nicht mehr so viel auf der diagonale und dann manövriert man sich hier irgendwie vorsichthin fleißer los kippe schwarzer springer schön an der springer ist schon brett auf jeden fall also vor allem beschäftigt der springer in den ganzen turm aber die rechtlichen schwarzen überstehen ziemlich vernünftig durch nein doch hier steht auch gut wie sich ja schon hier diagnostiziert das ist die eröffnung sind daneben gegangen ist für den springer c8 spielen muss der springer hat sich mal gezogen hat dann für den eingebauten läufer da ja das ist gute alte marocci struktur mit vertauschen farben sehr bequem für schwarz erst mal eine 6 zu stellen und 8 4 4 in d3 angreifen ja ja das ist gefällt mir gar nicht fragt sind clemens und wäre richter noch am start bei gzs z das hat aber auch was kleines richter die sind beide nicht mehr am start eigentlich solider familienvater wusste nie aber hat auch eine dunkle seite der klingens aber dann gibt es auch nicht mehr aber wo die alle sind und was da passiert ist weiß ich tatsächlich nicht wir werden so auswenden auf jeden fall was wir noch nicht rausgefunden haben ist was macht wesley so so ich mach es nicht immer mit absicht die so witze manchmal passiert es einfach man sagt einfach so was so dass er alles noch halbwegs bekannt auch die maßnahme aber sehr typisch gegen diese fesselung um sie zu brechen und man sagt ich schwäch zwar mein könig aber vielleicht nutze ich das hier zu einem dynamischen gegenangriff und dann läuft auf g3 ständig so doll haben die zwei sagt dann war auf g5 ständig so ja h5 in der schule schon sehr hart ich muss springe nach 7 so fast pflicht aber gut passt ja auch jetzt nichts passt ja auch ein bisschen rein nur zwei dann noch gründlich weg genau und dann auf allen kann ich weiß man weiß wie soll er auf 2 erst mal ein t4 und ist alles ich hätte mir schwer daran zu glauben an diesen kajak ich kriege in diesen strukturen auf die mütze weiß weil es halt so im blitzen sich unheimlich viel schwerer für weiß spielt irgendwie schwarz greift halt wie ein bilder an wenn es klappt klappt und wenn es nicht klappt klappt bisschen logik auch dabei so ok der c6 war wurde blieb unangetastet das heißt er spielt jetzt erst mal mit minus bauern aber er sagt er ist ein bisschen aktiver über bisschen vorteilsinne städt zu glauben ja also 6 oder irgendwas irgendjemand glaubt ja macht mir jetzt auch auf den ersten eindruck keine große angst gut ich kann und ich habe auch auf f6 springer c springer e4 musst du ja du musst dahin und dann jetzt verliert oder aber das heißt verliert aber tom b8 schon angenehm das muss sowas dazwischen ziehen aber ich jetzt springe in den 6 oder taktik fuchs wieder her der taktik bäger schlägt er wieder zu vielleicht war f6 dann nicht so schlau ich dachte h6 nach so da müssen wir jetzt ja auf die total schalten die pommel schäbel bisschen nach vorne lehnen das sieht leicht genervt aus noch relativ entspannt er könnte auch manchmal erst mal ein bisschen jung dafür aber so von der mimik her können könnte die pommel schon manchmal so ein mafiaboss sein also ich biete dich aber wenn dann wäre noch so in der aufstrebenden phase der belastmäßig für noch die gute zeit so ja ich dachte jetzt sogar wie sogar kalitos way oder so okay das ist ja schon alter und ich komme aus dem knast und alt oder verwechselt ist das nicht ich essen das von beiden ist robert de niro in ganz jung oder kann ist das nicht ganz alt jetzt richtig lese hat noch elf minuten hat sich zeit genommen könnte zu den twitzen ständen ganz klein stück nach oben schieben das ja genau wird es nicht und abgeschnitten auf jeden fall das kann was auch mal keine kleine machen genau das macht nippon nur kanalisiert also einen inneren griffschuk naja zahl er gezogen und karsen ist dank schlechten öffnung spielt schon zehn minuten vorne auf der uhr jetzt sieht es doch gar nicht mehr so schlimmer aus wenn die laufe loswerden also das muss muss immer noch ein bisschen angenehmer verweis sein wahrscheinlich ja ja keine frage aber nicht mehr so schlimm ja aber das stimmt ja so es kam h6 tatsächlich tauschen tauschen könig h7 wenn man die reihenfolge spielt hat man aber die springer e4 trägt nicht soweit im atom zu einschlag gibt das heißt die idee muss eine andere sein oder ist das hier konsequent auf minus bauer gespielt oder kann man jetzt hier einfach den a5 angreifen auf jeden fall das weiß hier ums remy kämpft mit tom a18 und tom c5 springer e4 oder was tom c5 fühlt sich fühlt sich nicht richtig an das wäre logisch ja es ist eh sinnvoll das schach zu geben auch wenn du tom c5 machen wolltest kannst du erstmal den gegner zwingen was um die grundreihe zu ziehen ja schaffst du auch recht lästig außer laufer f1 und kann ich hier weiter fischen tun der 1 oder 3 und dann läuft vieles in der luft ja springer f1 deluxe passiv aus jetzt kälte bei tom c5 überlegen ja hier gefällt mir trotzdem eigentlich ganz vernünftig du kannst ja machen was anderes ja genau irgendwie am hoppeln oder so ist ja schon gefährlich aus aber jetzt wirst du gefesselt du schimpft ok wird droht was brauchst du eigentlich ich habe alles gegeben ist zu verstecken aber jetzt einfach gesehen dass die drohung aber er macht ja pragmatisch spielt oder vernünftig spielt um zu einschauen nach springer aber eins jetzt wird schnell passiert jetzt 25 dem bauern kann sie auch hier heute um den weißen bauern kümmern also das ist nicht gut für nepo nach vor allen dingen wenn er ja ok wenn damit springer e4 an für jahren h6 ist einfach also der cleverere zug auf jeden fall noch um die grüne schwäche zu lösen es gibt keine tricks ihre gutheit fragt jan gegen wen von denen hast du schon mal gespielt egal ob online live oder welche bedenkt zeit ich bin sehr alt die generation davor gegen die meisten gespielt von den jungs gegen nipponisch hier ich gleich einmal remisiert im klassischen schach nakamura muss ich nachdenken nachher habe ich einmal gewonnen in 22 zügen im klassischen schach ich tue so als wüsste ich nicht noch gespielt sag mir doch mal wie dein score gegen fabiano caruana ist zwei niederlagen ein sieg im turnier schach echt das mal zwei aus zwei gegen den einst dann was war das gar nicht das worauf ich abgezählt haben gegen amine gespielt gegen mbl vergleich zwei remi oder so im turnier schach gegen kajak hier nicht mal verloren gegen wesley habe ich nie gespielt glaube ich gegen karsen habe ich nie gespielt aber hier auch nie gespielt das war schon hat gerade so einen strengen lehrer blick drauf gehabt fand ich so nach dem motto was machst du was 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 willst du hier von mir was machst du hier junge junge ist kein kindergeburtstag hier mir im bauern geben mir so er macht sie da eigentlich macht das prinzipiell richtig nach erlebt den letzten freund zur party ein aber lässt er jetzt springe b3 zu was kann die funktionierend um c3 wahrscheinlich noch mal am ende immer was mehr als ärger ist berger ok läufer e4 schafft funktioniert ja auch nicht läufer stegt d5 funktioniert auch nicht ihre dute halt sagt doch gegen karsen hast du gespielt online blitz ja ja natürlich nur turnierpartien aufgezählt welche online blitzpartie meint er die wo du nicht wusstest dass karten karten ja ich hatte ich hatte schon vergessen das ging so zwei jahre später gab es dieses video was irgendwie eine millionen views hat von irgendjemand anders also ich wusste so halb während es lief war ich mir nicht ganz sicher aber relativ sicher weil ich wusste dass die norweger alle bei der europameisterschaft zusammen rumhingen aber manche als europameisterschaft ich habe immer gegen die accounts von der anderen aus der mannschaft gespielt und überraschend chancenlos verloren also es war so ein bender von 72 jahre ich habe es ich habe ich habe es gesehen und ich dachte ich dachte erst der gegner muss ja irgendwie cheaten so wie das also ich meine du hast ja schon ist ja schon die eine partie die viral war die von beiden seiten ein ziemliches rumgepatze aber ich hatte ich glaube ich habe alle verloren sich gestehen aber fünfmal gegen die taris account und salomons account gespielt in 72 stunden war so ein marathon ich habe alle verlorene habe ich mir schon gedacht das ist der markus aber schön dass er 72 schon mit dir durchgezogen hat zusammen immer mal wieder laufen so was haben wir hier hat sich stabilisiert inzwischen denke dass bei schwarz alles okay ist in der struktur gegen den läufer also ich würde jetzt sagen die karten ein bisschen problem aber kommen wir mal das ist ein problem aber es ist schon spätisch und schön leicht verweist oder tschüss bauersituation das wäre doch schon gewichtig vielleicht bereut karsen doch so ein bisschen sein zwei und drittens da mal fünf ist das hier schon eine klassische situation bevon preis gemacht ist egal naja aber das ist natürlich nur eins ist eher so eine position das ist er so macht die stellung situation verlagert das problem nur so ein bisschen so der weiße traum wäre jetzt noch irgendwie hat jetzt spielen zu können aber der genau nicht so gut 4 h 6 das gute ist ja auch an dem läufer der kann halt die einzige weiße schwäche also der b3 ist ja nicht wirklich eine schwäche da kommt es ja nicht haben das heißt die einzige weiße schwäche kann halt relativ zuverlässig decken ja so lange gegen für schwarze und davon ist ein bisschen anfällig damit er drei aber noch keine tschüss bauersituation noch keine tschüss bauersituation ja h 6 2 kam auch macht auch sinn so wird karsen jetzt ein springer manövrieren mit karl springer die richtung noch mal spiel 6 hat aber das ist alles sehr wackelig damit d3 muss man sich schon ganz schön strecken hat vielleicht ist auch noch tun wert machen wir nicht damit drei nicht wenn ich ehrlich bin ich hier irgendwas klammer ist auf die die was ist denn jetzt überhaupt eine drohung du drohst springer c6 vielleicht drohung ist starkes wort aber ich will irgendwie tun mich mich lacht turm a6 an weil ich irgendwie mit dem turm auf beiden flüge ich will so in beide richtungen ein bisschen gucken wenn wir die option offenhalten einfach mal auf a6 reinzuschlagen mit dem läufer naja sobald ein springer immer mal darüber geht ist es auf jeden fall eine option schade zu viel geht noch nicht mehr naja muss sein der weltmeister aber noch halbwegs weniger tor mehr acht jetzt atomfreie sicht erst mal dann sagt der sprenger steht gut genug muss ich noch nicht gruppieren wir werden sehen aber ein voller punkt ist auf jeden fall ein weiterfahren das sieht eher nach kämpfen so wie bei herrn der komisch hier auch die komische dachte ich das ist schon ziemlich chancenloser kann schon wieder das geht manchmal so schnell so viele möglichkeiten oder um zu nerven hier erstmal wieder schach schaue so ziemlich nervig oder wenn jetzt immer das geht man kann es jetzt nicht das springer c3 machen wenn jetzt läuft jetzt die firma's haben wir die selbe stellung wie wir vorhin analysiert also ähnlich diesmal was drohen ach so ach so aber trotzdem erstmal läuft es sich hier also doch hier droht was wir müssen rausfinden was reduziertes material ja nochmal zurück ok ja das ist so dieser das passiert mir ganz oft irgendwann einfach so ein kontrollverlust war ich was was ist der unterschied zwischen b6 vorsichtshalber das feld decken aber vielleicht kann man auch andersrum sagen so kann ich die zählinie offen das gefällt mir jetzt nicht gut also allgemein den a4 angreifen ich mein springer e4 kein motiv ist dann macht man dann ist springer c3 wahrscheinlich sogar besser so oder so minus bauer und wahrscheinlich technisch verloren die schwäche werden sich die irgendwie tauschen läuft mit der c bauer weiße königspassiv ich glaube ich glaube ich glaube die das ist ganz spannend also zumindest das ist sehr wird es sehr wild aus mwl er schlägt irgendwas raus de 5 dann mit ziemlicher sicherheit war noch kein martier aber du kannst natürlich jetzt kann weiß kann ich wieder nehmen und dann kommt auch mehr von also ich bin nach f1 weggegangen doch so habe ich schweine so was man kann man kann noch ein bisschen mit am essen spielen aber muss ja nicht sein ich esse man es genau diese ganzen f-linien maschinerie nicht so leicht mw nur was tauschen nicht so leicht zu koordinieren 246 gegen 246 ok aber kein bauern auf e5 gewonnen sondern die magst du mal ganz kurz zurückspringen wie das kam es war irgendwas ok weiß hat immer mehr vier gemacht also ja sich doch gesagt er sprecher auf der fünf nach so ein bisschen tauschen immer jetzt sagt er sich fp ist logisch schafft die schwäche aber maxim macht batterie jetzt hat hier ja lieber schwarzen also ich meine so die kontrolle über die einzige auf die linie direkt neben deinem könig ist so man ist auch hier noch ihr weiß nicht ob sie ja matt wäre das sieht alles super lästig aus der historie 1 und ständig liegt irgendwas in den langer fach 6 auch ein fieses motiv irgendwie kann es mal sein sie doch immer aus und bei magnus action action 2 4 5 gegen 6 ok als ein bilder 3 a 6 hat er gespielt ein bauernopfer aber auf trickbasis vielleicht ist ja ein trickbox hier sprecher vier grundlinien und geht es noch weiter mit den tricks rein ich würde erst mal so oft doof kopf schon mal dass sie da wahrscheinlich mando kann irgendwas vielleicht besser auf so auch trick oder selber trick gibt es gibt es gibt es die möglichkeit springen jetzt weiter und b4 zu spielen also dass man so irgendwie ein bisschen nervt man versucht den d4 irgendwie so ein bisschen ich meine ist dass du damit wir fünfer noch als motiv wenn der könig nach h1 geht dann ist irgendwie auch mein grund rein matter als grund reinmacht geht natürlich nicht aber mein plan war ja irgendwie den d4 mal zu verhaften ja auf jeden fall kompensation auf einmal und mit dem weißen könig ein bisschen anfällig das gefühl ach dann hat ja ok oder auf h3 kann ich hier ankommen so auf einmal haben wir wieder ideen wird das war doch richtig gut verdammt was kommt damit 5 tom a1 zurück und jetzt musst du irgendwie die damen tauschen oder oder grise schrecklich man springen etwa so ja das hier sagen wir mal den wir passen mit dem kram so kann so nach h1 wie du willst ok du hast irgendeinen trick vorbereitet ich mache ich läufe eher 1 mach nur mal ein bäuchchen schlagen und sagen stehe ich nur dein bäuchchen mein bäuchchen ok das sagst du einfach ok du drohst wahrscheinlich auch irgendwelche grund reinmacht sagen also überlegt hier noch an dame f5 oder sprenger e2 b4 und die hand ging eben schon zu irgendwas ich glaube es ist zeit für die kasen kann wenn ich sie finde dass wir kreisen finden besser da kommt sie da ist da und hier schockiert weil ich sehe ich sehe da überhaupt nix ab aber du siehst das sofort haben er f5 mal bei uns noch mal die schlage aufs bretto 1-phase jetzt genau das was sie auch gesagt haben was unserer sommer aufs brett doch ich will das nicht ach so du kannst die facecam nicht mehr ha jetzt versteht hat sorry ich dachte ich dachte ja es geht beides für uns geht es aber dann kann ich zuschauen ja okay das war sein millionen das außen in deutschland österreich in der schweiz so kam es jetzt ja so jetzt ist die frage macht könig h1 sind das machen nur zwei züge sind als händler 1 gott ja damit sie zwei macht halt auch aus das machst du halt eine mega koordination das freue ich schon besser stehen dass schwarz ich würde es fast vermuten habe ich gesagt hat er wieder getrickst okay was wir hier logischer versuch es läuft ja schon so mir am bild situation macht er wahrscheinlich damit drei kannst du machen oder springer zu drei mal studium ja ja jetzt der weltmeister bekommen möglichkeit für aktivität fuchs ja unsere moderatoren sagt generell mag ich streams ohne musik so aufhören zu singen oder was oder haben wir musik wie läuft es überhaupt so rechtemäßig wenn ich jetzt hier meine gesammelten tupac cd spielen ist darf ich doch gar nicht oder wie machen streamer das maximal ist gewonnen hier mit rohe gewalt hast du ja ziemlich was ich gesagt hier am ende auch so ja das wegtauscht das ist aber schön nach so eine tschüssläufer situation wenn man nach hirn gehst also tschüsskönig situation also war schon schnell ich kann ja zwei ist ein ansteller hier tschuldiger mal ist schon von ja na ja diese diese haben wir auch so nach hier ist ja genau hier aber auch nicht aber schwer so zurück zu karsen oder so wie gesagt ihr habt keine musik wo soll ich auch herkommen meine mutter hat früher mal gesagt wo man singt da lass dich ruhig lieder wieder denn böse menschen haben können wir sie haben können ok ich muss mich beschäftigt die frage die gestellt hast und ich weiß es tatsächlich nicht wie das ist denkst du mal heimlich über schach nachher noch so eine lege mit der musik wenn man die spiel weil es gibt ganz viele spiele die die spiel dabei musik wahrscheinlich interessiert kann aber dann musst du auch gemma zahlen oder twitch habt ihren sitz haben ihren sitz irgendwo wo es keine rolle spielt oder machen das was du willst rechtlich geschützte musik im stream spiel sagt fuchs ja werden die videos im twitch archiv ohne ton aufbewahrt alles klar was gelernt so und selber darf man aber singen selber singen davon wird ja auch sogar gefordert von twitch dass man alle zehn minuten ein lied anstimmt ich kann ja mal an ich kann wie heißt die mutter von niki lauda mama mama lauda ja gut jetzt ist eine situation aber wir haben ja auch nichts vernünftiges gefunden ja vielleicht wäre es der klassiker ist wahrscheinlich hier auch wieder dass man in dem moment wo man den a6 wegnimmt tauscht man die schwarze figur ab ja gut hier ich glaube sie haben wir berechnen haben fünf oder sprenger vier oder ein von denen übersehen haben wir hier aber machen wir mal erstellen machen wir die stellung nach a6 genau da so ich meine hier kann es noch nicht das große problem sein das glaube ich schwarze schafft hier zu stabilisieren und tome 6 was für sich auf jeden fall schon das schlimmste überstanden und kann auch mal an aktivität denken ja gut aber du kriegst tommi 6 christian nicht vernünftig hin eigentlich immer der b5 zumindest naja ich will mir halt jetzt ich will mir jetzt ein luftloch machen ich will das aber drei machen oder luftloch haben auch beide nachteln geht recht die weißen felder h3 oder was kann man auch so ein perversen zu machen wie dame h3 ok jetzt darf ich nicht auf h6 nehmen aber ich mache es einfach die verboten da darf ich nicht muss einfach weg auf alle nimmst weg auf a6 mit dem wir nehmen den e-turm ist noch cooler ist völlig egal ja aber wenn es habe ich meinen eigenen zug direkt widerlegt mich selber reingelegt schacho sagt jan ich bin schwer enttäuscht über den musikgeschmack warum weil ich die punchline zu dem nikki lauders song kante kann es ja also doch gefunden wer ist das wie heißen die stars der szenen noch mal so komisch haben ich bin das raus du sagst los hier auf den brennern ein klausel ein klausel und spektakel spektakel ok wunderschön so karsel weg gewinnen mw hat schon gewonnen nakamura sollte gewinnen hat er jetzt den c bauern fit gemacht ja er hat sein a bauern gegeben aber dafür hat er auch vor allem hat er läufer auf d3 gepackt der da schon auch nicht die schlechteste figur ist ne wettbewerb welche weiße figur steht schlechter als die andere 23 und einfach immer weiter könnte auch eine klassische wie das ist ne drops klatscht tschüss dame ja 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 jetzt glaube ich aufgabe flinzbacher fragt nach songs über schach mir fällt nur one night in bangkok aus dem musical jazz ein schach matt durch die dame im spiel das war es aber nicht das weißt du ne das ist nicht one night in bangkok hören ja auch geht auch vom wu-tang-clan mystery of chess boxing dann gibt es von the game einem recht bekannten us amerikanischen rapper ein song namens magnus klatschen echt ja und von einem recht bekannten norwegischen namens magnus klatsch gibt es ein feature part auf dem song der freige selbst wie wer hat die hand lotion geklaut sehr sehr gut hat die handluft ja das macht auch sind wir wissen also dass man anlose brauchte so hat er sich auch der hochkultur wird das wahrscheinlich der zweite teil von wer die kokosnuss geklaut so nach der kokosnuss die hand lotion das ist wenn man älter wird übrigens sehr brutale texte nicht bei wer die kokosnuss geklaut die affen rasen durch den wald der eine macht den anderen kalt als kreuzberger ist das jetzt so wichtig nicht so wir werden ja gerade den ersten mal da aber das kennt ihr in hamburg auch erst mal brauchen naja ich meine auch zweitens vierten mal star wars doch ist da so tom zu sieben er versucht er ihn noch zu stoppen aber er kämpft für eine verlorene sache tor mehr wohin c2 also topperloff hat so eine stellung wo ich sagen würde nach der erfahrung in der letzten runde verliert er das steht die objektiv wahrscheinlich ziemlich gut aber nachdem was er letzte runde gemacht hat es war ungefähr die gleiche stellung eine ähnliche stellung noch zwei bauern mehr wo es vesco besser ich muss noch nicht ganz so einfach wahrscheinlich noch mehr schoss schach rosa blumentopf am schachbrett einer wird gewinnen wenn einer wird dann machte stimmt ja sie ist hier von den beginnern auch noch nicht zeigt den bauern und schachttricks wie kasper stimmend oder ist das 1 2 1 2 das klingt eher wie 1 2 1 2 1 2 bei den text kommt man nicht mal weil sie also rechnen sie über den beginnern ist so du bist platt wie ein fangkuchen 1 2 schweißt das b bauern vielleicht bis hin zu helfen die jungs aus dem reihenhaus so hier ist vorbei gab mehr damen ja das ging relativ glatt an der kamura ja das war nach der öffnung mehr bauer und feierabend quasi muss noch ein bisschen arbeiten hier aber weg gewinnen haben wir keine zweifel ich meine selbst wenn das objektiv remis sein sollte glaubt er nicht an fester und dann gewinne die partie einfach haltbar wäre im schnellsteil und so was ja ich glaube das ist auch nicht haltbar das glaube ich auch dass das jetzt ist spaß hat auch einfach viel zu viele mögliche hebel noch die immer alle beachtet werden müssen er macht sich das auseinander geht von b4 damit gewinnt waren sehr strengend erläutert was wir los bei topball hat gewonnen oder was warum ist partie vorbei noch so remis war der beber auffällt noch nicht die vier war das jetzt so erzwungen ok oder wahrscheinlich springe f6 gespielt wenn mein tipp das macht ja sofort remis ich hatte nach dem entspielen selbst ohne gedacht okay ich kann mich eine remise ich habe mir gefunden mit zwei mehr bauern verliere ich die partie ist das nicht mehr so was haben wir noch karo albem macamora gewonnen so gegen kajak in aber da ich dabei auch ewig nicht mehr reingeguckt haben überhaupt jemals so diese politik ja das so ja jedoch als dieser unwerkbar geläufe ist das jetzt schon wenn die hand ich hier ein zimmer wenn einer zimmern kann ich weiß nicht ob du es wusstest hier jesus war auch zimmermann wie julian ja wenn du reinzimmerst und dann nach könig f7 ich bin nicht dran ist das problem aber du bist nicht mal dran das sollte schon irgendwie sollte das halten kannst du eins sagt ich war immer noch auf jams tipps zu den spielen sechs und sieben im basketball houston sollte gewinnen das sechste aber dann natürlich in kohlen state das siebte verlieren toronto wird gewinnen zu hause und ich denke denn war wobei dann wird mir sehr unsicher ich denke dann war es auch favorit die höhenluft die höhenluft du bist nicht so mba fuchs das läuft der prinzipiell zu zeiten wo ich irgendwie nicht mehr wach bin oder ja ich gucke mal morgens also ein uhr morgens oder drei uhr morgens weiß ja wie es ist das sind nicht nur so zeiten so krasen hat sich hier einen d frei bauern freigezimmert der kolben ja das ist nur eine frage der zeit kann es aber noch sechs minuten ja soll er machen hier ist auch hier schon wieder runter auf dass das die lane so wie ist das eigentlich also so kriegt ein endspiel auf jeden fall immer mit mehr bauen wenn er möchte wo jetzt glaube ich fünf genommen okay ja wenn er besser vielleicht in der besseren versichert ja noch den g5 sogar ja so war es immer gewonnen in der praxis und schlägt alle bauern der west ja wir können kurze ergebnis zusammenfassen entweder gewonnen ziemlich schnell und brutal auf einmal gegen haben ich glaube ich der richtige ausdruck nach kamura ja da war irgendwo hier ich weiß nicht ist was schief gelaufen bei der komischen ist aber mit dem baum weniger rausgekommen und hat nie wirklich kombinationen wir jetzt haben sie nicht weil man sich das muss wir können wir nachher noch mal prüfen ja das lief nicht toll für ihn topperlauf remis geschehen werden nicht immer betrachtet aber es sah aus als hätte topball aber eine weitere gewinnstellung vergeben hier aber mehr und bessere figuren sah auf jeden fall sehr nah am sieg aus aber nicht ganz gereicht gar so spät noch hat nach kreativer nehmen wir es mal öffnungsbehandlung bisschen leiden müssen aber dann hat es den springer eingesackt und dafür gibt es hier festung die einzige festung wie auch man kann es werden mit dem turm auf der dritten reihe aber du kannst ja das feld f3 kannst du nicht vernünftig halten gesteigen mein könig nach e4 oder sowas kann keine festung welche die bauern spiel sind immer gewonnen oder was für ein bauern spiel ich stelle meine damen nach e2 mein könig nach e4 und sagt dann du kommst irgendwie in zugzwang wahrscheinlich irgendwie ja komm ich wahrscheinlich auch ach so was rechte wenn ich meine damen nach e2 stellen kannst du ja gar nicht mehr vernünftig halten und ich glaube wenn der weg ist haben wir eine ausgelutschte situation und wir haben festgestellt haben leider sein ich am fest und glaubt gibt es ja auch keine sowieso so ein bisschen weiter ging es noch ging noch weiter ja es kam g6 oder sowas und dann toll so jetzt in der plant am e2 schildern versor aus dem namen her in der plant und ich mache es jetzt fünf und so ein bauern entspüle wahrscheinlich nicht nur das ist doch direkt als das nicht direkt eine ausgangstellung haben können aber eine ausgangsstellung könntest du natürlich mehr tempo einheimschen spielton g3 war dann sagt kassen danke für den bauern spurt von haften für das aufgabe 3 3 3 3 3 3 jetzt können ja das ach so dann auch f5 einfach g5 oder ach so muss oder was du kannst du nicht hier machst du nicht kann ich das nicht ja ich glaube schon ich glaube schon sogar ziemlich gehad und auch um g4 spieler ich muss gestehen ich habe nicht gesehen das sieht trotzdem nicht aus und so ein ton kann ja nie die diagonal ziehen noch mal zurück muss er fünf oder auch nicht gemacht durch e3 und aufgabe ist doch zwar aufgabe oder was nein ach so das auch geben wir ja ok das ist immer immer das ist verloren trotzdem ist es hier direkt vor ich weiß nicht was machst du jetzt doch immer weg dann lieber soja soja das ist der nachteil das kann ja so schwer nicht sein wenn er schon aufgeht was ist eigentlich was ganz kurze frage mal was ist eigentlich immer machen wir damit sind so könnte ich jetzt wenn ich kündig f2 machen und einfach mit der damen auf g1 matt drohe zum beispiel machen kann man muss ja gar nicht den f4 einsammeln unbedingt so alles vorbei oder was ich glaube alles vorbei wir können noch mal alle unsere grau das klaus 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 ist ein ziemlich viele ziemlich viel gelaufen aber auch gewonnen aber für ganz mehr spieler am bandit wesley hat gewonnen ja das hatte ich auch getippt aber ich glaube sonst war meine tipps nicht so richtig hat doch und da kam urat auch gewonnen dass ich auch getippt mbl habe ich auch getippt karls gewinnt haben wir ja quasi dann eigentlich hat sie sich vielleicht ziemlich gut aber ich habe zum beispiel das ding gegen torperloff gewinnt ja auch getippt sonst hatte ich glaube ich alles oder ich weiß nicht mehr genau so kann ich überhaupt immer diesmal kann das stimmt so quasi mal wieder zweieinhalb aus drei jahr so geht so gleichmäßiges tempo und 15 aus 18 respekt dass nakamura überhaupt noch so dicht dran ist 12 aus 18 beziehungsweise 6 aus 9 aber karsens sieben und halb aus natürlich dominante leistung das gleiche zwischenergebnis wie bei kränke chess im klassischer und es geht weiter mit neuen partien blitzschacht um 16 uhr schon um 16 uhr früh aufstehen hier liebe partygänger spätestens 15 30 müsst ihr frisch geduscht mit käffchen vorbereitet sein wir fassen noch kurz die highlights dieser letzten runde zusammen und verabschieden dann auch alle in die wohlverdiente nachtruhe oder party nacht du bist party typ du wärst jetzt wenn du zu hause wärst wärst du jetzt hier gleich wie heißt das bei euch also magnus gewinnt mit schwarz gegen je nachdem er in öffnung ist herum getrollt hat und objektiv wahrscheinlich irgendwo hier ist ja nie so schlimm aus bisschen kritisch stand aber es hat nie glaube ich den grünen bereich ganz verlassen und dann begonnen mit diesem schein opfer a6 dieser computer schon 00 übernahm er die initiative aber jetzt haben wir auch gar nicht mehr so leicht 00 gefunden was ist damit okay freak war ja dann wäre ein f3 aber der herr nachdem schwarze initiative übernimmt wieder grund rein thematik man kann hier nicht schlagen gegen schachmatt deshalb musste in die defensive gehen die grundlinie überdecken mit turm a1 aber jetzt springer e2 damit c2 fliegt der ganze damen flügel weg wenn man schätzt sich es mit turm und läufer gegen die damen zu probieren aber das sieg für den weltmeister dann die pomsche ja war bisher der öffnungs debakel und wir haben uns gefragt hier nach langer theorie diskussion warum er in dieser stellung nicht einfach den bauern geschlagen und werden recht computer auch dann ist ein bisschen angenehmer für schwarz tatsächlich wegen vom t8 aber bauern haben oder nicht ja in der partie tatsächlich nicht wieder gesehen und hier nach h6 das waren genauer zucht stehen einfach schon pleite also eine pommelschee ein bisschen die tendenz zu täten was nicht so läuft und ich glaube ja heute war nicht so sein tag spricht dafür auf jeden fall ein bauern in die wir gesehen glatt verloren wesley hat auch wie angekündigt gewonnen hier nach dem läuferopfer hat hier wenn ich so wirklich verstanden hier noch so alles standard dachte ich dass hier bei kayakin alles in ordnung ist mit der bauern kette und gleichfarbigen leute computer sie weiß allerdings immer noch ein bisschen in der vorhand hatte ich immer die linie muss halt doch immer aufpassen dass wir uns halt da aufpassen der c5 ist halt potenz also weiß kann er immer den c5 gewinnen nachdem man dieses tor mal sechs spiel musste ist schon ein bisschen unbequem zu verteidigen auf jeden fall da kommt dieser gleich auch hier noch ausgleicher damit ja auch sehr logisch um gegenspiel zu kriegen aber das hat geschwollt beim computer nicht auf gegenliebe ja schon gesagt oder der könig hänge nach 8 oder was 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 sagt er hier können wir auf acht jahren schnellschirm brett wir hier immer sofort weiß nehmen da kommt wieder sein jetzt weg und im nächsten zog c5 gewinnt haus und hof aus dem boot topperlauf remi gegen den gegenstand langen gut ich wollte einmal ganz kurz kommen nur hier am ende aber hier was ganz klares verpasst hat hier zum beispiel cb schon wieder aufgabe situation nach hg 6 läuft einfach der bebo oder einfach wenn man computer hat ja topperlauf mit zwei großen geschenken an seine gegner hier die letzten zwei runden aus gewinnstellung verloren gegen armin und jetzt aus gewinnstellung remi gegen den ihren schachtlich kann es auch der altmeister ja aber manchmal fehler die konstanz wenn du nicht so die praxis hast und am ende den druck der uhr haben was er geschenkt so er ist aber eben schon angeschnitten aber ich möchte nicht nur anschneiden ich möchte es ausschneiden magnus kratzen 15 aus 18 die kamer kamura 12 aus 18 wer es ist so elf ding ihren 10 ich würde sagen aus diesem kreis wird sich das treppchen bilden gewagt blitzen kann es manchmal so einen riesen run geben aber der einzige ich den zutrauen würde ist nepom nischee oder kayakin und diesen beiden schon relativ weit abgeschnitten abgeschlagen kann ich mir nicht vorstellen und ja armin schlägt sich wacker hat zu kämpfen nepom nischee natürlich riesen überraschung der schnelle blitzschau spezialist das jetzt zweieinhalb aus neun holt wenn du nepom nisch die form schnellstack gesagt ist du hast nach neun runden genauso viele punkte wie armin dann hätte der gesagt mensch dass der so ein gutes spiel ich kann ich gedacht also ja das treppchen nicht überraschender sind drei der wenn nicht die besten schnellstabspieler der welt da kann man diskutieren kann woanders gleich mal dreine schnellstabwetteringliste aber diese ganzen jungs hier auch rechtlich so sind nicht überraschend da vorne karsen setzt seine dominanz fort und es wird schneller denn morgen über morgen steht blitzen zur disposition fünf minuten plus drei sekunden delay neuen runden wir sind hier um 16 uhr deutscher zeit um das ganze geschehen zu erörtern hat spaß gemacht vielen dank an alle die zugeguckt haben vielen dank steve für die reise hier eins von hamburg ja ja ich glaube ich schon mal eben kommen morgen auch vorbei ja kommen soll jetzt immer so viel rede hier morgen 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 immer fünf minuten stellen die dann zum ersten tages jetzt ist noch die chance natürlich auch alle produkte auf der westenschaftsseite auf der ganzen welt 24.com mit dem brust gut gct 30 30 prozent rabatt zu kriegen also wenn ihr euch immer dachte ich würde ja vielleicht mir so eine primen mitgliedschaft anschaffen ich muss mal ein paar öffnungen lernen und der jan ist ja öffnungsfuchs aber ich warte vielleicht noch auf den richtigen moment jetzt ist die chance gekommen 30 prozent sparen 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 wir freuen uns denn es hält wie gesagt auch diese lichter und den greenscreen hinter uns am laufen wir sind morgen 16 uhr wieder am start bis dahin ciao ciao bis dahin bis dahin bis dahin b bis dahin bis dahin Vielen Dank.